Gut, dann will ich auch mal sagen, Hallöchen liebe Freunde, schön, dass wir alle hier sind. Das ist heute die Pokémon Hardgold Nuzlocke Challenge mit Trinkspiel. Ich werde jetzt am Anfang nochmal schön die Regeln erklären, bevor wir loslegen. Wir machen also erstmal eine Nuzlocke Challenge, ganz normal, das kennt man ja. Also wir müssen jedes Pokémon, was wir fangen, mit einem Spritznamen versehen, dürfen nur das erste Pokémon jeder Route fangen. Wenn ein Pokémon besiegt wird, ist es tot und das sind so die gängigen Nuzlocke-Regeln. Und meine extra Nuzlocke-Regel, die nicht wirklich eine Regel ist, sondern eigentlich nur klassisches Verständnis, ist halt einfach, dass wir nicht irgendwo grinden. Also viele Leute machen das ja, wenn bei Nuzlocke bei denen ein Pokémon stirbt und die haben ein durchschnittliches Team-Level von 35, dass sie dann sagen, oh, ich habe ja hier noch das Quapsel, das ist Level 5 und das grinden wir jetzt schön 10 Parts lang auf 35 hoch, bevor wir weiterspielen und das finde ich ist Quatsch, das machen wir nicht. Sowas nimmt ja auch so ein bisschen die Challenge dann raus. Ne, das Quapsel wird dann mitgelevelt, indem wir halt weiterspielen und dann müssen wir halt gucken, wie wir durchkommen. So, und wir schauen dann einfach mal, wie wir das genau machen. Ähm, genau, und dann die Trinkspielregeln. Wir trinken jedes Mal einen Schluck alkoholisches Getränk, wie man das so schön sagt. Wenn, ja wenn, was machen wir denn alles? Wir machen eine Arena, wenn wir eine Arena besiegt haben, trinken wir was. Wenn wir den Rivalen besiegt haben, trinken wir was. Das ist eine schöne Idee. Immer wenn wir ein neues Pokémon dem Team hinzufügen, dann trinken wir einen. Und, ähm, jedes Mal, wenn uns jemand auf dem Telefon anruft, dann trinken wir auch einen. Und das ist so eine schöne Sache, weil wenn uns einer auf dem Telefon anruft, das ist eine ganz tolle Sache bei Pokémon Hardgold und SoulSilver. Das passiert nämlich nicht gerade allzu selten. Und immer wenn das dann der Fall ist, dann regen wir uns auf und trinken einen. Das wird sehr schön. Und EP-Teiler, ja, nein. Äh, ich denke EP-Teiler, ja, weil das ja noch der alte ist, den man ja nur an einen Pokémon dran kleben kann. Das ist schon kein Ding. Solange es ja kein Grind ist, sondern einfach nur normales Spielen, dürfte das ja kein Problem sein. Ähm, außerdem kriegen wir den überhaupt? Ich meine, für was hat man denn die EP-Teiler gekriegt? Die Garadoshaut, oder? War es die Garadoshaut? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Kommt ja eh erst sehr spät. Genau, und, ähm, wenn ein Pokémon stirbt, dann müssen wir austrinken. Dann ist nämlich vorbei. Dann ist Phase. Und ich denke, damit können wir dann anfangen, jetzt wo wir alle die Regeln kennen. Starten wir einfach mal ein neues Spiel. Hallöchen, Popöchen, zuerst erklären wir uns ein paar Dinge. Äh, oder auch nicht. Danke, machen wir nicht. Äh, unter einem Trinken, einen Schluck oder einen Shot. Unter einem Trinken versteht man bei so Trinkspielen immer das, was der jeweilige Mitspieler dann auch trinken möchte. Es gibt ja Leute, die vertragen nicht so viel. Es gibt ja Leute, die wollen sich richtig einen weghauen. Da kann jeder trinken, was er will. Also auf jeden Fall einen Schluck. Aber ein Trinken heißt einen Schluck aufwärts. Das heißt, ihr könnt da auch gerne so reinhauen, wie ihr wollt. Und ob ich mit Backup-Box oder mit Dual-Klausel spiele. Es ist Backup-Box praktisch, dass ich einfach alle Pokémon, die ich fange, sonst auf eine Box reinballere und mir dann rausholen kann, was ich will. Das mache ich ja, aber legendäre Pokémon, die wir fangen, dürfen wir nicht benutzen. Das heißt, wir haben da halt wahrscheinlich nur irgendwelchen Schmammsch liegen. Deswegen ist das kein Problem. Und ja, ich kenne auch Nasslocks, die spielt man dann so, dass man halt wirklich nur alle Pokémon benutzen darf, die man im Team hat. Und alles, was man auf eine Box packt, ist für immer weg. Das heißt, dass man halt wirklich mal maximal sechs einsatzfähige Pokémon gleichzeitig haben kann. Aber so einen Spaß müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir müssen das jetzt hier nicht verüberkomplizieren. Das wird schon so interessant genug, denke ich. Soll ja nur ein bisschen Spaß machen hier. So. Hm, sieht aus, als wäre bald Sonnenuntergang. Echt, also ich finde, das sieht doch ziemlich hell aus draußen. Hat ja nicht mitgekriegt, dass wir Sommer haben. Also noch nicht richtig, aber Sommerzeit. Ich meine, es ist fast Sommer. Zur Sommersonnenwende werden die Tage auch wieder kürzer. Also eigentlich, Professor Eich, das nennt man dann wohl Zwielicht. Ja, ganz toll. Alles gut bei dir, Opa. Ja, schuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich und ich bin euer Leberarzt. Naja, man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Ist das dein erstes Abenteuer? Kein Problem. Nein, ist es nicht. Bitte. Nein, hören Sie auf. Ja, Pokémon. Hurra, Pokémon. Hallo, Merrill. Na, geht's gut? Ich hoffe doch. Wir Menschen leben mit dem Pokémon in Freundschaft und teilen unsere Freizeit. Wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und so weiter. Ja, Randomizer finde ich eher, hätte ich gesagt, immer ein bisschen langweilig. Weil auch wenn das alles so lustig ist, haha, guck mal, der Käfersammler, der hat einen Lugier und so weiter. Man wird dann selbst irgendwie auch teilweise viel zu stark und die Gegner haben teilweise Pokémon mit Movesets oder irgendwas, die dann halt nicht wirklich gut funktionieren. Und dann irgendwie schwächer sind, als wenn man ein normales Spiel gemacht hätte. Gerade zum Ende hin, finde ich. Also, bei meiner Feuerrot-Randomizer-Nuzlocke, äh, habe ich sehr gemerkt, die Liga und alles danach, das war so einfach. Da hat man überhaupt gar kein Problem mehr gehabt. Ja. Ich, ich, ich freue mich auch, wenn das nächste Game so einen Knopf haben sollte. Kennst du das alles schon? Ja, okay, danke, tschüss. Das wäre ganz toll. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen können. Ja, wie schön. Das freut mich aber, Professor. Jetzt bin ich aber langsam neugierig. Wen hat er denn da vor sich? Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Ja, ich weiß es doch nicht. Schaut euch die mal an. Wer sind wir denn davon? Ich finde das schön, dass ich das alles gestretched habe. Dadurch sehen alle Charaktere ein bisschen ficker aus, als sie eigentlich sind. Äh, wir nehmen den jungen Mann hier. Ja, sind wir das? Ja, in der Tat. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ja, mein Name ist Ciderboy. Das passt da nicht rein, ne? Ne. Äh. Nennen wir uns mal Cidric. So wie Cedric. Bloß mit einer kleinen Apfelnote. Wie schön. Ja, ich bin also Cidric. Wie schön. Also Cidric, bist du startklar? Dann geht's gleich los. Viele Erfahrungen warten auf mich. Schön und traurig. Das ist es. Einmal loslegen. Dann sehen wir uns später. Dankeschön, Professor. Das ist echt sehr schön von Ihnen. Oh Mensch. Was hat denn da hier für eine geile Spielkonsole stehen? Da steht eine Wii-Konsole. Die kostet auf Ebay nur noch 20 Euro. Wie schön. Gut, dann mal runter hier. Ich vergesse mal, wie langsam man hier war, ne, am Anfang. Na, alles gut, Mutti? Ach, da bist du ja endlich, Cedric. Du hast deine Freundin Lyra verpasst. Du warst eben noch hier. Da fasst du aus, als würdest du mit ihr Meryl einen Wettlauf veranstalten. Übrigens, Professor Lind hat nach dir gesucht. Er meinte aber eine dringende Bitte an dich. Du kennst doch den Weg. Natürlich. Aufpassen. Tschüss. Wie schön. Hier packen wir alles in den Beutel. Jawohl, hier ist mein Trainerpass. Schau mal, das kommt auf dem unteren Screen jetzt alles schön. Den kannst du benutzen, um dein Spiel zu speichern. Naja, hier Spiel speichern. Und das hier wird eine große Hilfe sein. Hier, Optionsmenü. Dass ihr das auch alle mal gesehen habt. Das ist sehr wichtig. In der Tat. Ich bin deine Mutter. Ich sag dir, du musst dein Spiel speichern, Junge. Und iss deine Erbsen. Jetzt iss deine Erbsen, Kind. Oh, der Sonnenuntergang. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Um 20 Uhr zählt hier als Nacht bei Pokémon Hardgold. Und ich würde gerne Visor auf der ersten Route fangen, wenn alles glatt geht. Weil Visor ist schon ein geiles Vieh. Und das muss auf jeden Fall mit. So, alles gut hier, Lüder? Hast du deinen Merrill dabei? Jawohl, ich hab deinen Merrill dabei. Auf und tschüss jetzt. Nicht mal Hallo sagt die. Was rieche ich etwa? Ganz ehrlich, so wie du riechst, kannst du jetzt aber hier nicht links raus, ne? Geh jetzt erstmal zum Professor. Okay, schuldigung. Jawohl! Alles frisch, Professor Lind? Ah, da bist du ja, Seidrich. Ich hab auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, mit was sich meine Forschung beschäftigt? Ich nehm mal an mit Pokémon. Nein! Ich erforsche Rissraten von Socken. Kennst du das? Wenn du deine Socke anhast und deine Fußnägel zu lang sind und dann sind da vorne immer diese Leute... Nein, das kenn ich nicht! Aber gut. Ähm. Aber heutzutage ist das nichts Besonderes mehr. Das glaub ich ihm sofort. Vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon einfach alle unter den Arm geklemmt und sie weggelaufen. Das war aber bei Pokémon wie Despotar nicht so einfach. Da musst du schon ein bisschen ziehen, ne? Ja. Aber genau deswegen haben wir doch jetzt hier so ganz tolle Sachen. Ja, und manche Leute gehen auch spazieren. Genau wie deine Freundin Lyra. Die hat's nämlich in den Beinen. Ja, Arthrit ist die gute. Aber die Spaziergänge, die sind ganz gut für sie. Aber du hast auch noch Glühwein da. Das ist schön. Pokémon in Pokéballen, wenn sie sich durch die Gegend tragen, ist natürlich eine ganz tolle Sache. Aber es lohnt sich auch mit ihnen etwas Auslauf zu machen, ja? Es ist nämlich ganz gut möglich, dass das beeinflusst, wie und wann sich deine Pokémon entwickeln. Also tut's eigentlich nicht, aber wir könnten's ja mal probieren, nicht wahr? Aber ich hab immer noch die Theorie, dass Pokémon sich unterschiedlich entwickeln, je nachdem wer sie trainiert. Und das erklärt, warum viele Trainer in den ersten Generationen irgendwelche Taubes auf Level 30, 40 haben. Weil die halt einfach ihre Taubes, die sehr lange trainiert haben. Dadurch ist es Level 30 geworden. Aber die halt nicht solche guten Trainer sind, dass sich das Pokémon dabei auch wirklich entwickeln würde. Und der Protagonist des Spiels ist halt einfach ein Trainer, der sehr, sehr gut ist. Und deswegen entwickeln sich seine Pokémon so früh. Und viele von den starken Trainern ganz am Ende haben halt unterlevelte, entwickelte Pokémon, wie ein Dragoran oder so. Weil die eben halt ihr Pokémon noch früher entwickeln konnten, weil sie halt sehr gute Trainer sind. Das ist so meine Theorie. Eine Game Theory, jawoll. Ja, und du kriegst eins meiner Pokémon. Damit du untersuchen kannst, ob ein besonderer Bund zwischen dir und diesem Pokémon entsteht, wenn es immer mit dir... Ja, ich hoffentlich stirbt es nicht. Das wär schlecht. Das wär sehr schlecht. Die wilden, unterlevelten, entwickelten Pokémon erklären. Das ist doch auch ganz klar. Es gibt halt auch einfach manche wilde Tiere, die halt viel mehr durchmachen mussten und deswegen halt viel trainierter sind als andere. So einfach ist Tennis. Und Klingelingel... Nein, das ist ein Telefonanruf, aber der ist nicht für uns. Professor Linz, Sie trinken jetzt einen. Das war eine E-Mail. Reden Sie sich nicht raus! Äh, na, sieh mal einer an! Ich, äh, ich, äh, ich, ich, bitte, bitte nein, meine Leber, hör bitte auf! Ich hab einen Bekannten namens Mr. Pokémon... Ja, der hat bestimmt auch einen sitzen. Der hat ein Häuschen, ja, ja, und hat einen seltenen Fund gemacht. Jetzt hat er mir seine E-Mails geschickt und der hat wirklich was Besonderes gefunden. Höchstwahrscheinlich ist es wieder ein Pokémon-Ei. Der hat bestimmt, so was weiß ich, 30, 40 Pokémon, die in paarungswilliger Laune sind, im Hinterhof sitzen und freut sich immer, wenn die Eier legen. Und ist immer, oh, da ist ja schon wieder so ein Ei, mhm! Das mag ich ja! Mh, ich mag, dass, wie mein Ditto sich an meinem Fucano reibt. Uuuuhu! Ja, Professor, das ist, äh, ja, ich könnte der Sache doch nach... Ja, wie schön, danke. Maja, höre ich gerne, Professor. Echt, so. Gucken wir hier mal rein. Und jetzt ist es nämlich schön, dass ich die Screens quitschen kann. Dann könnt ihr mal sehen hier, so. Klingeling. Ja, mal Pokémon. Ich dreh das jetzt einfach und wenn wir anhalten, nehmen wir das, was wir kriegen. So, hier, Kani-Mani kriegen wir. Jawohl, das nehmen wir. Da, schau mal, das ist er. In diesem Ball steckt das Wasser-Pokémon Kani-Mani. Berühr ein Ball. Oh, mit Touchscreen. Hier, wartet mal. Klick. Willst Kani-Mani das Wasser-Pokémon? Jawohl. Ja, ja, Sidric erhält Kani-Mani. Und wir haben ja in der Tat auch ein Plüsch-Kani-Mani. Und dieses Plüsch-Kani-Mani hat logischerweise auch einen Namen. Es hat einen wunderschönen Namen. Es heißt nämlich... Mit nur einem... Und ich weiß nicht, wie man das schreibt, aber wir versuchen, der ganzen Sache mal... Einen guten Namen zu geben. Bist du mit... Als Spitznamen einverstanden? Jawohl, bin ich das. Aber sowas von. Dann gehen wir mal wieder auf den oberen Screen. Na, was sagst du? Mit einem Pokémon spazieren gehen? Das ist schon eine sehr entspannte Sache, oder? Kani-Mani währenddessen hinterher... Rastet völlig aus, tanzt, tritt das Labor kaputt. Ja, ist doch schön entspannend, oder? Genieße das Gefühl auf dem Weg zum Haus von Mr. Pokémon. Und wenn ein Pokémon verletzt ist, dann dürfen wir jetzt erstmal einen trinken, weil wir ein Pokémon gekriegt haben. Also Prost, liebe Leute. Na, wenn mein Pokémon verletzt ist, dann kannst du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Das ist ganz leicht. Du musst nur den PC auf meinem Schreibtisch untersuchen. Jedes Mal, wenn Mr. Pokémon auf Reisen geht, dann hat er ein Ei gefunden. Ja, ja. Ich kann mir das vorstellen, wie der Typ sich in Raubvogelnest da reinstürzt, um Eier zu klauen. Also, was ist denn los jetzt hier? Na, Afro-Samurai, was willst du? Hey, ciao. Das kannst du doch haben, oder? Vertränke. Hm, danke. Nicht, nö, echt. Na, na, danke. Das ist doch schön. Skywriter, du kannst einen Pien, Wumpel oder einen Dratini nehmen. Dann würde ich doch mal sagen, nimm das Wumpel, damit dein Rivale das Dratini kriegt. Das ist doch mal eine Ansage. Jawohl. Zu Beginn sind nämlich alle Pokémon leicht zu verletzen. Leicht zu verletzen. So, oh, was ist denn hier jetzt wieder verkehrt? Und wer ist eigentlich dieser Gaffer oben links? Na? Alles gut? Zeidrik, das Pokémon, das du bekommen hast, ist ein Kanimani, stimmt's? Das ist ja echt ein tolles Pokémon. Wenn du spazieren führst, wird es immer zutraulicher werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen und mit ihm zu reden. Und warum stellst du es nicht auch mal deiner Mutter vor? Man sieht sich. Tschüss. Wechseln die Rivalen Pokémon bei Randomizer jeden Fall? Äh, das, äh, ich glaube nicht unbedingt. Äh, ich glaube, den Start-Pokémon behalten die oft. Das kommt immer darauf an, wie du den Randomizer eingestellt hast. Na, hallo? Ja, es niest einmal heftig. Ja, der ganze Boden ist völlig nass. So, dann gehen wir mal. Ich rede jetzt nicht mit meiner Mama. Ah, verflixt! Oh, Zeidrik. Du bist aber ein ungezogener Junge. Na, soll ich wieder die Gerte holen? Das, das ist deiner Mutter aber nicht, nicht bekommen. Oh, nee, bitte echt. Was soll denn das? Wo ist denn dein Puck gekommen, hä? Hast du dich aber zu Hause liegen lassen? Frag doch mal deine Mutter an. Hat die einfach mein Handy eingezogen, damit ich nochmal Hallo sage? Mama, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin zehn Jahre alt. Ja, sofort mein Handy. Ich ziehe aus. Ach je. Das ist ja ein niedriges Pokémon, Zeidrik. Hat die das? Nee. Das Handy her. Oh, das hört sich aber nach Arbeit an. Ja, Mensch. Na ja, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist wieder. Ja, jetzt sofort her damit. Der Pokémon ist ein kleiner Computer. Ja, ja, das ist ein Smartphone. Geh. Junge, geh doch mal mit der Zeit. Nee. Jetzt auch schon bei Pokémon. Das ist das aber. Willst du wissen, wie man telefoniert? Nein, Mama, will ich nicht. Gut, ich lese dir. Nein, ihr habt ein Nein gesagt, Mutter. Warum? Ich habe das nie verstanden. Egal, ob du Ja oder Nein sagst. Ihr klärt dir das trotzdem. Mutter. Mutter, ich bin zehn. Ich bin erwachsen. Ich gehe schon an die Universität. Ich studiere Quackologie. Und das hier ist mein Hauskrokodil. Quacki. So, alles gut. Hä? Sitzt still da und betrachtet den Himmel. Ja, ein schöner Himmel, ne? So. Ja, jetzt aber eine Mission, Kleiner. Wir gehen jetzt raus. Ach du Kacke, was ist los? Hey, warte doch mal eben. Ja, ja. Kleinen Moment. Mann, beinahe habe ich es vergessen. Ich habe doch gehört, jetzt mal, wenn du angerufen wirst, musst du einen trinken. Deswegen hier hast du mal meine Telefon. Ach, bitte nicht. Hören Sie auf, Professor. Ach, wirklich nicht. Gut. Dann rufe ich dich bald mal an. Tschüss. Lassen Sie das bitte bleiben. So. Ignoriert bitte das Geflacker vom Gras. Das ist normal. So. Schauen wir mal, was sich hier so ergibt. Hallo. Da ist schon der erste Encounter. Ein Taubi. Kein Problem. Los, Quack. Jawohl, wir dürfen auf der Route eh nichts mehr fangen jetzt, wo wir das Taubsee gesehen haben. Denn, ich bin keiner von den Leuten, die sagen, wir haben doch noch gar keine Pokébälle. Dann darf ich die Route doch doppelt zählen, oder? Nein, darf ich nicht. Mal ganz ehrlich. Wenn ihr später mal irgendwie keine Pokébälle kauft, wenn ihr mal sagt, ja, auf der Route darf ich jetzt aber noch was fangen, weil ich hatte ja nie Pokébälle dabei. Dann ist das aber ganz viel Schindluderei. Das lasse ich nicht gelten hier. Deswegen. So. Wie schön, dass man mehr als zehn Nummern speichern kann. Und wie schön, dass ich nicht jedem meine Nummer geben brauche. Hey, guck mal, Minimogelbaum. Wie schön. Das Item oben links, oben rechts, oben rechts, hier holen wir uns trotzdem noch. Aber das ist am Anfang immer noch so langsam, ne? Na, Taubi? Taubi. Und Crack. Crack, Crack. Jawohl, Taubi. Du kriegst jetzt richtig einen Einlauf. Das ist hier richtig im Stereo, ne? Ich höre Kanimani auf dem linken Ohr und Taubi höre ich auf dem rechten Ohr. Ich glaube, es ist eine offizielle Regel, dass die Nasslock erst mit den ersten Bällen beginnt. Nicht bei mir! Das ist ja das Schöne daran, wenn ihr mal hier selber einen Scream macht. Und ich kann mir ja aussuchen, was meine Regeln sind. Nee, nee. Wir dürften aber sowieso 1000 Pokémon gefühlt fangen. Da müssen wir jetzt hier nicht auf den ersten 20 Routen gleich 6 Pokémon fangen. Das muss ja nicht sein, so. Immerhin dürfen wir die Visos hier alle kaputt boxen, dass es doch auch schon was Schönes. Dann kriegt er erstmal schön ein paar Level-Ups. Oh, Mensch. Da hat er gleich mit seiner Lupe gesagt. Ah! Zwei! Ich habe den Täter gefunden. Es ist... Er hat meine Schokoriegel aufgegessen. So. So, dann kratzen wir dem kleinen Häschen mal die Augen aus, dass er bloß nicht mehr weiß, wo es nach Hause geht. So. Und dann klemmen wir uns den unter den Arm und verkaufen ihn an den lokalen Metzger. So, Level 6. Hurra! So, Spezialangriff ist nicht sonderlich hoch. Das ist natürlich eher ärgerlich. Haben wir zufällig einen Spezialangriff Down Personality? Das wollte ich mal nachgucken hier. Äh, so. Zeig mal her, was hast du denn? Dann, du hast, äh, Spezialangriff runter, Angriff hoch. Das ist natürlich schön. Da müssen wir wohl physische Wasserattacken finden. Welche Wasserattacken sind denn physisch? An einem Wasserbaum muss ich ins Gesicht klatschen. Das ist auf jeden Fall sehr physisch. Einen Trank gefunden. Hurra! Keine Sorge. Weiß, was los ist. Der kriegt das hin. Kaskade. Ja, Kaskade ist physisch. Dann machen wir mal Kaskade später. Na, das geht ja schon. Ein Taubi, hurra! Ist das nicht schön. Ich meine, wir können ihm da noch Stärke beidringen oder sowas. Ich meine, warum nicht? Dauert nur eine Weile, ja. Macht ja nichts, ne? Ist ja auch nicht gesagt, dass wir überhaupt so weit kommen. Also, macht das ja wirklich nichts. Jawohl, ein Volltreffer! Nimm das, du alter Vogel! Ja! Erfahrungspunkte! Das ist es! Das ist es! Wir machen dir Level 15, bevor wir beim ersten Orden ankommen. Wenn so viele Random Encounter kommen, machen wir das wirklich. Eiszahn und Biss sind ja schon mal... Reicht da wieder Karten? Ja, das stimmt definitiv. So. Ach, der Kleine wird schon klarkommen. Der war ja sowieso schon immer so ein bisschen so ein physischer Typ. Der war ja getanzt und gebissen und Leute umgeschubst. Der war halt nie so wirklich bedacht, der Junge. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass er da nicht die Selbstkontrolle hat, da mal eine stabile Hydro-Pumpe rauszusausen. Das kann man sich wirklich schon vorstellen. So. Aber keine Sorge. Wir kommen klar. So. Ich meine, schaut ihn euch an, wie er tanzt. Er ist so niedlich. Der kann nicht stillstehen, der Kleine. So, ist doch gut. Ah, mal Level 7. Jetzt aber mal durch hier. Ich will jetzt hier langsam mal... Da ist der Speicher-Opa, mit dem reden wir jetzt nicht. Sonst sagt er uns noch, ich soll das Spiel speichern. Soweit kommt doch Spiel speichern hier. Hier wird nichts gespeichert, hier wird zerstört. Leben werden hier zerstört. So. Einmal durchgebobst du hier. Da können wir auch nach Rosalstadt oder Rosalia City. Rosalia City. Wo war denn dann nun? Jetzt gab es aber auch Rosalstadt. War das ja der dritten Generation dann? Weiß ich nicht. Du bist noch nicht lange Trainer, oder? Volltreffer. Jetzt habe ich dich erwischt. So, das ist kein Problem. Denn ich bin der liebe Opa und du kommst jetzt mit mir mit. Ich sagte, komm mit. Ich rufe deine Mutter an. Nee. Tut mir leid. Du hast doch keine Turbo-Träder, richtig? Dann gehe ich ganz langsam. So, bitte. Aber bitte, bitte, bitte. Ich habe keine Freunde und ich spiele mal alleine mit mir Bingo. Ich los dann die Zahlen aus und dann habe ich verloren. Tut mir leid. So, und das hier ist rot. Ja. Wie schön. Rot ist eine tolle Farbe. Und guck mal. Das da. Das ist blau. Ja. Blau. Und rot. Die vertragen sich nicht gut. Da wird nämlich lila draus. So, und wie Sie sehen, da könntest du lang gehen, wenn du ganz weit von mir weg willst. Ja, nur so ein Hinweis. Wenn du ein Stück weiterläufst, findest du richtig das Haus von Mr. Pokémon. Da hat er seine Eierfarm. Ja, der macht ganz viele Eier. Der legt jeden Tag mindestens drei Stück. So, und das hier, das ist das Wasser. Da versenken wir die Leute, die, die, naja, nicht, nicht, die sich nicht freuen, wenn sie von mir was erklärt kriegen. So, ich bin dann mal weg. Gut. Und das hier ist mein bescheidenes Zuhause. Und als Dank dafür, dass du mich begleitet hast, kriegst du ein paar Toboträter. Hier, nimm gleich meine. Die sind schön warm. Ja, ja, wie toll. Das war nur ein Witz. Hier hast du ein paar neue Schuhe. Ich wünschte, ich würde mal so ein Obermächtenleben treffen. Hier hätten wir nämlich gerne neue Sportschuhe. Ja, und dann steht da irgendwas auf dem Zettel, aber ich kann nichts lesen. Ja, früher mussten wir nicht lesen. Früher haben wir einfach Leute geschlagen, die gelesen haben. So, so sieht es nämlich aus. So, und jetzt können wir rennen. Das ist schön. Zeitwurz. Dann können wir ja mal weiter... Och, was ist denn jetzt schon wieder verkehrt? So, nee. Haha, nee. So, Glück gehabt. Ein bisschen später, du bist weg gewesen. Ich hab noch ein Geschenk für dich. Hier, bitteschön. Oh, wie schön. Der Opa hatte ja ein paar Privatfotos aus seiner Jugend gezeigt. Danke, Opa. Wie schön. Okay, Opa, ja. Opa, Opa. Ist gut jetzt. Du sagst in der Badehose echt knackig aus, aber lass mich in Ruhe. Hm, sah er wirklich. Wie schön. So, Route 30. Und auf Route 30 wird auch nichts mehr gefangen. Mit Ansage hier. Schade, dem ich ein 1-8-Haupt-Sie sein könnte für unser Team. Aber so weit kommt es hier noch. Das gibt es hier nicht. So, einmal Aqua-Knarre. Das macht das schon nicht sonderlich viel Schaden. Vielleicht sollte ich auch mal einen Trank... Ich hätte ihn noch heilen gehen können. Ach, Quatsch. So, einmal durchgespült hier. Was für ein Bild hast du denn jetzt im Kopf? Der Opa ist vielleicht 20x20 Pixel groß. Da dürfest du nicht sonderlich viel sehen. Wage ich mal zu behaupten. So. Hast du gut gemacht. Besicht. So sieht das aus. Ui, ui, ui. Ja, ganz viel Erfahrungspunkte. So, schleichen wir uns hier mal so ein bisschen um die Ecke, wollte ich gerade sagen. Hey, aber dafür triggert Sturzbach bald. Das ist doch auch was Schönes. Alles schon wieder Level 4 hier. Hat er eigentlich am Anfang keine Beere dabei? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass die immer so eine Beere auf dem Plan haben. Hat er nicht, ne? Oh, macht nix. Macht nix. Vor allem, wir machen ja mal ein bisschen Risiko. Ziehen das Loch schnell zu Ende. Bisschen Nass spritzen hier. Wir gießen die Tauben. Die freuen sich was. Oh, 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 ja hier. Hier, guckt euch das an. Auf Kante. Auf Kante ist das. So, ich gebe mal kurz einen Trank. Das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Wie schön. Macht nix. Hat der Kleine gar nicht mitgekriegt. Der ist viel zu glücklich dafür. Ein Volltreffer. Sehr schön. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Also muss hier auch ein bisschen Action. So. Wollen wir mal den Bären-Opa besuchen gehen? Können wir gleich mal machen. Ich nehme erstmal noch den Trank hier mit. Das wäre ein sehr kurzer Stream gewesen. Ja. Danach hätte ich einfach Hello Kitty Online gespielt, wenn das jetzt zu Ende gewesen wäre. Hätte da auch alles Spaß gehabt. Gebt's doch zu. Ja, noch ein Level 4 Taubsee. Aus. Okay, äh, ja. Komm, besiegen wir das hauptsächlich noch. Macht ja nix. Wenn man mal ein bisschen vorlegt, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Du hast innerhalb von einer Stunde mal drei Nasslocks verkackt, weil du so viel Pech mit dem Randomisen hattest, ja? Manchmal ist das so, ne? Das passiert halt, wenn man die Typen und die Attacken auch randomizt. Dann hat man auf einmal ein Pokémon, was irgendwie keine Attacke hat, die Schaden macht. Und dann hat man ein Problem. Hello Kitty Online Trinkspiel, ja. Jedes Mal, wenn irgendwas pink ist. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Jedes Mal, wenn du diesen Baum anschüttelst, kommt da oben ein Fußball raus. Na? Hey, meist meiner Besucher verwechseln mich mit Mr. Pokémon. Aber du bist extra für mich hier. Nein, ach, scheiße. Naja, egal. Aprikoko-Bäume haben Früchte. Und die kann man essen. Ja, das ist ganz toll. Und die lassen sich für jede Menge andere Dinge benutzen. Das ist ja nützlich. Dann könnte ich dir das hier geben. Eine alte Superbox von meiner Oma. Ihr Geister wohnt noch da drin. Hallo! Pack doch mit mir einen Pflaumenkuchen. Du bist jetzt ein Wasch-Echter. Ein Wasch-Echter. Ja, ein Spiritual-Medium. Ja, ja. Ich bin die Oma. Gib mir Beeren für meine Torte. Die ist aber noch nicht reif. Warum pflückst du die denn schon? Eine Oktillerie mit Läuterfeuer. Wie schön. Was haben wir denn hier? Ein Raubels. Na, Raubels? Alles frisch? Los! Isst den. Der schmeckt gut. Daraus kann man gute Burger machen. Das schmeggelt. Keine Ahnung, warum ich gerade getrunken habe. Aber man kann ja auch einfach mal so mittendrin trinken. Das ist bestimmt später gar nicht schlimm. Da kann ich doch jetzt schon mal meine ganze Zeit da leer trinken. Also wir levelen sollten wir aber jetzt nicht, sonst ist er am Ende noch overlevelt. Was haben wir denn hier? Ein Gegengegift. Ist das schön. Kommt jetzt hier nicht der Routenübergang zu Route 31? Chaos-Mister-Pokémon ist geradeaus. Das ist noch Route 30. Bitte nicht Route 31. Ne, das ist noch Route 30. Das heißt, was hier passiert, ist völlig egal. Na, Raubels? Alles gut bei dir? Los, iss sie. Hau sie alle weg. Ja, der Anfang ist immer noch so ein bisschen uninteressant hier bei Pokémon. Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt mal unsere Poké-Bälle kriegen. Dann kann das nämlich hier richtig loslegen. Ansonsten kann ich euch ja noch Geschichten aus der Jugend oder sowas erzählen. Wir waren ja heute wieder schön essen, ne? Also an sich war auch ein schöner Samstag. Ich weiß noch nicht, was bei euch so los war heute. Aber wir waren wieder schön beim Asiaten unseres Vertrauens in der Innenstadt. Und ich hatte... Na, was war das denn? So ein Chicken Chow. Das war ganz lecker. Also normalerweise esse ich entweder Sushi oder... Ja, so Sommerrollen esse ich gern. Die hatte ich auch als Beilage heute wieder, aber... Ah, heute war nicht so viel Besonderes. Ich glaube, nächste Woche esse ich mal Udon oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall haben die sehr, sehr viel Auswahl. Deswegen weiß ich immer nicht so ganz, was ich essen soll. Aber ich habe da auch noch nichts gegessen, was nicht geschmeckt hätte. Also, das war sehr, sehr schön. So uninteressant war das eben nicht. Nee, nee, definitiv nicht. So, Hallöchen, na? Wer bist du denn? Jo, ho, ho. Da musst du, musst Cideric sein. Ich bin derjenige, dem der Professor Lind vorhin diese E-Mail geschickt hat. Ja, ja. Ich bin Mr. Popomon. Und ich mache ganz tolle Dinge mit Pokémon. Hier, schau mal. Das ist mein Fotoalbum. Äh. Nimm sie das weg. Ja, das ist das Objekt, das Professor Lind für mich untersuchen soll. Ich finde, das sollt ihr die Kripo untersuchen, mein Freund. Ihr habt natürlich ein Foto davon gekriegt. Schön, danke. Ja, was hältst du denn von diesem Ei? Ja, das ist meins. Ja, danke, toll. Hast du gut gemacht, ne? Ich bin sehr stolz. So, was hast du bestimmt noch nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Und sowas möchte ich auch nicht nochmal sehen. Nimm sie das weg. Wirklich. Ja, auf dem Wied der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 1. Das sagt selbst Professor Eich. Du gehst jetzt wieder zum Professor, nicht wahr? Dann solltest du deinem Pokémon vorher eine Kleid zum Hause gönnen. Hier, komm mal her. Nein. Nehmen sie ihre Pfoten von meinem Krokodil. Ho, ho. Das tut mir aber leid. Das macht er öfter. Du bist also Cideric, ja? Ich bin Professor Reich. Und ich bin, äh, ja, mein Freund besuchen. Den alten Professor Pokémon hier. Jaja, mir haben sie den Professor-Titel entzogen, als ich herausgefunden habe, was ich mit meinem Pokémon mache. Jaja, so war das. Ich hörte, du erledigst das bei Professor Lind. Also habe ich gewartet. Und das hier muss dein kleiner Quik sein. Hä? Na, kleiner hat es dir gefallen? Ich hoffe es auch nicht. So, das ist ja schön. Ja, du hilfst ihm also. Na gut, das ist toll. Du siehst aus wie jemand, der sich um seine Pokémon kümmert. Hier, bitteschön. Möchtest du mir auch helfen? Das ist das neueste Modell des Pokédex. Wenn du viele Pokémon fangen würdest, würdest du das natürlich dir einen Trigger anlegen. Aber weil du denn das lock machst, würde das wohl nix. Ja, schade mir hier damit, damit du dich daran erinnerst, dass du niemals was Besonderes wirst, Kleiner. Du wirst niemals alle fangen. Niemals. Ich gehe jetzt zurück und mache eine Radiosendung darüber, wie schlecht du bist. Ja, hier. Und ich gebe dir nochmal meine Telefonnummer, ne? Damit auch ein bisschen was trinken darfst du heute Abend. Tschüss. Danke, Professor Ei. Ich bin echt ein netter Typ. Geht's mir gut? Bitte, bitte lass uns gehen. Der hat Heimweh. Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort, dass der Heimweh hat. Oh nein, das scheiß Telefon. Nee. Prost. Hallo, Seidrich. Es ist schrecklich. Wie soll ich das erklären? Ich weiß es ja selbst nicht. Auf jeden Fall ist es ganz schrecklich. Komm schnell nach Hause. So. Das war der Telefon on the roof. Dann können wir jetzt... Ein Schritt ins Gras und geht gleich wieder los. Also wenn wir die Encounter-Rate haben, dann sind wir so Pokémon Level 100, bevor wir den ersten Orden erreichen. Los. Hau nur weg. Den ollen Sturzvogel hier. Sprü ihn nass. Ja. Das mache ich übrigens in meiner Freizeit auch gerne. Ich stelle mich auch gerne mit dem Gartenschlauch in den Garten rein, warte, bis die Tauben landen und irgendwie ein paar Brotgrübel fressen wollen und dann drehe ich auf Spritzdüse und haue die richtig weg mit dem Strahl. Das ist so ein Hobby von mir. So. Kaffen wir echt noch Level 9, bevor wir den Rivalenkampf haben? Na, der wird sich aber wundern. Der kann sich mal warm anziehen. Ja. Kann er nämlich nicht. Hat nämlich gar kein Vollriegel gekriegt, der Kleine. Der rennt nämlich mit dem laufenden Kopfsalat rum. Und der denkt, aus dem wird mal ein guter Trainer. Nee, das glaube ich aber nicht. So, kratzer jetzt. Hopp, hopp. Los jetzt. Hau ihn weg. Nein, nein. Fadenschuss bei Kani Mani dürfte doch gar nichts bringen. Der zappelt doch so viel rum, dass die Fäden sofort wieder so abfliegen. Weg damit. Jawohl. Ich liebe unseren kleinen, kleinen, der hat richtig was raus. Aber jetzt heute mal Ansage hier. Was ich mindestens schaffen will, ist das Miltank von Bianca umklatschen. Die hat nämlich damals unsere Kristallnasslock gekillt. Das war auch keine so schöne Aktion so, so, so insgesamt gesehen. Aber das heute, das wird natürlich eine ganz tolle Sache. Da bin ich sehr zuversichtlich. Das kann man gut machen. So, sind wir wieder in Rosalia City. Dann gehen wir mal nach Hausen hier. Nach Hausenhauser. Oh no! What is up? Yo, yo! Äh, du hast ein Pokémon aus dem Labor, hä? Was für eine Verschwendung für ein Schwächling wie dich. Was ich damit sagen will, fragst du? Wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich dir eben ganz genau, was los ist. Mein Pokémon hier ist auch nicht schlecht. Wenn ich mal mit dir fertig bin, ja, bleiben keine Fragen mehr offen. Jawohl! Abgedert. Gegen den mysteriösen Unbekannten. Getrunken wird übrigens immer, wenn wir gewonnen haben. Gegen Passant Junge. Indie wird von Passant Junge in den Kampf gesteckt. Los geht das! Schaut euch an. Laufender Kopfsalat mit einem Joker. Wie schön ist das. Oh, Silberblick. Bip, bip. Ja, genau das ist es. Skyward hat jetzt hier schon einen Entale gefunden und genau deswegen machen wir keinen Randomizer. Äh, ein bisschen komisch. So. Oh, du hast mehr Respekt vor Kai mit seinem Kritz. Ich habe mehr Respekt vor Kai. Der hat nämlich das Indie wie er gerade komplett zerkratzt. Der hatte nämlich ein Messer dabei. Er hat den Salat schön in kleine Scheiben geschnitten. Da hast du gewonnen. Bist du jetzt zufrieden? Dann trink mal lieber einen. Arschkopf. Wie hast du mich genannt? Nichts. Prost. So. Du willst wissen, wer ich bin? Dann werde ich dir das sagen. Ich bin Manuel No... Nein, ich bin natürlich der Leute... Ich bin Leute. Genau. Tschüss. Gib mir das. Das ist mein Trainer, was ich nicht verloren habe. Der gehört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Der klaut seinen Pokémon, aber trotzdem selbst einen Trainer passt. Wo hat er den denn her? Ich meine, ich dachte, die werden ausgestellt, wenn du richtig Trainer wirst und dann mit einem Pokémon kriegst. Und nicht einfach, wenn du hier so eine Arschkrampe bist, die ein Pokémon klaut. Na, soll's. Plücken wir nochmal unreife Äpfel. Ich muss die ja nicht essen, ne? Muss ich ja nicht. So, ab in die Box. Die April Coco Box. Dann mal ab nach Hause. Komm. Wir müssen gucken, was so schrecklich ist. Ich denke, das ist Professor Lymns Haarschnitt, aber wir sollten da keine voreiligen Schlüsse ziehen. Schauen wir mal nach. Ja, so sieht's nämlich aus. Dann gehen wir da mal rein. Und bitte keine Sprüche über seine Frisur. Der ist ja recht zimperlich. Oh, scheiße. Er hat die Polizei eingeschaltet. Ich glaube, er hat gehört, was wir gesagt haben. Was willst du hier? Ich stecke mitten in einer Ermittlung zu einem Pokémon-Diebstahl. Und die erste Regel, die es im solchen Fall beachten gibt, der Täter kennt immer den Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende der Täter. Nein, stopp! Halt! Ich bin der Täter! Dieser Junge ist unschuldig. Ich weiß nämlich aus sicherer Quelle, das ist Maya Faye war. Schauen Sie sich dieses Stück Papier an. Ich habe ihr Namen da draufgeschrieben, mit roter Tinte. Hm, meine Memoiren. Mit roter Tinte. Ganz egal! Er hat nichts getan. Bitte, bitte lassen Sie ihn freuen. Oh, so ist das also. Maya Faye, sagen sie. Und du sagst, du hast dir einen Kampf mit dir geliefert. Ja, dann ist ja klar, wer der wahre Täter ist. Es war Manfred von... Nee, keine Ahnung, ist egal. Wie heißt der Junge? Was für ein Junge? Na, der Junge da. Äh, achso, ja, den kenne ich. Äh, der hieß Passant Junge, aber das passt hier nicht rein. Also, wie, 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 wie nennen wir ihn denn? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir gar keine Gedanken umgenacht. Wie nennen wir denn unseren Rivalen? Unser Rivale. Äh, naja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe seinen Trainerpass gesehen, aber da stand auch nur Passant Junge drauf. auf. Äh, ja, das ist echt, äh, äh, das wäre doch echt nicht viel Platz, um einen Namen zu geben. Ne, er hat sieben Zeichen. Äh, Horst, Dennis, Peter. Ja, ich glaube, weil er bringt uns ja dazu, was zu trinken, ich glaube, dann nennen wir ihn Beer Boy. Das ist doch ein schöner Name, oder? Jawohl. Ah, Beer Boy heißt er also. Habe ich das richtig verstanden? Na klar, das ist das Werbemaskottchen von Oettinger. Na, vielen Dank für die Unterstützung. Dann lautet mein Auftrag von jetzt an, den jungen Beer Boy aufzuspüren. Wo ist denn der Beer Boy? Kommt in die Kneipe, ist hier irgendwie ein Beer Boy und alle so, ich, ich. Was ein Glück, dass wir den Verdacht abwenden konnten. Nicht wahr, Seidric? Na, dann bis später. Oh, Seidric, hier war ganz schön was los, sage ich dir. Aber warum erzählst du mir nicht, was er mit Mr. Pokémons großen Pfund auf sich hatte? Ja, oh, Mensch, hat er wieder ein Ei gelegt? Hm, warum ist denn das braun, ey? Das will ich gar nicht wissen. Dann wollen wir doch mal sehen. Das sieht, ja, das ist wohl doch ein Ei. Er hat natürlich recht, aber diese Art von Ei ist nicht auch zu mir. Er hat er wahrscheinlich wirklich selber gelegt. Er hat sich wahrscheinlich nachts mit seinem Ditto unter die Bette gesuggelt und hat gesagt, sag mal Ditto, du kannst doch alles sein, was ich will. Kannst du auch meine verschollene Frau sein? Und dann, dann hat Ditto ein Ei gelegt. Ein ganz tolles Ei. Ganz egal. Außer Mr. Pokémons gibt es heute für die Tage niemanden mehr, der das mit einem Ditto tun wird. Das glaube ich auch sofort. Es ist immer dieselbe Leier mit ihm. Aber jetzt, wo wir das Ei schon mal haben, da wollen wir doch mal sehen, was für ein Geheimnis in sich birgt. Da wollen wir mal reinschauen. Ja. Was? Was ist denn eigentlich ich hätte dir ein Pokédex gegeben? Das ist ja toll. Mensch. Ja, äh, wie schön. Äh, ja, das ist das, ich weiß gar nicht, was ich hier erzähle, aber der Text, der ist so schnell. Wie soll ich das denn alles vorlesen? Sie wissen schon, dass ich hier reden möchte. Ich bin Professor, ich war an der Universität. Bitte hören Sie auf. Das geht alles viel zu schnell. Mit deinem Niveau, deinem Niveau, mein Niveau. Uh. Ich habe Asthma, Kind. Sei doch mal nicht so hektisch. Okay, Seidrich, wenn du es wirklich darauf anlegst, dann rufe ich deine Mutter an und sage, sie soll dich rauswerfen. So, jetzt bist du obdachlos. Was machst du jetzt, hä? Na, und ich, wir wissen schon ganz genau, was wir jetzt machen. Wir reisen jetzt in die Welt und zerstören andere Leute Leben, nicht wahr? Ja, da freut er sich richtig. Streckt sich lang und macht ein Bäuschen. Ich auch. Ich auch. So. Und bevor die Oma uns hier wieder von der Seite anmacht, gehe ich mal meine Mama Hallo sagen. Hallo Mama, ich bin's. Dein Junge. Dein kleiner Seidrich. Die haben gar keine Pokébälle gekriegt. Das ist ärgerlich. Mama, hast du Pokébälle für mich? Mama! Du möchtest also auf den Abendmauer gehen, hä? Du hast natürlich meine volle Unterstützung. Lass mich überlegen, was ich tun kann. Ach ja. Ja, ich hab ne gute Idee. Jedes Mal, wenn du Geld verdienst, dann gibst du mir was ab. Das nennt sich Miete, so ein Mann. Ich hab immer noch das Sorgerecht, du kleine Arschkrampe. Und jetzt verschwinde. Wie schön, Mutter. Danke. Was hältst du von meinem Sparplan? Bist du einverstanden? Oder muss ich das Jugendamt anrufen? Ich bin einverstanden. Es tut mir leid. Okay, du kannst auf mich zählen, aber pass gut auf, ja? Und deine Pokémon, ihr seid ein Team, ja? Berge und so. Berge! Wieder da, hä? Wie schön. Dein Zimmer oben ist aufgeräumt und wartet wie immer nur darauf, dass irgendwer anders es mieten kann. Wie schön. Oder bist du vielleicht wegen deinem Geld hier, hä? Hast du was auf der Kralle, ne? Willst du mir was geben? Nein, will ich nicht. Wie schön. Übernimm dich bloß. Nein. Lasst mich gehen, bitte. Hallo. Na, geht's gut, Lyra? Oh, bist du auch rausgeworfen worden? Naja, dann sind wir halt beide obdachlos, Seidric. Macht ja nix. Mit Hilfe von Pokémon kann man wilde Pokémon fangen und die halten einen nachts schön warm. Komm doch mal mit. Okay. Oh. Jawoll. Merrill, Merrill, Merrill. Ich, ich, ich. Ich bin ein, bin nicht du. Ich. So, ungefähr funktioniert das. Wie? Konntest du gar nicht sehen, was da passiert ist? Na, dann führe ich das eben nochmal vor. Jawoll, los geht das. Was haben wir denn hier, Feines? Ich bin ein Rat. Das ist ein Rat. Los, Merrill. Ich bin kein Rat. So, und jetzt. Vorsicht. Kampf. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Oh, 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 oh. Was ist, oh. Jetzt hab ich ihm aber gezeigt, wer hier der Hase ist. Prima, ich hab die KP vermindert und jetzt kommt der Ball. Saksophon. Und dann spielt ihr mit Saksophon. Mit. Wir machen das ganz langsam, damit Oma das auch mitkriegt. So. Jetzt aber. Einmal draufgeknallt, hat er richtig Kopfschmerzen und dann klemmst du dir das Ding einfach unarm und sperrst es in einen Käfig in deinen Keller. So einfach ist das. Funktioniert übrigens auch mit Steinen. Wie schön, Lyra, danke. Einwand frei. So. So sieht das nämlich aus. Und wenn du so wie ich ein freier Mensch bist, der nicht an die Ringen einer Nasslocke bunden ist, dann fängst du einfach alle Pokémon. Hurra. Und verkaufst ihr Fleisch auf dem Schwarzmarkt. Dann kannst du dir vielleicht eines Tages auch ein Haus leisten. Die kosten zwar sehr viel in dieser Welt, weil wir oft 20 Personen nur ein Haus besitzen, aber vielleicht hast du ja Glück. So. Vielleicht sollten wir vielleicht aufhören mit Pokémon zu arbeiten und Architekten oder Baumeister ausbilden. Das würde unsere Krise vielleicht lösen. Wir haben nicht mal Straßen, die zwischen den Städten hin und her führen. Was soll's. Ich renne gern durch den Wald. Egal, hier bitte. Die kannst du haben. Ich gehe dann mal. Tschüss. Danke. Man sieht dich. Nettes Mädchen doch. Durchaus. Was sagst du denn dazu? Ich, äh, habe in der Sache nichts zu tun, okay? Okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Halt dich da ruhig raus, wenn du möchtest. Stört mich. Oh. Ja, wildes Pokémon. Dürfen wir nicht fangen. Mit Ansage dürfen wir nicht fangen. Es ist ein Visor. Gib den her. Ich gehe den fangen. Nein. Nein, wir dürfen es nicht fangen. Reiß dich zusammen, True. Du hast dir die Regeln gesetzt und du hältst die Regeln jetzt auch ein. Es tut mir leid, kleiner Hase. Es tut mir wirklich leid. Er ist perfekter Fang. Ich will ihn haben, aber es tut mir leid. Es tut mir leid, kleiner. Wir hatten ein tolles Abenteuer miteinander, aber es soll heute einfach nicht sein. Ich habe mal komplett Pokémon Silber nur mit einem Visor durchgespielt. Es war wunderschön. Es war wirklich wunderschön. So. Bitte. Bevor ich hier noch weine, gehen wir weiter. Was haben wir denn hier? Ah ja, und vergesst nicht die Sonderregel. Sollten wir ein Shiny-Pokémon finden, was ich nicht glaube, dürfen wir es fangen. Weil das sozusagen Glück ist, ja? Und Shiny-Pokémon werden auf jeden Fall mitgenommen. Aber ich meine, die Chance ist ja sowieso so niedrig und wir grinden ja auch nicht. Also, das ist ja absolut gar kein Problem. Wie ich finde. So, Ratterfratter wegbesiegt. Wegbesiegt! Jawohl! Ja, fast Level 10. So, aber ich wäre ja nicht schlau, wenn ich nicht wüsste, dass hier im Norden eine Route ist, auf der wir noch nicht waren. Das heißt, wir können uns hier unser erstes Pokémon fangen. Route 466, Drive 4.8. So, was ist denn los hier? Jawohl, jetzt hier unser erster Encounter, den wir fangen dürfen. Und es ist... Jawohl! Es ist der Sparbicht! Überlebt der einmal Raserei? Nein, ich bezweifle das. Der ist Level 2. Oh nein! Pokéball! Los jetzt! Äh, ja, genau, das habe ich... Oh, verflixt. Äh, ja, das ist jetzt ärgerlich. Ähm, oh, Heula ist gut. Heula ist sehr gut. Senkt unseren Angriff. Dann können wir nämlich einmal hier was machen. Ja, das dürfen wir fangen, weil stationäre Pokémon, also alle Pokémon, die man auf der Overworld sehen kann, darf man auch fangen. Wobei da die Sonderregelung zusätzlich gilt, dass wir legendäre Pokémon nicht behalten dürfen, wenn wir sie... also nicht ins Team nehmen dürfen, wenn wir sie fangen. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Suicune fangen, dann darf das nicht ins Team, aber wenn wir einen Mogelbaum fangen, dann dürfte das ins Team. Das ist so die Abgrenzung, die ich da mache. Sparbicht. Grit Incoming. Ne. Ja, Grit Incoming, aber vom Sparbicht. Nicht von... So, jetzt aber Sparbicht. Du kommst mit. Ich hoffe, Sparbicht passt in den Namen rein. Komm. Los, Sparbicht. Du willst es doch auch... Nein! Wunst du noch oder lebst du schon, du Arschkrampel? Nein! Der krittet ja nur, wir brauchen den. Das ist das perfekte Pokémon. Der erwehrt sich. Wie ein Arschloch. Komm jetzt mit. Sofort hier. Nein! Sparbicht! Ich habe doch nur zwei Poké Melle. Könnt ihr nicht nochmal Heuler machen? Das wäre doch ganz nett von ihm. Der kritt nicht ist das. Bitte. Bitte. Ich habe nichts falsch gemacht. Jawohl! Der Sparbicht. Ich habe alles, was ich wollte. Ich habe ein Sparbicht. Für Habitat gibt es einen neuen Eintrag im Poké Dex. Es flottert mit deinen kleinen Flügeln, um Insekten aus dem Gras zu scheuchen und dann frisst er sie auf. Lol. Wie schön. Möchtest du dem Habitat einen Spitznamen geben? Ja. Möchte ich nicht nur, muss ich sogar. Und es passt. Wie schön. Wie schön. Das ist der Sparbicht. Ziel erreicht. Stream vorbei. Ja, so sieht das aus. So, jetzt müssen wir mal kurz nach Rosalia City. Den Sparbicht mal wieder. Auf. Aufpäppeln. Damit der auch trainiert wird. Ich meine, hier dürfen wir eh nichts mehr fangen. Na, gucken wir doch einfach mal. Lolololololololol. Wilde Encounters. Hallo. Ich bin ein Vogel. Ja, das bist du. Nicht wieder mit dem Gartenschlauch, bitte. Doch, das tun wir jetzt. Oh, nein. Du wartest bloß, dass ein Random Crypt kommt und Sparbicht stirbt? Du bist das Problem. Du bist das Problem. Sparbicht ist ein Meister seiner Zunft und er wird hier nicht sterben. Nicht unter meiner Aufsicht. Aber der Angriff von Kröck geht aber ganz schön hoch. Also wenn wir dann mal wirklich physische Attacken lernen sollten, dann wäre das eine ganz tolle Sache. So. Aber Moment, trinken. Ja, stimmt. Wir haben Pokémon gefangen. Danke, Dennis. Hammer. Haben wir nicht dran gedacht. Guckt, dass hier einer aufpasst. Also wir kaufen jetzt definitiv erstmal ein paar Pokébälle. Und du erinnerst mich dran, wenn Sparbicht stirbt. Du bist das Problem. Du bist hier das Problem. Definitiv. Schön, meine Pokémon sind wieder topfit. Aber es ist ja ganz schön, dass Skyrider und Mafix sich heute nicht gegenseitig anheizen können. Sonst wäre bei den beiden wieder Phase. So, wir gucken hier mal. Sparbicht. Was hat er denn so? Mal reingeschaut. Mal reingespart. Was hat er denn? Mark ist zu entspannen. Der ist ja auch ein Sparbicht. Der hat hohe Initiative und niedrige Spezialverteidigung. Wenn da eine Elektroattacke kommt, dann ist das aber direkt Sense. Oh Mann. Oh Mann. Also Sparbicht, komm mal nach vorne. Wir brauchen deine heldenhaften Aktionen jetzt hier in Action. Schaut ihn euch an. Das ist der Sparbicht, ne? Ich bin, naja, ich weiß nicht. Glücklich? Beschnüffelt die Blumen. So, wenn wir dem Sparbicht in den Supermarkt kriegen, dann kriegen wir auch ein super tolles Sonder-Premium-Angebot. Dass ich Pokémon ignorieren kann, die ich schon habe. Nein, mit der Regel schwimmen wir auch nicht. Wir machen hier keine Regeln, die uns das Leben einfacher machen. Und wir machen hier nur Knack, Knack auf den Sack. So, kann ich helfen? Ja, das können sie. Wir geben mir jetzt mal hier, äh, ja, davon hätte ich gern, äh, 10 Stück hätte ich davon gerne. Nicht 17. 10 reichen mir. Ja, wobei, machen sie mal 15. Man will ja auch ein bisschen was haben, ne? Dankeschön. Und weil du den Sparbicht dabei hast, kriegst du natürlich auch noch hier ein Schnäppchen dazu. Ja, dankeschön. Dann hätte ich gerne, äh, nur zur Sicherheit mal so drei Gegenkifft. Man weiß ja nie, nicht wahr? Muss man gesagt haben. Und ein paar Reile nehmen wir auch noch mit. Wenn wir die hier schon mal haben, ne? Dann gehen wir auch noch mal sicher. Gibt es denn noch etwas? Ne, ich geh dann mal. Schön. Ja, schön. In der Tat. Komm, Sparbicht, wir haben eine Mission. Stellt euch mal vor, Pokémon, die sagen ja im Anime immer ihren Namen, aber stellt euch mal vor, Pokémon würden immer den Namen sagen, den ihr ihm gegeben hättet. Und das Ding würde einfach hinter uns herlaufen und die ganze Zeit, Sparbicht, Sparbicht. Das wäre doch mal eine Sache. Ich hätte ihn auch Sparbicht nennen können. Ja, ne, aber ich wollte ihn Sparbicht nennen, weil er so ein bisschen Discount-Pokémon ist hier. Och, guck mal, Sparbicht, das ist doch dein Mittagessen. Äh, ja. Und wir wechseln natürlich, solange Sparbicht Level 2 ist, mal auf... Damit das mit diesen random Crits, die ihn umbringen, auch gar nicht erst passiert. Weil dem ist das völlig egal, ob der Level 3 Raub die Tackle einsetzt. Also, so wirklich egal. Kratzen wir einfach weg und dann ist gut. Fast gewon-hitted. Hätten wir es fangen wollen, dann ist das ziemlich gut gewesen. Aber, wieso nicht? Ja, ist ja unegal. Macht ja nichts, stört ja keinen. Wir können ihn auch einfach wegkratzen und dann ist Sense, Sense-Gelense. Hier, kratz, kratz, einmal weg und tschüss. Raupi ist zerstört. Der Sparbicht kriegt 11 EP. Kriegt 11 EP. Die Deutsche Bank kriegt 11 EP. Wir alle kriegen 11 EP, so. Dann gehen wir hier mal hoch. Kennt ihr den Jungen hier? Das ist ein ganz besonderer Junge, nicht wahr? Hallo! Eigentlich bin ich ja mein Team nach einer Niedersager aufzustocken. Aber du wirkst während schwächelig auf mich. Prima, dich knöpfe ich mir vor. Ansage! Julian! Julian! Er ist nett und ein geiler Typ! Hier! Radefratz! Sparbicht, jawohl. Also, Sparbicht, das tust du dir jetzt mal nicht an. Ich glaube nicht, dass das so gesund für dich ist, gegen das Top-Percentage aller Ratatatats hier zu kämpfen. Das geht, glaube ich, nicht sehr gut aus. Mit der Telefonnummer, ja. Ein Schaden macht dir. Das ist hier wirklich Top-Percent. Oh nein, der hat Schnupp-Zuck-Hieb. Das macht sogar drei Schaden. Aber das stört uns nicht, denn... Der hält mit der Wasserdüse auch auf alles klein hier rein, was im Garten so sein Unwesen treibt. Da haben die keine Chance. Einfach mal nass geschnibbelt hier und dann ist gut. Und es tut mir echt leid, Radafrada. Aber das war nix. Jawohl, Sparbicht, der erreicht Level 3. Sparbicht! Oh, der kriegt Angriff gut dazu, aber kein Spezial... Oh, das stört mich ja nicht. Angriff hoch ist gut. Und... Kriegt ein bisschen EP. Oh nein, jetzt sind mir die Pokémon ausgegangen, aber das macht ja nix. Willst du meine Telefonnummer haben, wollen wir beide Freunde sein. Ich hatte noch nie einen echten Jungen. Ich meine, einen Freund. Ja, von mir aus. Wir müssen jetzt noch nicht trinken, erst wenn er uns anruft. Prima, ich rufe an, sobald wir nach einem Kampf... Ja, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Mach dir keine Mühe. Okay, wie geht's dir so? Alles frisch bei dir? Ich möchte noch ein Pokémon trinken. Auch dann, da wollen wir auch mal einen anderen Kampf machen. Oh ja, das ist in der Tat. Wie schön. Na? Dietrich? Dietrich hat einen Taubsi. Los, Sparbicht! Sparbicht. Jawohl, Sparbicht. Jetzt gibt's... Ah ja, Schnabel. Komm, Sparbicht. Du kriegst ihn. Du bist ein Level rüber. Oh! Sparbicht! Das ist er. Das ist unser Junge. Der Sparbicht, der zerstört euch alle. Der ist ja nur am Kritten. Und Level 4. Jawohl, Sparbicht. Das ist die Nummer 1. Als nächstes. Als nächstes gibt's Ratspratz. Ja, da bleiben wir kurz bei Sparbicht, dass er auch EP kriegt. Und dann wechseln wir halt wieder auf... Na ja, reicht Sparbicht doch demnächst ein solides Level. Sparbicht kriegt ja im Knufenser-Turm auch das Training seines Lebens. Aber bis dahin ist er auch im Moment hin. So. Dann geht's los. Was richtig geil wäre, wäre natürlich, wenn wir in der Finsterhülle einen Dummiesel fangen würden. Der würde aber auch sowas von ins Team kommen. Aber ich glaub nicht dran. So, spritzen wir den mal weg, den kleinen Ratterfratz. Das war kein Problem. Jawohl. Und dann hat Dietrich auch ausgedient. Nicht wahr? Das ist seltsam. Vorhin hab ich doch gewonnen. Mein Anteil wurde nach Hause geschickt. Jaja. Irgendwann muss er die Miete bezahlen. Meine Mutter tut's auf jeden Fall nicht. Definitiv nicht. Die gute Frau. Was ist denn hier los? Ich selbst bin keine Trainerin. Aber wenn der Trainer in die Augen sieht, dann soll er sich auf einen Kampf vorbereiten. Ja, mach ich. Kein Ding. Mach ich. Ich suchte Käfer-Pokémon noch. Ich fand einen Trainer. Versuch's doch mal im Gras und nicht auf der Straße. Nein, das ist... Das ist... Keine Möglichkeit. Das steht nicht zur Debatte. Äh, ja, okay. Das sparbicht. Das ist dein Gegner hier. Du bist prädestiniert den Hau... Okay, sparbicht. Das war okay. Der Sparbicht ist ja noch in Anlaufphase. Das muss ja langsam erst noch werden. Er ist ja auch erst Level 4, der Gute, ne? Da ist ja noch gut Luft nach oben. Bei dem Kleinen. Ich meine, so ein Raupi kriegt der gut weg. Aber das kriegt ja auch nicht viel EP, oder? 33 doch. Das war gar nicht so wenig. Boah, Sparbicht. Komm. Noch ein Raupi. Das schaffst du. Und hätten wir jetzt so ein Silver, der nämlich zwei Hornlius gehabt hat, dann wäre der Sparbicht jetzt nämlich vergiftet und dann demnächst tot. Aber wir haben uns ja für die richtige Edition entschieden. Nicht wahr, Sparbicht? Oh ja. Das haben wir. So, einmal weggeschnäbelt hier und dann haben wir Sparbicht auch auf Level 5. Das ist doch mal was Schönes. Jawoll, Sparbicht erreicht Level 5. Ja, Initiative geht wieder schön hoch. Die Initiative ist ja super, dass der die sehr hoch hat. Das heißt, der Sparbicht, der kann ja immer gleich als Erster zu knacken. So, Uli, das war's wohl. Ah, du bist viel zu stark, ja. Keiner legt sich mit dem Sparbicht an. Nicht wahr, Sparbicht? Sparbicht. Wau, 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 wau. Er hat einen Ach- und Krach-Schritt mit dir. Du wirst damit fliegen. Das kann ich noch nicht. Ach so. Meine Mama hat mich aus dem Nest geworfen. Ich bin mit dem Gesicht zuerst auf den Boden geknallt. Das glaube ich immer auch sofort. Auf der Route dürfen wir übrigens was fangen jetzt. Neue Route, neues Glück. Mal schauen, was wir hier so haben. Was gibt's denn hier Feines? Ach, guck mal hier. Den ollen Sauger. Ich weiß nicht, der Sparbicht one-hitted den. Das, äh, das könnte passieren. Schauen wir mal. Oh, sehr schön, Sparbicht. Das hast du gut gemacht. Unser Ranken-Hit von einem Knufenser dürfte dich auch wahrscheinlich eher peripher tangieren. Nicht sehr effektiv. Das ist schön. Dann werfe ich jetzt mal einen Balls. Einmal rein hier. Und jetzt können wir uns natürlich, wenn wir den fangen sollten, wirklich entscheiden. Wollen wir denn wirklich einen Knufenser haben? Oder wollen wir ein geiles Onix namens Aaron haben? Und das ist doch auch schön. Sehr schön. Knufenser wurde gefangen. Prost, liebe Freunde. So, für Knufenser gibt's einen Eintrack im Pokédex. Obwohl sein Körper sehr schmal ist, schnappt es blitzschnell nach Beute. Möchtest du dem Knufenser einen Spitznamen geben? Ja, in der Tat möchte ich das. Das wird jetzt ein Retro-Klufenser. Das wird so heißen wie ein Knufenser, was ich einst schon mal besessen hab. Und es gibt ja gar kein Ö. Doch, da. Da, wie schön. Er heißt Pömpel. Wenn das kein schöner Name ist, dann weiß ich auch nicht. So. Äh, ja. Dann können wir weiter. Oh, jetzt gibt's hier gleich noch einen Encounter. Was haben wir? Das hätte unser Junge sein können. Ein Taubsi. Aber nein, wir haben ja schon was Schönes. Aus der Kategorie. Wir haben ja den Sparbicht. Da brauchen wir kein Taubsi. Also sind wir da ganz gut beraten, glaube ich. Los. Bauen wir das Taubsi mal aus dem Leder. Wir holen uns ein paar Erfahrungspunkte und gucken mal. Ich bin mir nicht sicher. Wollen wir Knufenser behalten oder wollen wir uns lieber Aron holen? Was meint ihr? Erstmal eure Meinung. Pömpels oder Aron? Das ist jetzt die Frage. Wieso? Das war nix, Taubsi. Das war definitiv nix. Dann können wir. Nehmen wir nochmal mit, was da liegt. Und Trank. Ja, getrunken wird hier genug. So, dann gehen wir mal hier in die Dunkelhöhle. Nur Fenster. Sagt General Ginyu. Why not both? Weil das nicht funktioniert. So, dann schauen wir mal, was wir hier fangen dürfen. Vielleicht sollte ich Sparbicht nicht vorne haben in einer Region, wo es... Wobei, die können nur täckeln. Die können wahrscheinlich doch gar keinen Felswurf oder so, ne? Ja, dann kann Sparbicht auch erst mal vorne bleiben. Ne. Ich muss nur Fenster dafür tauschen. Ja, ja. Definitiv müßtiger. So, dann gucken wir mal. Pokémon. Jetzt gibt es bestimmt Zubat. Es gibt hier immer Zubat, oder? Ja. Da ist er. So, dann machen wir einmal Raserei. Gucken, ob er es überlebt. Wenn ja, fangen wir den. Wenn nicht, dann nicht. Oh, super. Das sieht gut aus für dich. Ich denke, du bist eher auf der Seite der Lebenden. So. Dann einmal den Ball drauf gegetet. Einwand frei. Macht euch schon mal zum Prost bereit. Dann können wir hier loslegen. So, Zubat ist dabei. Prost. Neuen Eintrag gibt's. Im Flug senden sie Schallwellen aus. Um ein genaues Bild der Umgebung zu erhalten. Ja, und die gute Patte wollte, dass ich einen Pokémon auch hier benenne. Und sie ist ja so eine kleine Fledermaus. Also haben wir jetzt hier. Nicht zu bad, sondern haben wir zu Pat. So. Kleine Fledermaus. So einfach ist das. Wenn die uns stirbt, werde ich traurig. So, dann gehen wir weiter. Ich klaue mir einfach den Mann hier nochmal seinen Baum. Schwarzer Fußball. Da war ein Fußball in dem Baum. Aus einem Fußball kann man auch einen Pokéball herstellen. Ihr kennt alle diesen Ball, den man als Kind hatte. Diesen dreckigen, kaputten, ne? So einer war das. Ich bin heute auf der Suche nach Pokémon gelaufen. Meine Füße tun wenig. Ich bin müde. Ich wäre jetzt leichte Beute. So. Dann reden wir mal mit dem jungen Freund hier. Na? Ich habe jede Menge Pokémon gefangen. Na, du tippe. 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 Ja, okay. Von mir aus. Greck. Wenn das dein Wunsch ist, dann soll er dir nicht verwehrt bleiben. Ich wollte eigentlich nicht vorne haben, aber jetzt auf Sparbicht. Komm, Level 2 Raubi wird auf keinen Fall 12 Schaden machen. Selbst wenn es krittelt. Also los, Sparbicht. Sparbicht. Jawohl. Die kritten heute aber alle, ne? Das ist nicht mehr normal. So, Sparbicht. Hau nur weg. Sehr schön. Das Gute ist ja, der Sparbicht macht ja wirklich ausnahmsweise ein bisschen Schaden. Das ist man nicht gewohnt am Anfang im Pokémon-Spiel, dass man ein bisschen Schaden macht. Aber der Sparbicht kann das durchaus. Was haben wir hier? Noch ein Level 2 Raubi. Wie schön. So, Sparbicht. Dein Mittagessen. Hier gibt es gleich ein Vier-Gänge-Menü. Und wieder gecrittet. Die Crit-Chancen in der vierten Generation auch so 300% oder so ein Horn-Lew. Das könnte ein bisschen eklig sein. Macht nix, Sparbicht. Du isst doch auch mit, oder? Hier. Mit Gift. Mit Hörnchen. Das kann man doch mitessen, oder? Ja, kann man. Kein Problem. Der Sparbicht, der unterscheidet da nicht. Der isst einfach, was ihm vor die Flinte kommt. Ist auch gut so. Man soll nicht mäkelig sein, Kleiner. So, Angriff nochmal mit zwei Punkten hoch. Und dann gibt es noch einen Raupi. Das kann der Sparbicht auch locker erledigen. Ja, hm. Dann nochmal ein Schnäbelchen. Und dann war es das hier auch schon. Er krittet nur, ne? Es ist drei Kritzen in einem Kampf. So, Greggy. Das war wohl nix. Also, irgendwas liegt ja gerade mächtig schief. Ja, du hast gerade vier Käfer-Pokémon gegen einen Sparbicht eingesetzt. Hey. Du bist ja richtig gut. Du gefällst mir. Also, ich gehe hier täglich auf Pokémon-Pösch. Und dabei finde ich alle Arten von Bären im Gras. Wenn du möchtest, teile ich mit dir. Gibst du mir deine TV-Nummer? Ja, das ist nämlich Greg. Der war mal im Dschungelcamp. Da hat er noch schon ganz andere Sachen auf dem Fußboden gegessen. Also, wenn er hier was Geiles auf dem Fußboden findet, dann schlägt er das sofort auf. Das schmeckt richtig gut. Und kosten tut es auch nicht. Das ist die Kraft der Natur. Das hat er im Dschungelcamp gelernt. Da auch nix anderes. Greg, der ist richtig dabei. So, was haben wir hier? Noch ein Taubsi. Ja, okay. Los. Spritz ihn weg. Den braucht hier gerade keiner. Das ist aber gar nicht so schlecht, dass wir gerade vorne haben. Der kann hier gerade die wilden Pokémon nochmal besiegen. Mit dem Knofenzer-Turm wird wahrscheinlich der Sparbik voll in Einsatz finden. Weil ich den Knofenzer-Turm jetzt nicht unbedingt vorne haben möchte. Aber das verständlich. So. Erfahrungspunkte. Oh, noch ein Encounter. Kein Problem. Wir nehmen ja Erfahrungspunkte gerne mit. Nicht wahr, Knofenzer. Ich bin der Todes. Das glaube ich aber nicht. Ja, wobei, das könnte schon wehtun, wenn der uns haut. Macht er aber nicht. Schön. 36 EP, das ist gar nicht so wenig. Man könnte ja hier trainieren, aber sowas machen wir ja nicht. Trainieren, das ist ja für uns Abfall so, ne? Das macht man ja nicht. Oh, Hallöchen. Na, Seidrik. Du bist echt schnell. Du hast mich ja überholt. In Ordnung, Seidrik. Dafür bekommst du jetzt was Schönes von mir. Hier. Das ist Syphilis. Oh, wie schön. Danke. Oh, ähm. Ja, damit kannst du Pokémon-Kämpfe machen. Und so eben nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich erzählen will. Tschüss. Okay. In der Tat. So, Viola City. Gehen wir erstmal heilen. Unsere frisch gefangenen Pokémon nämlich auch mal ein bisschen fit wieder. Heilen und machen wieder fit. Ja, bitte. Bitte. Das wäre schön, wenn sie das machen. Heilen und wieder fit. Ja, sagten sie bereit. Fit und heilen. Ja. Die sind absolut qualifiziert für ihren Job. Definitiv. Danke. Schönen Tag noch. So, also wir behalten jetzt Knuffenser, meintet ihr. Dann holen wir das Aaron nicht. Dann gehen wir mal eben hier oben links. Wir gehen mal oben links. Wieso ganz oben links? Wir gehen mal gucken, ob hier ein Hardgold und Zoll selber schon direkt vor ne Gras ist. Dann können wir nämlich auch noch was fangen. Wenn nicht, dann ist auch okay. Dann gehen wir halt direkt zum Fensterturm. Rute 36. Hat hier Gras? Ne, hat hier kein Gras. Und Mogelbaum ist auch völlig außer sich. Macht nix. Kein Problem. Und dann gehen wir halt in den Knoffelboffelturm. Turnieren wir mal den Sparbicht ein bisschen, nicht wahr? So, Pokémon, Kausch und Sparbicht. Sparbicht ist jetzt wieder vorne. Und dann kommt mal, hey Kleiner. Kennst du schon mal einen Sparbicht? In bestimmten Gebäuden und Erhöhlen und Orten. Da sind viele Menschen drin. Da kannst du deine Pokémon nicht mitnehmen, ohne sie in einem Pokéballverstand zu haben. Ja, toll. Kennt ihr das nicht auch? Wenn ihr auf der Straße einen Achtjährigen ansprecht und der erzählt euch jetzt mal, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Ja, das Leben ist schon hart. Reden wir mal mit einem Vierjährigen. Vielleicht ist das besser. Soll ich dir was verraten? Du kannst mal hier auf der Karte von deinem Pokémon-Sektion kleine Geschenkirchen dazuschreiben, wenn du willst. Ich will auch so ein Pokémon, aber mal kauf mir keinen. Weil du vier Jahre alt bist, Junge! Was ist mit den Leuten hier los? Ich würde mich freuen, wenn er sagen würde, ich habe einen großen Ball! Oder sowas. Aber nein! Die müssen hier gleich was aus dem Leben erzählen. Hier, was ist mit den Glatzenmönchen? Ich mag Pokémon. Ja, in der Tat. Das tust du. So, dann gehen wir einmal einen hoch. Knoffelturm jetzt. So, sehr wir hier auch wüten. Der Turm steht felsinnfest. Sagt der, während der Turm in der Mitte so richtig am Wackeln ist, ne? Da muss nur mal einer richtig gegen die Leiste treten, dann kippt das ganze Ding aus dem Puchen. Aber nee, der steht wie in der Eins, der Turm. Plus schwabig. Guck mal, das ist eigentlich nur Fenster. Ist zwar kein Käfer, kannst du aber auch essen. Ja, das schmeckt auch. Ne? Gut gemacht, Sparbig. Die nächsten 15 Minuten fallen bestimmt in der Genfer Konvention unter Kriegsverbrechen. Aber sei's drum. Ne? Wir gehen jetzt hier durch und der Sparbig macht, was der Sparbig so macht. Dinge one-hitten. Das ist seine Aufgabe. Okay, Sparbig, tauch rein. Nofensa wurde zerstört. Vollkommen. Und Sparbig, da habe ich Level 7. Das ist doch schön. Aus dem Sparbig wird, glaube ich, mal was, ne? Ihr sagt, der Sparbig schafft das hier nicht. Naja, Sparbig, das ist ein richtig guter. Ich overlevel jetzt einfach nur den Sparbig, damit dem nichts passiert. Und dann kommt am Ende Rons Pikachu. Macht einmal Donner und Sparbig wird gewonhitted. Ne, ne, ne. Ich habe hart gekämpft, doch ich war einfach zu schwach. Manchmal ist das so. Da kann man auch nicht viel gegen tun. So, dann einen runter. Schneebi. Ah, da gibt es was zu holen. Prydrick hat einen Power-Heiler gefunden. Schön. Das Schöne an Pokémon-Spielen ist ja wirklich, man muss sich kaum Items kaufen. Das meiste findet man ja. Was man so braucht. Na. Wir bewachen diesen Turm. Um den Pokémon zu danken. Ja, aber warum muss man den Turm bewachen? Glaubt ihr, hier kommt nachts einer rein und tritt die Knofensas weg? Ich glaube nicht. Naja, gut, vielleicht der Sparbig. Dem würde ich das glauben. Ja, ich glaube, der Sparbig, der kommt bestimmt mit Level 11, 12 raus. Das kann gut sein. Ich meine, die haben später auch Hut-Huts, nicht wahr? Das kann dann... Ich glaube, für Hut-Huts weg sind wir dann auch... Dann haben wir da eine ziemlich gute Mitte gefunden. Ist ja gar nicht so verkehrt. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Knopf. Knopf, Knopf. Einmal Schneebelchen und dann ist das Knopf wieder weg. Warum sind die denn auch alle Level 3? Wobei, wir könnten froh sein, dass die Level 3 sind. Stellt euch mal vor, die wären so Level 5, 6. Und Sparbig würde die alle One-Shotten. Da wäre aber so schnell, wenn sie hier... Da würde gar nichts mehr geben. Noch ein Knopf. Noch ein Knopf. Noch ein Knopf. Knopf, 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 Knopf. Okidoki, Schneebelchen. Knopf, Knopf. Ja, der Sparbig, das sind mit mal auf jeden Fall solider Kämpfer. Kann man schon sagen. Na, Helmut? Auch dafür vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Kein Problem. Ich habe doch gerne deine ganzen Pokémon umgebracht. Ist ja meine Nasslock hier. Die kommen jetzt weg. So, da liegt ja noch was. Was haben wir da? Und, äh, guten Abend, äh, Byron Dawn. Ähm, ja, wir sind gerade im Konfenserturm. Unser Sparbig, der zerlegt hier, glaube ich, alles. Irgendwann, wir dürfen hier drinnen auch was fangen, nicht wahr? Was haben wir denn hier Feines? Oh ja, fuck, ja, eine Ratte. Äh, ein Radfratz. Jawohl, Sparbig, dein Einsatz. Kleine weibliche Ratte. Ja, wir machen jetzt hier ein Nasslock-Challenge nur mit Normal-Pokémon im Team. Wir schmeißen einfach zu weit wieder raus und kommt auch weg oder ist halt nur für Surfer da. Und der Rest wird dann hier vollkommen entfernt. So. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Das wird auf jeden Fall drin bleiben, denke ich mal. Dann werfen wir mal eine Pokéball. Kleines Radfrat hat. So, einmal einen trinken. Prost, alle zusammen. Das war auf jeden Fall ein Pokémon-Fang. Ratfratz gibt es einen neuen Eintrag. Es frisst alles. Wo es Nahrung findet, baut es ein Nest und pflanzt sich ständig fort. Das klingt doch noch eine 1A-Ratte. Wäre sie männlich, hätte ich sie jetzt Sniggles genannt. Das klingt 1A nach unserem kleinen Rattenjungs-Sniggles. Aber wir nennen die Ratte jetzt nicht Sniggles, weil es ist weibliches Rädchen. Doch, ich glaube, dann nenne sie einfach Knusper. So. Knusper. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer demoliert denn da den Knuffenser-Turm? Das ist Knusper. So, na? Alles gut hier, Opa? Ihr habt übrigens Ratten im Turm. Das weiß ich. Der hat sie hier freigelassen. Und der Seuchenschutz kommt, der eine Woche freineben kann, um auf die Bahamas zu fliegen. Nicht wahr, Ludger? Ja, aber woher weißt du das? Okay, Sparbicht. Dein Einsatz jetzt. So, Knuffenser wegpicken, das dürfte kein Problem sein. Als nächstes noch ein Knuffenser. Denn die haben ja auch nichts anderes, ne? Ich glaube, ein Sparbicht würde, wenn wir hier fertig sind, stärker sein als jedes Vogelpokémon, was die in der Arena von Viola City besitzen. Bin ich vielleicht der neue Arena-Leiter. Doch, haben sie noch. So, okay. Schnabel, Schnabel, Schnabel. Schnap, 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 schnipp, schnipp. Schnipp, schnapp. Knuffenser, Kopf ab. Einmal durchgeknipst. Ey, warum Schnabel so effektiv auf Knuffenser? Das ist ganz einfach. Sparbicht macht einfach seinen Schnabel auf, hängt ihn kurz unter die Glocke von Knuffenser und knipst dann einfach zu. So wie man bei Blumen die Blüten abschneidet. Jetzt er nennt er noch Furienschlag. Sparbicht ist völlig außer sich. Mein Wille ist schwach, doch Sparbicht ist stark. Wie schön. Einmal hoch hier. Epsa. Leiter klettern ist schwierig. Das war es in Minecraft schon. Ist es hier auch noch. Zeitrück hat einen Trank gefunden. Das ist schön. Oh, hier der Oberweise, der will Stress. Na, ich wandle auf dem Weg des Pokémon-Trainers, um Erleuchtung zu finden. Na, da solltest du doch bestimmt mal die VM-Blitz holen. Na, da würdest du mich ziemlich hell in der Birne mit. Ah, wie sieht's aus, Detlef? Das war nicht mehr witzig. Doch, war es, Detlef. Los, Sparbicht, knipst ihm die Blume ab. Sehr schön. Nein, Sparbicht. Sparbicht, da müssen wir nochmal dran feilen. Sparbicht, da krieg ich gleich mit der Ranke einen auf den Hinterkopf. Ob ich schon die VM-Zertrümmerer hab. Ne, VM-Zertrümmerer hab ich noch nicht, leider. Macht ja nix, brauchen wir nicht. Warte, wo gab's Zertrümmerer in der zweiten Gen eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Noch bin ich nicht Meister meiner selbst. In der Tat, das bist du nicht. Bin mir grad gar nicht mehr sicher. Na, machen wir einen Doppelkampf, oder wie sieht das aus? War, glaub ich, nicht, oder? Die Tem, die der Weiseste mir angevertraut hat, bringt Licht, selbst in die tiefste Dunkelheit. Für eine TM war's hier, ne? Ja, da war's. Das war's. Route 36. Ah. Wenn ich jetzt wüsste, welche Route 36 ist, ich merke mir das irgendwie nie. Macht ja nix, ne? So, Sparbicht, das Schnabel hier. Ah, Sparbicht wurde natürlich Level 6 Knopf, wenn das ist, ne? Mit Ansage hier. 100 EP? Ach, du Scheiße. Na, Lukas, war wohl nix, ne? Es ist doch wohl doch nur mein Haar, was lichtet, ja. Ich zerlichter dir hier auch gleich einen. So. Ähm, und du? Lass mich sehen, wie stark der Glauber an deine Pokémon ist. So, 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 zweieinhalb. Ne, nicht so viel. Also, wer ist denn, wer ist denn, wer ist denn in einem RPG, mein Glaube? Dann würde ich damit keine Wunder casten können, weil er nicht sehr hoch ist. Macht aber nichts. Denn Sparbicht, der übernimmt hier die Arbeit, nicht ich. Und das ist auch gut so. Orangenehieb. Tsch. Äw. Macht echt keinen Schaden, das ist so gar nicht. Okay, Schade, Knopfenser, war wohl nix. Macht ja nix. Vielleicht beim nächsten Mal. Und Sparbicht direkt Level 10. Ah, die Route links von mir, stimmt, ja. Stimmt, da war was. Dann gehen wir da gleich mal hin. Als nächstes kommt Nut, Nut. Ein. Da nehmen wir. Wir nennen Pokémon jetzt einfach nach Geräuschen, die sie machen. Das ist ja auch der Gedanke hinter Pokémon Namen, ne? Und er hier heißt. Und das da ist ein. Und dann machen wir Aquaknarre. Ich sollte auch für eine Aquaknarre zu machen. Wir haben zwar STAB, aber sein Spezialangriffsset, der wird so stark vom Angriffsset abweichen, dass er wirklich keinen Schaden mehr macht. Schau dir das an, das ist so ein halbes Leben von einem Huttut gewesen. Und jetzt mache ich mal Kratzer und vergleich mal. Ja, ungefähr gleich viel. Hypno... Ne, komm mir mal nicht so Hut, Hut. Aufwerker gab's noch nicht. Komm mir bitte nicht so. Wie sehr du mir einen zur Peise wünschst. Oh Mann. 11. Level 11. Macht sich gut. Ja, glaubst du denn wirklich an deinen Pokémon-Team? Ne. Ja, doch. Keine Ahnung. Ist auch egal. Der ganze esoterische Quark, der geht mir hier auf den Sarg. So. Deine Macht sucht wirklich wahres ihresgleichen. Alten Mann verprügelt. Hä? Ganz toll, Kleiner. Echt superklasse. Wie vereinbart, kriegst du jetzt eine. Aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln, sonst rufe ich das Jugendamt und das könnte ganz schön teuer werden. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Und ich finde deine Attitüde auch ziemlich... B. Naja, knattert. Ähm, Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Ja, haha. Ihr Bierboy. Hä? Erst erzählt er mir groß, er sei der weiseste von allen, dann macht er sofort schlapp. Aber das war mir von vornherein klar. Verliert doch nicht gegen jemanden, der keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Hä? Man soll seine Pokémon gut behandeln? Bäh. Für mich zählen Pokémon, die starke Siegertypen sind. Zum Beispiel dein Indivie mit seinem geilen Joker. Oh, hello, Yatsu. Thanks, man. Äh. Alle anderen Pokémon interessieren mich nicht. Ein Bierboy verwenden Fluchtseil. Müsst ihr euch so vorstellen, wie der sich jetzt außen an diesem Scheiß-Turm mit so einem Seil so abseilt. Das muss richtig bescheuert aussehen. So. Aber auch wir haben ein geiles Abseil-Seil gefunden. Da kann man definitiv mal einen machen. So, was geht ab? Du hast dich wacker geschlagen, junger Freund. Hier im Knuffenza-Turm erarbeiten sich Pokémon und Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft. Oder suchen im Trainer eine Bestätigung. Ja. Das sind nämlich Leute, die können nämlich selbst keine Bestätigung finden. Die brauchen das. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Jetzt gibt's auf den Maul. Auf geht's. Oh nein. Eine Herausforderung von weisester Marek. Ach. Keiner war weiser als er. Er hat den Millennium-Stab. Ich glaub, den schreibt man anders. So, machen wir mal ein Schnäbelsche. Los, Sparbicht. One-Hit-Team. Zeig ihm einfach, dass wir hier der Nummer 1 sind. Sehr schön, Sparbicht. Also, es kommt Nud-Nud. Okay. Da gehen wir wieder auf. Sparb ich mal zurück und... Hören wir mal einen Kampf. Hallo. Ich liebe es wie der kleine Tanz. Ich will eigentlich gar nicht, dass er sich entwickelt. Dann ist er nämlich nicht mehr so lustig drauf. Ähm. Machen wir mal einen Kratzer, ja. Komm, das passt schon. Drei Kratzer und dann ist gut. Oder vier oder fünf. Oder zehn. Von mir aus zehn. Mach halt Heuler. Ist okay, Hut-Hut. Dann sei halt ein Arschloch. Manchmal ist das so. Wie ich sagte, manchmal ist das so. Manchmal ist man halt einfach ein Arschloch. Ach, Quack. Ist eingeschlafen. Quack, Quack. Ja. Äh. Dann macht das so gar keinen Schaden, ne? Äh. Sag mal, Quack. Ist auch mal gut jetzt. Äh. Komm, aufwachen. Ja, super. Und kratz. Kratz ihn einfach weg. Kritt einfach mal. Ne, natürlich nicht. Äh. Oh. Ich glaube, ich heile ihn mal. Weil wenn, äh, Hut-Hut sonst krittet, könnte das eng werden. Das muss ja nicht sein. Einmal Trank rein. Wird bestimmt gleich wieder eingeschläfert. Äh. Ja, Hut-Hut setzt Euthanasie ein, aber hat nicht getroffen. Gott sei Dank. Okay, einmal wegkratzen hier. Komm, jetzt ehrlich. Ne, jetzt Hut-Hut auf mit dem Quark. Nix ist jetzt hier. Ist noch nicht Schlafenszeit. Ja, Quack. Hat er nämlich keine Lust drauf. So. Quack, Quack. Sehr schön, danke. Kleiner, du hast es echt geschafft. So, Klofenza, das macht natürlich wieder unser Kumpel. Der starbe ich. Spiele ich mit der Regel einen Trank pro Kampf? Gibt es so eine Regel? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich nicht. Weil, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich. Bei den Kämpfen, wo es drauf ankommt, wo man wirklich Tränke brauchen sollte. Äh. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe gerade den Chat gelesen. Ja, hat Katsascha-Tackle. Der gefühlt dreimal von zehnmal daneben geht. Das stimmt. Aber, ähm. Ne, was ich sagen wollte. Einen Trank pro Kampf? Ne, das muss nicht unbedingt sein. Bei den Kämpfen, wo es drauf ankommt, machen die Hitler sowieso so viel Schaden, dass man sowieso ein paar Abstriche machen muss, wenn man halt einen Trank einsetzt. Das hat dann schon immer ein gewisses Grundrisiko. Also eigentlich nicht, nee. Dein Kampfstil ist wahrlich nicht zu wünschen übrig. Damit brauchst du nicht mehr vom Meister Falk zu verstecken und jemand wie du weiß, sich ja auch hiermit umzugehen. Das ist ein Laserpointer, damit kannst du Flugzeuge abstürzen lassen. Viel Spaß damit, Kleiner. Danke, Opa, echt. Vielen Dank. Wenn du einem deiner Pokémon einen Laserpointer gibst, ne, dann kann der anderen Leute in die Augen halten und wenn er das lange genug macht, dann verbrennt die Netzhaut. Ja, ja. Du könntest es zum Beispiel einem Clufenser beibringen. Ja, und dann kann er mit dem Pömpel danach über den Kopf drüber gehen. Das ist wieder schön dunkel. Ich stelle hier mal einen Clufenser mit einem Laserpointer vor. Ja, die einzige Regel, die ich auch sonst noch kenne, ist Folge statt Wechsel. Das kann man natürlich machen. Das kann man definitiv machen. Aber wir machen das hier ganz, ganz, ganz langsam. Ja, ganz normal. Das passt schon. So. Gehen wir hier einmal raus. Es ist ein bisschen schade, dass wir hier tagsüber drin waren und nicht nachts in den Turm. Sonst hätte man Nebula geklickt, statt ein Radfratz. Das wäre natürlich auch eine Ansage gewesen. Aber das hätten wir auch nicht zum Gänger entwickeln können. Also ist das ja auch egal. Nacht. Es sieht ja zwar aus, als wenn hier schon Nacht wäre, aber Nacht beginnt bei Pokémon um 20 Uhr. Ab dann tauchen die Nacht-Pokémon auf den Routen auf. Gehen wir mal einmal heilen. Einmal bitte heilen. Das wäre schön. Und dann gehen wir mal in die Rain Rain rein. Und sagen dem guten Falco mal Hallo. Der sagt, Der ist Level 9 und ziemlich klein und dumm und sein Schnabel ist krumm. Oh nein. Das macht uns sehr traurig. Mit Apollo kämpfen ist eigentlich auch kein Ding. Definitiv nicht. So. Wer von beiden macht denn die Arena? Lassen wir das mal machen. Weil ich denke, der Sparbicht wird in der nächsten Arena dann wahrscheinlich wieder vorne sein. So. Dann macht Quack Quack jetzt hier mal die Arena. Ja? So. Aufwärts. Oh. Was ist denn los hier? Ah, Löhle. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist? Das ist ganz einfach. Wenn du mich besiegst, trete ich dich hier runter. Dann brichst du dir beide Beine, kleiner Arsch. Wollen wir mal sehen, ob du Falke wachsen bist. Lauie. Okay, danke. Wie nett. Wo gefänger Leo? Das sah auf der Map aber bedrohlicher aus, als hier jetzt so. Oh, der hat auch ein Sparbicht. Los. Ähm. Ah, Kratzer. Oh nein. Furienschlag. Ein Treffer. Zwei Treffer. Drei Treffer. Ach du Scheiße. Ja, natürlich fünf Treffer. Was ist denn los mit dir? Was soll denn das? Kann ich gleich einen Trank benutzen? Ey. Wenn der krittet und nochmal fünfmal trifft, wäre hier vorbei. Ey, was soll denn das? Heuler. Natürlich. Das machen die alle am Anfang, ne? Mit irgendwelchen Attacken, die zwei bis fünfmal treffen können, fünfmal treffen und dann deinen Angriff bis innen. Ja, ja. Bisschen Sneed runterdrücken. Alles weg. Aber nie mit mir, Commander. Ich hau dich weg. Ja, jetzt geht's wieder los. Eins. Zwei. Vielleicht soll ich auch mal Heuler machen. Dann macht jeder Angriff davon weniger Schaden. Nääää. Hat's er jetzt. Ist doch schneller als wir. Hm. Dreimal. Na gut. Das lass ich dir noch grad so durchgehen, du Kleiner. Aber übernimm dich mal nicht, ja? Das ist echt schade, dass wir Minus Spezialangriffs als Wesen haben. Ansonsten könnten ich ihn mit Aquaknarrer bestimmt besser bearbeiten können. Hinten ist um einiges besser, nehm ich mal an. Nicht wahr, Leo? Tja, das kann wohl nicht wahr sein, ja. Entschuldigung, Leo. Entschuldigung. So, dann machen wir mal nochmal einen Trank. Wir haben ja genug von dem Quark. Und dann setzen wir das auch mal ein. Okay, Quark, Quark. Ist wieder voll geheilt. Dann können wir uns gleich um den nächsten hier kümmern. Wir könnten hier auch einfach zu Falk gehen, ne? Aber das wäre ja frech. Also machen wir das nicht. Na, alles gut. Oh, obwohl ich dich plötzlich angerippt habe, bist du nicht umgefallen. Respekt. Was machen die denn? Wir sind doch hier wirklich ziemlich hoch, oder? Und die haben hier keinen Schutz. Ja, egal. Die schicken Zehnjährige alleine in die Welt raus, um irgendwelche kleinen Tiere anzugreifen. Das ist... Wir müssen damit leben, dass das halt einfach so ist. Machen wir mal Aquaknarrer. Ich mach mal so einen Schadenknarrer. Spritz, Spritz. Ich mach dich voll nass. Ja, Mensch, das war schön. Einfach draufhalten. Als nächstes kommt noch ein Taubsee. Wir machen seine Flügel so nass, dass er nicht mehr fliegen kann. Dann fällt er hier runter und dann ist es vorbei. Deswegen trifft das auch so heftig. Aquaknarrer. Knarrer. Jawoll. Oh, das hat ja gar nicht mal so viel Schaden gemacht, ne? Wenn ich kratze ihn jetzt umbringen, dann sollten wir definitiv auf Aquaknarrer in Zukunft verzichten. Außer wir kämpfen gegen Kleinsteine oder sowas. Ja, definitiv. Ist grad nicht so effektiv, nicht wahr, Klaus? Naja, eigentlich nicht, aber was soll ich? Macht ja nix. So, Falk, alles frisch bei dir. Bist du bereit? Jawoll, ist bereit. Hochmotiviert, dann geht's ab. Ich bin Falk, der Arena-Leiter von Yola City. Viele Leute sagen, mit Elektroattacken können wir Pokémon von Flügel ganz leicht die Flügel stutzen. Und machen sich so über mich lustig. Aber eigentlich habe ich kein Pokémon, was über Level 10 ist. Also kann man ziemlich mit jedem Pokémon meinen Pokémon die Flügel stutzen. Aber das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flügel-Pokémon durch die Lüfte gleiten, dann weißt du, was wahre Größe ist. Ja, ja. Falk, das ist es. Ich hab Arthritis. Guck dir meine Hände an. Oh, ja. Und jetzt kommt ja mein Move. Oh, ja. So, das merke ich nicht. Das war's. Ja, sehr anmutig, Falk. Doch. Dann machen wir mal einen Kratzer gegen Taubi hier. Tackle. Ja, Tackle kann er machen. Stimmt. Doch, hier sind sie stärker geworden, ne? Hier ist, glaube ich, Tauburga Level 11 da, nur nicht Level 9. Das wäre schön. Ich erinnere mich noch an Pokémon Gold und Silver. Da hat er wirklich nur einen Level 9 Tauburga gehabt. Das war ja wirklich gar nichts. So Level 13 haben wir. Ich möchte Biss lernen. Das ist doch mal eine Ansage. Soll er eine Attacke zu... Ja, das wollen wir definitiv tun. Und was machen wir da? Ich zeige euch natürlich, was wir da machen. Wir mal... Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Wie viel Schaden hat das? 60. Und das eventuell... Also gut, Moment. Ich habe abgebrochen. Also gut. Soll das Pokémon die neue Attacke nicht lernen. Bis lernen. So. Ich bin gerade ein bisschen... Aber wir können nicht mehr als vier Attacken lernen. Soll eine andere Attacke vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Und wir packen weg den Silberblick. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. So, jetzt haben wir es auch. Eigentlich hätte ich den behalten können und vielleicht Kratzer wegnehmen. Aber was soll's. Jetzt ist es Tauburga. Das lassen wir so. Was kann ich... Einfach mal wegbeißen. Level 13 sogar. Oh. Jetzt wird man ja Windauftrieb verleihen. Oh Mensch, da hast du ja ganz schön trainiert. Ja. Windstoß. Schlippel, schlippel, schlippel. Komm, kurz. Das schaffst du. Oh ja. Da hauen wir weiter drauf. Ruheort. Ach man, mach ruhig. Heil dich ruhig. Du machst ja keinen Schaden, während du dich heilst. Also macht das nix. Leck schnappen hier. Oh, nochmal. Oh, Windstoß. Ich sehe ja schon kommen, dass er einfach totkrittet. Jetzt schmeiße ich mal in den Trank, denke ich. Noch bin ich nicht abgestört. Ja, gleich schon. So, einmal einen Trank. Auf geht's, Crack. Wir müssen nicht heilen. Einmal Windstoß macht dann zusammen doch ganz viel Schaden. Fabuga setzt Ruhe. Da hast du auch nicht unendlich AP von. Kollege. Ja, doch, dein Fabuga hier ist definitiv eine bessere Ansage, als was die so bei Gold und Silber zu bieten hatten. Wie witzig das Silberblick jetzt praktisch wäre. Ja, durchaus, nicht wahr? Aber, ihr könnt von mir nicht verlangen mitzudenken, ne? Das ist ja... Geht nicht. Aber er heilt sich grad nicht nochmal. Hat er keine Lust mehr. So, komm, bis. Und... Na, es reicht uns nicht. Ja, mir reicht's dennoch. Ich heil nochmal. Und der kleine Krack muss sich doch erstmal entwickeln, bevor er hier gegen Fabuga Schaden machen kann. Jetzt kommt Ruhe, oder? Nein, kommt's nicht. Hat er so ein Limit, wie oft er das machen will? Und dann macht er es einfach nicht mehr, oder? Wie sieht das aus? Es soll mir recht sein. Machen wir nochmal Büss. Oh, komm, wenn er jetzt nicht grittet... Jetzt grittet er. Jetzt grittet er auf jeden Fall. Oh, ja. Durchaus tut er das. Aber es hat... Es ist mir egal, Tart. Fabuga, du Blöder. So, kriegt Erfahrungspunkte. Und zwar nicht zu knapp. Level 14. So, das ist schön. Hört's nämlich auch zu bieten. Das ist doch schön. Na, Falk? Na gut, dann geb ich dir... Äh, nee, das ist mir eigentlich egal. Ich hasse Geld. Prost, liebe Freunde. Wir haben eine Arena geschafft. Verflixt. Das waren doch die Pokémon gegen meinen Vater... Gegen meinen Vater von meinem Vater. Ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, bitte. Kannst du den Orden haben. Das Kaskade lebe ich am Limit. Definitiv. Oder wir überleveln einfach den Sparbicht. Das ist doch auch eine Ansage. Wenn du besitztes Flügelorgan bist, leuchten dir alle Pokémon mit einem Level von bis zu 20. Außerhalb des Kampfes kannst du jetzt das Böhmere einsetzen. Und hier hast du eine TM von mir. Ja, ja. Benutzt es an meinem Pokémon, eine neue Attacke beizubringen. Ja. Das kann man nämlich nur einmal machen. Das ist übrigens Ruheort. Oh ja, das kriegt sofort der Sparbicht. Aber sowas von. Da freut er sich. Ja. Mit Endivie wäre das ganz schön schlimm. Hätte ich dann wahrscheinlich auch eher den Sparbicht genommen und nicht Endivie selber. So. Dann gucken wir mal hier. Moment, ich drehe euch das mal hoch. Wir bringen jetzt Ruheort dem Sparbicht bei. Ruheort einem Pokémon beibringen. Jawohl. Und der Sparbicht kriegt Ruheort. Aber er kann nur vier Attacken, weil er nur nein... Wollen wir da etwa was anderes wegpacken? Ja. In der Tat wollen wir das. Ähm... Na, er kann Heuler wegkriegen. Silberblick behalten wir aber immer. Das war definitiv ein Prost. Der hat... Und Ruheort. Sehr schön. So. Dann können wir. Dann können wir. Gehen wir hier mal raus. Der Fahrstuhl ist mir bestimmt auch nicht sehr sicher. So, Klingeling. Prost, liebe Freunde. Professor, Sie wollen uns abfüllen, ne? Hallo, Seidre. Ich hab noch ne Entdeckung gemacht. Aber ich kann dir nicht sagen, was los ist. Ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Supermarkt. Ich brüte jetzt bestimmt nicht Mr. Pokémons Kind aus. Mach ich nicht. Hab ich schon getrunken? Ja, hab ich schon. Ich hab jetzt grad zweimal getrunken. Einmal nach dem Kampf und einmal eben gerade. Für den Anruf. Meine erste Dose ist so ziemlich leer. Ja. So, wie geht's? Wie steht's? Pokémon Center heilen und wieder fit. Das klingt doch gut. Machen Sie das mal. Okay. Ich nehm deine Pokémon All Moment in mein Obhut. Danke. Pokémon sind wieder top fit. Kommt bald wieder. Hm. Ist ein Arbeiter hier nicht eigentlich... Ey, Brutbrut. Das Ei sowieso nicht aus. Ich brauch doch kein Togepi. Ne. Jetzt mal schnell runter, bevor es 20 Uhr ist. Dann kriegen wir vielleicht ein Voltilamm. Das wär schön. Das wär schön. Route 32. Ich weiß nicht, ob das hier schon so gut ist, das Gras. Warum die Eile? Hä? Du bist Seidric, nicht wahr? Ich hab einen Mann getroffen, der nachdenkt, der trug eine Brille. Er war zum Schlimmau am Pokémon Supermarkt. Ach, ja, am Supermarkt. Ach, du Scheiße. Da muss ich das einnehmen. Entschuldigung. Sobald Tom, Bodo und Kornpokonaf sind, gibt's alle 10 Minuten Pinkelpause. Definitiv. Ein Kräuter-Baget klingt geil. Da hätt ich jetzt auch gern eins. Also so Baget mit Openkäs oder Kräuter-Baget ist alles das Geil. Ist alles das Gleiche, alles gut. Na? Lang nicht gesehen, Seidric, ne? Ich soll ja auf dich warten. Ja, er hätte gern, dass du das Ei trainierst. Ja, ich trainier das Ei. Soll ich's mal gegen die Wand werfen und gucken, wie hart es ist? Äh, bitte nicht. Ja, das Gespräch war ganz schön lange im Gang und da hat er gerufen, dann ist Seidric genau der Richtige für uns. Oh, dann hast du ein Ei. Bitteschön. Ist mir völlig egal. Lassen Sie mich gehen. Professor, bitte. So kann ich eigentlich schon Supertränke kaufen, das wäre ganz schön. Gibt's das sowas hier? Oh, jawohl, gibt es. Kostet halt nur ungefähr mein halbes Vermögen, aber ich hätte davon gern doch drei Stück. Man weiß ja nie, wann man mal sein ganzes Pokémon heilen muss. Danke. So, sowas zu haben ist für ein Knümpfstich und ich denke, zwei Aufwecker nehme ich auch mal mit. Wie gesagt, man weiß ja nie, ne? So, und dann... Eisheiler, Feuerheiler. Ich werde jetzt sagen, ach, Quark brauchen wir nicht, ne? Aber das wird sich rächen. Wird sich definitiv rächen. Bokebälle? Ach nee, komm, wir müssen ein Stück weichen erstmal. Ich lasse es erstmal dabei. Und dann schauen wir jetzt erstmal ganz kurz, ob wir uns einen Voltilamp fangen können. Ob die Gunst der Stunde uns denn wohlgesonnen ist? Nicht, wenn uns hier jetzt jeder gleich vollquarkt, na? Na nur, dieses Ei? Ho, ho, ich verstehe schon. Mr. Pokémon hat es Professor Link geschickt und dieser gab es dann ruhig weiter. Wo war das also? Nicht sie zu sie übrigens, weil sie schon zehn Jahre alt sind. Das ist ein kostbares Ei, vergiss das bitte nicht. Sie ist mit viel Hingabe auf, verstehen wir uns? Das ist bestimmt das Ditto von Mr. Pokémon in Menschenform. Ja. Wir können es ihm nicht übel nehmen, ja? Also können wir schon, aber es ist eigentlich egal so. So, ach, es ist jetzt wieder gut jetzt hier. Warum denn die Eile? Du hast gute Pokémon, ne? Weil du in Viola City so hart trainiert hast. War ganz toll. Hier, bitteschön. Kannst du das haben? Da kann alle seine Attacken vom Typ Pflanze stärker werden. Das kriegst du, weil Endivie ist ziemlich schwer in der Arena. Aber niemand hat einen Endivie, weil wieso sollten sie auch? So. Voltilam! Bitte! Bitte, 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 bitte. Nee! Was willst du denn? Wer bist du denn? Ja, kannst du essen, schmeckt nicht. Schmeckt ihm bestimmt trotzdem. Leben ist vorbei. So. Alles vorbei. Wenn jetzt kein Shiny Voltilam kommt, dann weine ich. Aber als ob das kommt. So, ich setze aber mal wieder den Sparbicht nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich Pömpel, Zupert oder Knusper trainieren möchte. Ehrlich gesagt. Bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Eigentlich nicht. Hätte das Radfratzer jetzt auch fangen können, ne? Wir fangen uns jetzt ein Icognito. Und zwar ein L. Wir fangen uns jetzt ein L. Für warum? Warum kriege ich kein Voltilam? L für Lamm. L für Loser. Was ist denn los hier? Alfruh, Forschungskrumpf. Oh, wie schön. Machen wir jetzt erstmal ein geiles Puzzle für geile Leute. So, einmal rein hier. Pömpels kann immer in die Wundersaat tragen, ja. Aber wir haben bei Pokémon Evoli hatten wir ja schon einen Shiny Sazenia dabei. Da brauchen wir jetzt nicht noch einen Sazenia. Es lebt auf dem Meeresgrund und liegt... Oh ja, hier, guck mal. Guck dich das mal an, hier. Ist ja viel einfacher als damals. Da muss ich ja hier einfach nur... Denken die, die Kinder von heutzutage sind zu dumm zum Puzzlen. Ich bin zu dumm zum Puzzlen. Ich muss das Ding mal drehen. So. Einmal drehen. Äh... Ja, ich bin definitiv zu dumm zum Puzzlen. Ich hätte gedacht, die kann man gerade gar nicht mehr drehen, aber kann man noch. So, schön. Kann man noch. Oh nein! Was ist geschehisch? Was ist hier los? Ich weiß nicht. Oh nein, wer ist er denn? Ach du Kacke. Hast du dir den Rücken gebrochen? Na dann, Überfallgeld her. Nie im Leben. Du hast doch das Puzzle gelöst. Das ist ja wundervichtig. Ja, du hast dein Händchen für Archäologie. Hier, nimm das hier. Ja, danke. Echt. Für alle, die Kocken durchfangen. Alle ein. Die Kocken durch. Welchen geilen Buchstaben des Alphabetes werden wir denn heute kennenlernen, Grafzahl? Ja, freu ich mich schon. Und was Elmo uns denn heute Neues beibringt. Sparbicht ist vorne gut. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ein A für Arschkarte. So. So, Sparbicht. Dann, äh, wie ich den wirklich fange. Ja, wir haben mal Furienschlag. Gucken, ob der das überlebt. Ja, tut er in der Tat. Wenn ich treffen, jetzt kommt der Kraftreserve, Elektro, krittet und Sparbicht ist tot. Äh. Tschüss. Scheiße. Ne, das ist ja, ich geh dann mal, ne. Schön Tschüss hier auch. Ihr könnt ja gerne, gerne buchstabiert üben, wie ihr wollt. Ich hab da keinen Nerv zu. So, muss ich nicht hier irgendwie, gab's hier nicht noch geile Items, wenn ich da irgendwie Blitz eingesetzt hab da oben? Mal kurz gucken. Hier hinten an der Tafel, ne, hier hinter, da. Äh, Flucht, also Fluchtseil soll ich einsetzen. Na, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Äh, da wird der Politiker gekackt. Da. Fluchtseil, oui. Oh, wie reizt. Nein, bitte nicht. Sparbicht scheint wenig aus der Puste zu sein. Ja, Sparbicht hat auch gerade einen richtigen Crit. Also, kein Crit. Oh, du hast dich damals richtig krass gefühlt, weil du der Einzige warst, der das lesen konnte. Oh Mann. Unten muss man, glaube ich, einmal irgendwo, was, Surfer oder so? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo muss man, glaube ich, einmal Surfer einsetzen und irgendwo musst du einmal Blitz einsetzen oder was. Ist ja auch egal. So, wir gehen jetzt weiter. Sparbicht, los geht das. Dein Einsatz jetzt hier. Wir gehen jetzt hier runter. Und dann gucken wir mal, ob wir auf der nächsten Route nicht noch ein Abenteuer erleben. Jetzt hier, Voltilam kommt heulich. Ich will heute keins mehr sehen. Na gut, du. Du. Los, Sparbicht. Knack ihn weg. Einmal Schnabel. Natürlich kann der ruck zu blieb, ne? Macht aber keinen Schaden. Hast du dir bestimmt anders vorgestellt, Rattifrax. Aber, nie mit dem Sparbicht. Er hat keine Lust auf den Quark. Der haut dir alles weg. So. Junger Freund. Was soll denn das hier werden? Ein neues Gesicht. Du hättest nicht also für Stark? Ja, ja. Ich hab mich noch ganz so Stark. Ich hab den Sparbicht. Und ich hab, äh, du hast einen Rattifrax. Nix. Ja, schön. Level 6 Rattifrax. Das ist doch mal eine Ansage. Dann mach ich doch einfach mal Fulienschlag. Ein Treffer. Zwei Treffer. Komm schon, Sparbicht. Du kriegst ihn einfach tot. Treutreffer. Wie schön, tschüss, lieber Rattifrax. Das war wohl nix. Sehr gut, Sparbicht. Und was hast du noch, Nils? Ein Zubart. Ja, doch. Ist mir eigentlich relativ egal. Außer der macht den Superschall. Ah, gut, da können wir ja auch wechseln. Ist ja kein Problem. Wo den Schlag? Ab. Ein. Zwei. Okay, zwei. Aha, Superschall geht daneben. Das hast du nämlich davon. Der Sparbicht hört nämlich gar nicht hin, wenn du ihm einen Quark erzählst. Da hat er nämlich gar keine Lust drauf. Der ist ja nur auf Schnäppchen aus. Zweimal getroffen und tschüss, Zubart. Das war nix. Das war definitiv nix. Warte, aber was wäre, wäre jetzt ein KitKat Shunky? Ich würde mich freuen, wenn auf einmal neben mir jetzt auftauchen würde. Manchmal passieren solche schönen Dinge ja, wenn man irgendwie laut seine Gedanken ausspricht. Hey, Leute, da ist ja wirklich ein KitKat Shunky. Wie reizend. Und manchmal ist das Leben schön. So spare ich. Dann schnabeln wir mal in der Zeit. Ich kann das auch mit der Maus machen. Ich kann das auf dem Tatsch-Screen rumtatschen, während ich hier mein KitKat esse. Hm. Na, wie schön. Mit weißer Schokolade. So. Oh, links rum. Da liegt nämlich noch was. Ein Schutz. Den werden wir wahrscheinlich erstmal nicht brauchen. Ich bin froh über die Erfahrungspunkte, die ich mitnehmen darf. Hm, hm. Hopp, hopp. Ein wildes Ratterfratter. Okay, Sparbicht. Ich hab den Mund voll, aber... Kurienschlag. Sparbicht. Da kann man einmal die Befehle nicht richtig aussprechen, dann versteht der einen nicht mehr. Sparbicht, ich sag, ich zerleg diese Ratte in ihre Einzelteile. Danke. Das geht. Funktioniert. Einmal frei. Danke, Sparbicht. Also gut gemacht. Also durchaus gut gemacht. Wir könnten mal den Trank benutzen, oder? Oh nein, Mutti! Mutti, nicht! Mutti! Prost! Hallo, Cedric. Wo bleibt denn die Miete? Äh. Na? Ich hab heute beim Einkaufen was ganz Tolles gefunden. Tut mir leid. Holst du doch bitte ab, oder? Hä, nee. Klar, kannst du dich bestimmt gebrauchen. Mutti! Von allen Dingen du! Ich dachte, das ist vielleicht Julian oder Greg, der wieder eine Geschichte auf dem Dschungelcamp erzählt. War das hier ein Routenübergang? Nee, ne? Das ist, glaube ich, eine Route hier. Das gehört hier, glaube ich, nicht zusammen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich hier einen Voltigland finde. Einmal ganz kurz. Verflixt, nein! Ist das hier eine neue Route? Sagt mir, das ist eine neue Route. Bitte! Bitte, bitte! Ist das hier eine neue Route? Das war keine neue Route, oder? Man kann, umso sehr ich euch Gütte und Bettel und Anpflegen, das war garantiert keine neue Route, oder? Ich glaube auch nicht. Ich schaue mal eben kurz im Poké-Wiki, ob das eine neue Route war. Voltilham. Bitte, bitte! Ich liebe dieses kleine Schaf. Wo sind die Fundorte? Fundorte. Route 32. Äh! Wir haben aber noch eine Chance. Der kann später nochmal auftauchen. Nee. Leider nicht. Ist eine Route. Das ist alles 32. Das wollte ich da haben. Es tut mir sehr leid. Mein Herz blutet. Ich lasse das jetzt an dem nächstgelegenen Angler aus. Ey, du da! Meine Pokémon? Ja, ey, Kau! Jetzt spar mich jetzt hier! Sushi-Zeit! Ey. Das ist nicht in Ordnung. Zeig dir gleich mal, was nicht in Ordnung ist. Ansellen. Nicht in Ordnung! Verflixt. Und wir heilen mal ganz kurz. Einzige Voltilham, was wir in diesem Stream sehen werden. Ich wette, irgendein Trainer hat nochmal eins und dann weine ich auch nochmal. Oh, Mann! Voltilham ist doch eins meiner Lieblings-Pokémon. Neben Wablu. Ich mag flaschige Pokémon. Neben Wablu und Vollriegel. Deswegen habe ich auch Karnimani genommen. Ich könnte nicht verkraften, ein Vollriegel sterben zu sehen. Aber ich liebe Karnimani eigentlich auch. Aber Karnimani sieht mir aus wie ein harter Typ. Der kann das ab. Gibt viele Pokémon, die ich mag. Durchaus. Was kommt denn mit dem Scheiß hier? Naja, der macht keinen Schaden. Dann kann ich spar mich doch einfach so aufmachen. Gehen lassen. Da warten wir. Meinen Aufwecker hebe ich mir lieber für irgendeine Gänger-Aktion beim vierten Orden auf. Nass machen, nass machen. Ui. Ich mag gern die Dusche hin, das Partyzimmer reinhalten. Ja, durchaus. Er mag's, wenn das ganze Wohnzimmer unter Wasser steht. Das ist so sein Hobby. Danke, Quapsel. Dass du uns da an deinen Machenschaften teilhaben lässt. Das ist echt. Voltilham Shinyhand incoming. Dürfen wir ja nicht. Wir dürfen ja nirgendwo grinden. Wir dürften jetzt nicht auf dieser Route bleiben, bis wir einen Shiny finden oder so. Ich mag halt auch so Nasslocks nicht, wo man sich dann wirklich nur auf einer Route aufhält. Im Ganzen trainiert oder so. Das machen wir nicht. Ne, wir besiegen alle Trainer. Ja, wir besiegen alles, was wir so finden, während wir uns irgendwo hinbewegen, wo wir auch wirklich hinwollen. Das dürfen wir auch. Aber mehr dürfen wir nicht. Blubbi! Ja, Blubbi. Wie schön. Machen wir mal vor den Schlag. Kleb, kleb! Erspart wir dir schon Level 12. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der räumt bestimmt mit dem Sichtlauf später ordentlich auf. Ich habe durchaus Sorge über Biancas Miltang in diesem Run übrigens. Nicht gerade zu knapp. Ja, definitiv. Grinding nimmt auch den Sinn raus, es wieder schwerer zu machen. Das verstehen viele Leute nicht, scheinbar. Wow, na toll, jetzt hast du mich erschreckt und meinen Pilat sich verdrückt. Also ich denke, wenn wir, äh, ja was weiß ich, auf Level 22, 23 kriegen, dann sollte das mit dem Miltang vielleicht irgendwie klar gehen. Das ist so meine Hoffnung. Der würde jetzt gleich im Tunnel da nochmal ein bisschen trainiert werden. Also nicht der Felsun. Wie heißt er denn hier? Ich habe vergessen, wie der Tunnel hier heißt. Der Tunnel halt. Ne, der Tunnel hier ist schon. Da kriegt er ja noch ein paar Kleinsteins und Onyx, die er kaputthauen darf. Blatt ab, blatt ab, blatt ab, blatt ab, blatt ab, ich fliege, Junge. Kapador kann auch nur fliegen, weil er vergessen hat, dass er nicht fliegen kann. Soll er sich daran erinnern, würde er sofort abstürzen. Da komme ich mal einmal als Überblick. Einheitshöhle, genau. So heißt das Ding. Das Problem an Biancas Miltang ist ja, ist, dass er liebend gern Walzer einsetzt. Und Walzer gegen den Sparbicht einzusetzen, das tut weh. Und zwar nicht nur ein bisschen. Warum ist das Kapador überhaupt schneller als der Sparbicht? Ich meine, klar, der ist Level 15, aber... Der ist ein fliegender Fisch. Das ist einer von den Cheapshies von Mario. Na gut, Sparbicht. EP gibt der auch nicht, ne? Du hast die zweite Gen so oft gespielt. Ich hab die auch ganz oft gespielt, aber irgendwie ist es mir halt gerade entfallen, weil ich die ganze Zeit Felstunnel im Kopf hatte. Aber das ist ja der aus der ersten Generation. Aber das Einzige, was ich noch öfter gespielt habe als die zweite Generation, ist wahrscheinlich die erste Generation. Wobei ich da nicht sagen kann, was ich vom beiden her gespielt habe. Wo man halt sagen muss, man läuft ja in der zweiten Generation auch immer durch die erste mit durch. Also dann hat man auf jeden Fall die erste mehr gespielt, weil... Gegen Igel Lavas Walzer auch ganz ordentlich, ja? Definitiv. Ich meine, mit Tyrakrog soll's ja irgendwie gehen. Das Problem, was ich da sehe, ist halt, dass unser Tyrakrog ja nicht sonderlich viel Schaden mit seiner Aqua-Knarre ansetzen sollte. Das heißt, das Einzige, was wir da als Hoffnung haben, ist, dass wir die Biss spammen können und dass er dann die ganze Zeit zurückschreckt. Das könnte funktionieren. Aber wer weiß, vielleicht läuft's ja bis dahin, ne? Wir können ja mal gucken. Platsch! Vielleicht Matraserei ja auch genug Schaden, wenn wir es absäppen können. So, äh, ja, Sparbicht ist gerade ein bisschen angeschlagen. Dann würde ich sagen, äh, packen wir mal kurz nach vorne. Dafür muss er Miltank überholen. Definitiv muss er das. Aber er hat ja, glaube ich, einen ganz guten Initiative wert. Im Angeln bin ich gut, aber im Pokémon-Kampf bin ich besser. Wir machen das ganz einfach. Wir gehen erst auf die Route nördlich da. Und übernehmen da die Trainer und machen das geile Käfersammler-Turnier. Und dann gehen wir zu Bianca und dann kriegt die richtig junge Frau. Ich meine, quack, quack, ist ja jetzt schon Level 14. Also an sich kann das ja ganz gut werden. Wenn wir da ein bisschen aufpassen, könnte das ganz gut klappen. Wir müssen halt gucken. Aber zur Not sterben uns da halt auch mal ein paar, ne? Das kann ja auch mal passieren, so. War das gerade Angelo-Angler eigentlich? Oh, nein! Da war ich wohl zu ungerültig, Jungchen. Oh, nein. Der will jetzt unsere Telefonnummer haben, oder? Halten junge Leute neunze Tage vor gar nichts mehr vom Angeln? Na, warte, ich zeige dir die faszinierende Welt der Angelkunst, junger Freund. Und dann zeige ich dir noch was ganz anderes faszinierendes. Meine Privatangel. Ja, bitte nicht. Ja, danke für die Nummer. Ein junger Mensch, der mir seine Nummer ergibt. Oh, ich bin so glücklich. Das muss ich gleich meiner nicht vorhandenen Frau erklären. Äh, ja. Ja, dann tut ihr keinen Zwangern. Na, komm. Ah, komm, nehmen wir dich halt mit. Ist okay. Na? Ich hab gute Pokémon im Bereich gefunden. Wir schaffen das schon. Ja, ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Alles klar, kleine Eisenbahn. Tommy. Na, kleinen Tommy. So ein Felino wäre auch ganz schön gewesen. Aber ich meine, wir haben ja schon ein Wasser-Pokémon, also ist das nicht so sonderlich dramatisch. Weizen wir den mal. Ich meine, das Beste an Felino ist einfach, dass der Wi-Fi auf dem Bauch hat. Das muss man auch mal gesagt haben. Der hat überall empfangen, der Kleine. So. Fast Level 15. Und du läufst immer noch mit einem Pokémon rum bei dir. Das ist ein bisschen ärgerlich. So. Aber das Problem ist halt, ich hab immer ungern nur ein Pokémon, weil das overlevelt sich dann schon ziemlich heftig. Ich meine, wir haben momentan zwei, die wir trainieren und trotzdem sind wir schon ganz gut dabei. Das ist halt besser, äh, besser später, wenn man das ein bisschen aufteilen kann. Dann hat man das Problem nämlich nicht mehr. So. Biff. Nepp. Und Radfraß weg. Moment. Haben wir Picknickerin Annette stehen lassen? Ich hab die nicht angesprochen, oder? Das kann ja wohl nicht sein. Da gehen wir sofort nochmal einen Hausbesuch machen. Grimasse. Wie schön. Äh. Danke, aber nein, danke. Mir geht's gut. Äh. Moment. Halt. Halt. Entend mit Pokébellen war sicher nicht einfach. Ja, deswegen mach ich das halt nicht. Ich darf ja auch zum Beispiel meiner Nassau keine Legendären ins Spiel nehmen. Selbst wenn ich Randomized hätte und das machen würde, würde ich die ja nicht reinnehmen dürfen. TM9, Kugelsaat. Och, schön. Schön. Einmal in die TMV-Tasche und dann können wir hier hoch. Dann können wir mit der guten Annette nochmal reden. Ich bin Knopfender. Ein Kapper, das ist aber was Schönes, ne? Weil Kapper, Kapper, Level 2, da freu ich mich. Das macht doch Spaß, das bis Level 20 hochzudrücken, damit es mal irgendwas lernt. Das ist doch schön. Das ist doch richtig. Was kannst du dir am Samstagabend schöneres vorstellen, als ein Kapper bis Level 20 hochzudrücken? Hallo. Random Encounter hat auch mal gut gehalten. Ich will jetzt mal die Items mit dem machen, aber ich will jetzt hier nicht jeden einzelnen Encounter durchmachen müssen. Ich geh jetzt mal einfach weg. So. Trinken? Trinken? Äh, wieso trinken? Was war gerade, wo wir trinken müssen? Ich habe jetzt mal getrunken. Aber war ja gerade eigentlich nichts. Hat uns ja keiner angerufen. Und keiner gestorben. Wir sind gut, glaube ich. Wir sind gut. Wir können auch zwischendurch mal einen Schluck trinken, ne? So. Knopp. Und weg. Ja. Gut trainieren. Dann dürfte das eigentlich alles ganz gut gehen mit dem Miltang. So. Na? Alles gut bei dir? Hallo. Dieser Blick. Wie faszinierend. Ja. Na, wie habe ich dich denn angeschaut? Erwin, schiele ich wieder? Ich versuche mir das abzugewinnen, Erwin. Bitte. Bitte sag mir, wenn ich schiele. Einmal bis, bitte. Dann vergiften wir uns doch durch wegen Giftdorn. Ne, Mama. Äh. Das ist einmal nicht. Ne. So, und dann machen wir jetzt nochmal... Ich wollte eigentlich gerade Aquaknarrer machen, weil wir keine Chance haben auf Giftdorn. Macht nichts. Ist nichts passiert. Alles gut. Geht's gut? Das war enttäuschend. Wir holen uns noch Annettes Telefon nochmal, dann haben wir ein bisschen öfter trinken dürfen. Die Dame ist nämlich dafür bekannt, dass sie gerne mal anruft. Nicht wahr, Annette? Bei dir ist doch alles frisch. Wenn ich's dir sage und dann hat sie... Was? Oh nein, eigentlich telefoniere ich gerade, aber ausnahmsweise kann ich dir auch den Arsch aufreißen. Wenn du willst. Ja, danke. Hm. Die nette Annette. Level 9 Nidoran Weiblich. 8. Aber nur 8. Schreck zurück. Haha. Jetzt spritze ich ihn noch nass. Gut. Echt gut. So, Annette. See, jetzt hab ich verloren, bevor ich richtig loslegen konnte. Na, dann pass mal auf. So. Oh, du bist ein großer Reiser. Das ist aber ganz toll. Wenn du nichts dagegen hast, hätte ich gerne deine Nummer. Dann kannst du mir alles erzählen. Lass uns Freunde werden. Ja, ich erzähle gern viel Zeug. Danke. Wie schön. Die Nummer wurde im Poképhone registriert. Lass dich auch interessante Dinge wissen, okay? Bitte, bitte lieb mich. So, dann können wir. Hätten wir das ja auch geklärt. Okay, meinst du links? Ach, was liegt? Na, wer stört? Ich störe. Nein, Voltila. Bitte. Dann macht doch mein Herzchen nicht mit. Ich kann ihn auch fangen, ihn auf die Box zu tun und ihn illegal nennen. Geheime Waren auf der Box. Das tut mir echt leid, Kleiner. Ich wollte das doch nicht. Mäh. Das Schöne ist, ich glaube, nachts können die nicht auftauchen. Mein Leid ist in 10 Minuten zu Ende. Und statik. Na? Kann ich mal heilen? Das wäre schön. Einmal bitte durch, ja? Danke. Gibt der Typ uns da eine Angel? Das wäre ganz schön. Ich frage den mal. Wartet mal so. Gib mir mal meine Pokémon zurück. Dann frage ich da mal. Hallo. Haben Sie zufällig eine Angel für mich? Ja, junger Freund. Ganz geil. Weil da viele Leute, die angeln hier, ne? Und kannst du auch mal eine Angelroute auswerfen, wenn ich da eine gebe, ne? Das ist doch schön, ne? Ja. Das ist keine Angel. Sie haben gerade ihre Hose runtergezogen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, da musst du erst mal die Route rausholen, ne? Und dann kannst du schön im Wasser lassen. Ja. Ja. Glaube ich dir auch sofort. Ja, dann steckle ich dich vor unsere Hippen. Bitte. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Bomben, dann können wir nochmal abdrehen. Und ich wache, quack. So einmal bis. Ich glaube, ich wechsle gleich mal kurz auf den Sparbicht. Weil hier draußen kann er ja noch zumindest ein bisschen was selber erledigen. Und Taubsy schafft er ja wohl noch. Wenn wir dann erstmal in der Höhle drin sind, da wird das nichts mehr. Da wird das definitiv nichts mehr. Dann müssen wir dann gucken, wo er bleibt. Da soll er jetzt zumindest auf Level 13 noch kommen, wenn es geht. Ein Taubi! Ah, fuhr den Schlag. Ne. So ist das gut, Sparbicht. Der Sparbicht, der enttäuscht dann aber auch einfach nicht. Der macht, was er machen muss. Und er macht es gut. Da haben wir gar keine Sorgen, dass das klappt. So, jetzt kommt ein Habitag. Das stört mich auch nicht wirklich. Der ist ja vier Level unter uns. Da kann Sparbicht dann ordentlich mal draufhacken. Ne. Oh, zweimal nur. Oh, nicht Heula. Lassen Sie das, bitte. Das ist für die nicht in Ordnung. Nur mal vor den Schlag. Hopp. Stich. Stich. Neunstich. Und weg. Sehr gut, Sparbicht. Gut, dann kriegt der Sparbicht nochmal 99 Punkte. Das reicht uns nicht. Ich kenne jetzt meine Schwächen. Oh, Gaudi, Mann. Du bist gerade in einem Lokal und kommst bald heim. Die Namen sehen interessant aus. Definitiv. Schön, dass du kurz reinschaust. Dann würde ich sagen, ein bisschen nachher. So, sind wir mal hier. Im Tünnel. Hier dürfen wir was fangen, übrigens. Ich hoffe, das ist nicht nochmal ein Zubart. Ja, in der Tat. Das ist wahrscheinlich nochmal ein Zubart. Wer ist eigentlich der nackte Typ da? Wollen wir da wirklich hin? Oh, hallo, mein Freund. Ich bin's. Neki Egon. Und wenn du Licht hast, brauchst du keine Angst vor Höhlen haben. Ich glänze im Dunkeln. Ja, durchaus. Zieh dir was an, Gude. Okay, dein Einsatz. Mach mal eine Aqua-Knarbe. In solchen Encountern kannst du zeigen, dass auch du ein Wasser-Pokémon bist. Ja! Sehr gut. Schön. Und Level 16. Entwickelt er sich auf 16 oder auf 18? Nein, gar nicht im Kopf. Sehen wir gleich. Ich glaube... Ich glaube jetzt nicht. Nee, auf 18. Gut, dann gehen wir mal hier unten links und holen uns mal das Item. Ein X-Ongriff, den können wir verkaufen, sonst bringt uns das nicht viel. Aber manchmal bringt einem sowas doch was, ne? Also man kann's vielleicht noch aufheben. Gehen wir hier runter. Hallo. Oh, jetzt. Was kriegen wir? Unser nächster Fang wird... Ich bin so wütend. Äh, so. Bis. Auf Stein gebissen. Das... Das ist... Das macht man manchmal so. Fangen wir uns den mal. Machen wir mal einen Pokéball. Das reicht hin. Haben wir noch genug von dem Zeug. Einmal rein. Job. Job. Non-job. Sehr schön. Prost, liebe Freunde. So, hier ist leer. Klein-Stein. Golfball. Golfball wurde auf die Box gepackt. So. Ach, verfliegt. Und hier sehen sie, was sie hätten kriegen können. Nein! Nein! Ich sag das so, ne? Aber da muss er mir wirklich direkt einen reinreiben. Ich hätte so gern einen Sandan. Ich liebe Sandan. Er ist so niedlich. Und nein, ich krieg natürlich wieder den Golfball. Ich hab einen Zubat und einen Kleinstein. Und... Und einen Radfratz. Ich bin der echte Teenager. TM39 Felsgrab. Da leg ich mich direkt rein. Uff. Da oben liegt auch noch was. Ich war aber jetzt dringend mal kurz noch einen kalten Sider. Ich versuch's mal wieder auf die alte Taktik. Es wäre schön, wenn der warme Sider in den Kühlschrank kommt und der kalte Sider aus dem Kühlschrank zu mir. Ich hoffe, das passiert bald. Bitte. Klappt heute nicht. Wer flixt? Muss ich selber aufstehen. Kleinen Moment, bin sofort wieder da. Keiner Moment, bin sofort wieder da. So, eiskalt haben wir hier. Dann können wir... Ach, verflixt! Wer stört? Ich störe. Zubat. Reizend. Ich hoffe, wir fangen Shiny in den Run. Ich freue mich immer, wenn ich einen Pokémon Run habe und dann Shiny kriege. Es passiert nicht so oft, aber es ist immer schon ein schöner Moment. Ein sehr schöner Moment. So. Als ich Pokémon Mond ganz normal durchgespielt habe, habe ich drei Shinies gefangen, ohne halt dafür zu chanen oder irgendwas zu tun. Das war sehr schön. Ich habe einen Shiny Tunnel gefangen da. Das war ganz lustig, weil ich wollte ein ganz normales Tunnel fangen, weil ich ein Metagross ins Team nehmen wollte. Und die lassen sich ja nicht sehr gut fangen, bekanntlich. Und dann haben wir diese Hilfsruf-Funktion bei Pokémon Schwarz und Weiß und dann einfach so oft um Hilfe gerufen, bis irgendwann Shiny aufgetaucht ist. Und den habe ich dann gefangen mit dem ersten Hyperball auf vollem Leben. Das war sehr lustig. Oh Mann. Und die Fangshocks mit den Tunnels ist nicht sehr hoch. Und dann habe ich einen Shiny Emolga gefangen. Und das war denn das dritte? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und dann war das die drei Shinies. Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, ich bin sehr schön. So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Ja, so ein Sand-Dang-Dang-Dang. Spritz ihn nass. Mach ihn richtig, richtig feucht. Nein, 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 bitte nicht. Das ist nicht gut. Ja, gut, Entschuldigung. So, EP, EP, EP. Wollen wir weitergehen? Bip, bitte, 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 bitte. Hallo, Herr Wanderer. Alles gut bei Ihnen? Nö. Oh, wer hätte gedacht, dass ich hier jemand über den Weg laufe? Hier sind richtig viele Leute drin. Und der Tunnel ist auch nicht sehr lang. Warum tun alle so, als wenn das hier total die gefährliche Unterführung wäre? Weil er sein Onyx rausholt. Es sind aber nur solche Leute hier drin, ne? Keine normalen Menschen. Nur solche Leute. Spritz ihn einfach mal weg. Ich denke, das hat er sich verdient. Onyx besiegt. Level up. Schön, schön. Ist doch ein ganz guter Verteidigung. Will ich langsam ein bisschen hoch? Das ist ganz nett. Oha, wer hätte gedacht, dass du so stark sein würdest? Und wer hätte gedacht, dass wir denken, wir Menschen? Oh, na, du. Auch Stress. Du bist auf dem Weg nach Azalea. Da gucken wir doch mal. Na, gucken wir mal. Was gucken wir denn mal? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, du sagst mir das. Na, gucken wir mal. In der Tat. Stein, Stein. Oh, machen wir mal ein Biss. Das reicht ja hin. Knapp. Weg. Ich meine, es ist ganz schön, Biss zu haben. Das ist durchaus mit dem hohen Angriffswert von doch eine Maßnahme. Es ist halt echt traurig, dass wir ein Wesen gekriegt haben, was den Spezialangriff senkt. Das hätte genau andersrum sein können. Und dann hätten wir jetzt echt die Zeit unseres Lebens. Aber ist es halt nicht. Und jetzt leben wir halt damit, wie es ist. Ich kann mir einen ganzen Haufen Kopfnuss-Encounter holen. Oh ja, fuck, ja, Forstelka krieg... Wir nehmen Forstelka ins Team. Forstelka ist ein geiles Rie. Wie der im Anime immer von Rocco rausgeholt wurde, dann immer gleich als erstes... Los, Forstelka! Setz Turpodrea ein! Forstelka! Brrrr! Ist doch alles explodiert. Ich hab den geliebt. Das war so lustig. Okay, Kleinstein. Der hat wahr nichts. Der trainiert ja echt richtig heftig. Der ist gleich Level 18. Gleich entwickelt er sich. So ist es, wenn man nur seinen Starter trainiert. Aber wir haben den Sparbicht, der auch gut trainiert. Der kann hier drin bloß nicht viel ausrichten. Deswegen muss das halt so. Am besten krieg ich noch sechs weitere Sparbichte. Ja. Dann benenn ich die aber alle um, ne? Der erste heißt Sparbicht. Der zweite heißt dann Lidl Lohnt sich. Der dritte... Würden wir... Wie viele Zeichen haben wir für so einen Namen? Könnte ich ein Habitag Lidl Lohnt sich nennen? Oder ist das zu lang? Und Smogon? Smogon! Okay! Smog, Smog! Das geht ab! Ja, ein bisschen... Oh nein! Nicht in die Gaswolke beißen! Das schmeckt doch gar nicht! So, ein bisschen EP. Und dann hat er noch einen Smogon. Ich bin zurück! Man hat zehn Zeichen. Okay, ja. Zehn Zeichen reichen nicht für Lidl Lohnt sich. Leider nicht. Leider nicht. Da bräuchten wir halt doch 13. Das ist ein bisschen viel. Jetzt sehe ich einen. So. Erreicht Level 18. Sehr schön. Tja, weh. War nix, ne? Aufgebrannt. So, und jetzt. Maßnahme. Hey! Ho! Quack entwickelt sich. Das ist doch mal ein Moment, was zu trinken. Steht zwar nicht auf der Agenda. Lidl Lohnt würde passen. Ja, doch. Stimmt. Glückwunsch, dein Krug ist jetzt ein Hüllenmensch. Wie schön. Na, geht's gut? Was macht der denn? Der bufft mich an. Der rupt, der bufft mich einfach an. Hüllenmensch ist doch nix verkehrtes. Ah, meint. Was haben wir hier? Na, kommt noch ein Wilder. Ein Wilder zu. Babab. Babab. Jawohl. In unserem entwickelten Status wird uns niemand aufhalten. Macht sie alle kaputt. Ja doch, der, der kriegt Miltang. Ja, mit Ansage. Der kriegt Miltang nachher. Da sehe ich gar kein Problem. Wer bist du denn? Hallo, junger Freund. Möchtest du vielleicht mal Fotos aus meiner Jugend sehen? Bist du nicht 15? Ja, damit bin ich sehr alt im Pokémon-Gewersum. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Pokémon-Universum ist übrigens 43 Jahre. Mit Glück. Nur mit Glück. Los. Mach mal Biss. Da freut sich Fleckmon. Er ist in seiner Emo-Phase. Ich glaube, er ist eher in seiner Ghost-Phase. Sonst würde er dabei nicht so aggressiv aussehen, sondern eher traurig. Aber der war nie traurig. Mein armes Pokémon. Nicht nett, okay? Also vor Psycho-Pokémon habe ich in diesem Run jetzt so gar keine Angst. Wenn wir später Knirscher aufhaben, dann ist da alles vorbei. Ich glaube, hier unten in der Ecke lag noch ein Item. Das hätte ich gerne. Oh, fuck yeah. Oh, nee. Wir hätten Knofenser vielleicht auch gegen Aaron tauschen sollen. Das wäre doch schön gewesen, oder? Das wäre doch sehr schön gewesen. Spritz ihn an, junger Mann. Spritz, Spritz. Da freut er sich. Schön. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Ich bin umsonst hier runtergegangen. Danke. Danke für gar nichts. Noch ein Zubat. Noch ein Zubat. Ein Zubat. Okay, Knissbahn war weg. Gar kein Problem. Ja, er ist auf jeden Fall nützlicher jetzt. Ja, als wenn er vorher nicht nützlich gewesen wäre. Ja, krass, ist ein Leistungsträger hier. Ja. Nicht so wie die Pokémon, die wir nur für die Quote da... Oh, hier oben ist noch was, oder? Oh, nee, da kommt... Ach, komm, wir hier. Ich bin so blöd. Den Kauern mache ich jetzt aber nicht mit. Ich renne jetzt weg. Weinstein. 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 Nicht, dass ich hier noch das Grindens gezüchtigt werde. Nee, nee. Wir rennen jetzt weg, bis wir wieder hier um die Ecke rum sind. So, jetzt können wir wieder, wenn was kommt. Oh, da liegt noch was. Ein Aufwecker für Sideric. Danke, Sideric. Das brauchst du. So, dann einmal raus. Schön, ach, es regnet. Es regnet. Dann kann der Sparbich mal wieder nach vorne. Der Pömpel, Zupart und Knusper, die werden jetzt nicht trainiert. Die gehören jetzt nicht zum Pokémon, den ich unbedingt am Ende im Team haben möchte. Also wird das nix. Och, endlich bin ich durch die Höhle durch. War viel größer, als ich dachte. Und ich bin müde und traurig. Und traurig und müde. Wenn ich einen Tanzer will, sollte ich jetzt hier einen Counter meiden. Also unbedingt will ich das gar nicht, weil, ganz ehrlich, das lebt doch von Explosionen. Hier steht ein Apricoco-Baum. Nimm mal mit. Wir fangen uns jetzt hier 1a noch ein Habitag. Mit Ansage jetzt. Da gibt's bestimmt nix anderes. Da oben steht er übrigens. Wir reden jetzt noch nicht mit ihm. Aber niemand fährt jetzt heim. Ja, dann müsst gleich, würde ich sagen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, fuck yeah. Noch ein Zubart. Okay, Sparbicht. Es regnet. Ich mag nicht, wenn es regnet. Ja, das ist natürlich ein schönes Pokémon. Das hätte ich sehr gerne in Zubart. Wenn der Sparbicht es am Leben lässt, fangen wir es uns vielleicht. Na, Sparbicht, wie ist deine Meinung? Nö. Na, dann halt nicht. Ach, passt schon. So schön. Sparbicht möchte Verfolgung lernen. Das möchte ich. Okay. Was möchtest du denn verfolgen? Ladenbiebe. Ja, doch. Das ist natürlich eine Mission, die du da hast. Was macht Verfolgung genau? 40 Schaden und kein SPRB. Weißt du, Sparbicht, das kannst du vergessen. Also gut. Dann nicht. Ja, Verfolgung nicht lernen. Okay, schau. So, dann reden wir jetzt mal mit unserem Meister hier. Yo! Ich hab den Tunnel durchquert und hab jede Menge Energie. Und jetzt schlag ich dich und ich zeig dir, ich bin so geil wie noch nie. Tommy! Yo! Ab geht das. Clean Stain! Oh, danke. Äh, das ist nicht meine Aufgabe, gegen einen kleinen Stein zu fänden. Na, Moment, aber es regnet doch. Das ist doch voll geil. Da freut sich einer. Und ich weiß noch ganz genau, wer. Alles nass. Geil. Und da freut er sich. Oh ja, und jetzt wird er mit Schlamm gespielt. Das ist hier Highlight für jeden Vierjährigen. Es regnet und wir werfen mit Schlamm rum. Das ist es. Das ist jetzt richtig geil. So. Ich hab Kratzer eigentlich. Jetzt. Da war ich wieder überhyfrig. Kennt ihr das, wenn ihr so schnell A drückt, dass ihr irgendwie zweimal auf den gleichen Knopf drückt und dann setzt ihr irgendwie Kratzer oder Tackle gegen Kleinstein ein und denkt euch, Mensch, vielleicht sieht Quack nicht nur aus wie ein Höhlenmensch. Was soll ich denn jetzt heißen? Na, Entschuldigung. Mach ihn nass, komm. Oh Mann. Und weg. Kleinstein wurde besiegt. Sparbicht durch EP. EP. Und es regnet noch. Es regnet noch. Als nächstes hat er dann Macholo. Dort kann er Sparbicht machen. Er wird jetzt wahrscheinlich mit einem Handkantenschlag voll aus dem Leben gegitet. Aber was soll's. Und dann ist das eben so. Ich bin stark. Ja. Das bist du. Ich bin halb tot. Aber ich bin... Ach ja. Der, der fokussiert sich. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's gleich richtig los. Es regnet. Ja. Jetzt schnabbeln wir ihn um, dann ist gut. Sehr gut, Sparbicht. Dann haben wir Tommy auch besiegt. Yo. Oh no. Das ist nicht bereit. Scheint, als hättest du mehr Energie als ich. Sicherlich. Aber sage mal, wusstest du schon, ich hab auch ein Telefon. Ruf mich an und call me back. Ich trage an meinem Bauchhorn nicht Speck. Yo. Äh. Wenn wir Telefonnummern austauschen, dann können wir einander doch sicher jede Menge nützliche Infos geben. Masse. Masse. Masse los. Alles fresh. Alles klar. So. Okay. Nummer rein. Nummer raus. Tommy, der schaltet jetzt aus. Ich ruf dich an. Baby. Hast du mich genannt? Hast du mich gehört? Okay. Danke. Aber nein. Danke. Was soll das werden? Weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Na, mit Team Rocket natürlich. Die dürfte es eigentlich ja nicht mehr geben, sagst du, dass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor drei Jahren verwirrend aufgelöst. Ja, aber. Jetzt stecken wir mitten in unserem Comeback. Ja, wir droppen bald unsere neueste Hit-Single. Die nennen wir dein Radfraß gehört jetzt uns. Arschkrampe. So, jetzt ist es jetzt. Lass mich in Ruhe. Aua. Der Mika Hauen. Ja, blick ich mich nicht an. Das ist ein gefährlicher Typ. Da, ja, Angst. So, einmal heilen, bitte. Darf ich? Okay, danke. Pokémon heilen und wieder frisch machen. Das klingt doch gut. Hier, Sparbicht. Mach mal. Sparbicht. Miep, 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 miep. Einmal vollgeheult. Einmal vollgeheilt. Komm bald wieder. Mach ich, mach ich. Vielleicht. Oder mach ich. Wahrscheinlich. Eher nicht, nein. So. Dann einmal zu Kurti. Dem alten Schlingel. Einmal an seinen Baum geschüttelt. Da freut er sich. Oh, eine Weiße. Oh, pretty Coco. Einmal rein in die Box. Und dann können wir hier mal bei Kurti, Sprutti, persönlich vorbei. Na? Hm, wer bist du denn? Oh, Seidrich heißt du, ne? Du willst ein paar Bälle, ne? Du Männer, aber das musst du warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Die missbrauchen Pokémon für ihre Schandtaten. Die Typen sind einfach das Letzte. Die hatten sich vor drei Jahren aufgelöst, aber jetzt sind sie irgendwie nicht mehr aufgelöst. Das ist schlecht. Wir müssen die Fleckmon im Brunnen retten. Die schneiden denen nämlich den Schwänz ab. Ja. Verdienen sich damit eine goldene Nase. Wer kauft überhaupt Fleckmon-Schwänze? Jetzt gibt's richtig. Ich geh da rein und wir kriegen gleich mal einen Roundhouse-Kick von Opa Kurt. Kurtchen. Kurtchen, komm zurück. Kurtchen, du schaffst das nicht alleine. Du brauchst doch die Hilfe vom Sparbicht. Braucht er? Nein, braucht er nicht, aber... Psst. Ich rette ihn. Kurti? Kurti? Ich bin in den Brunnen gefallen. Hallo, ich bin dein Fleckmon. Ja, hallo Fleckmon. Du bist es, Cedric. Die Wache oben hat sofort das Weite gesucht, als ich sie zusammengeschrien habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und hab mir die Hüfte geprennt. Danke für gar nichts, Opa. Ja, und jetzt sitze ich hier fest. Perflex. Wenn ich laufen könnte, dann würde ich die mit meinen Pokémon zu klein als Farbe. Du kannst doch auch einfach deine Pokémon da reinschicken, oder? Die verstehen das doch. Mach die richtig fertig, sagst du einfach. So, Fleckmon-Brunni dürfen wir auch was fangen übrigens, wenn was auftauchen sollte. Fangen wir uns den jungen Mann hier. Hey, hey! Perflex. Ich hab auch in Wache gehalten und dann kam dieser halbwahrnsinnige Opa. Urpann hat sich gar über einen Schrei und springt einfach an den Brunnen schafft. Ist er geistig... Ey, ich weiß nicht, das ist mir sowieso. Segal. Ich lass meinen Frust jetzt an dir ab. Ach, Entschuldigung. Was hab ich denn jetzt noch wieder angestellt, hä? Rocketrübeln mit dem Radfrax. Okay, Sparbicht, dein Einsatz. Level 9 Radfrax, das sollte wohl machbar sein. Noch ein Zubart und noch ein Zubart. Oh. Wamm kritten die denn heute alle eigentlich? Was ist denn los? Wir gehen auf jeden Fall nochmal in den Supermarkt, bevor wir in die Käfer-Arena reingehen. Oh, Sparbicht wieder. Sparbicht krittet aber auch. Ist das schön. Wollen wir nochmal schnabeln. Schnabel. Ja, Sparbicht. Das ist unser Held. So, was haben wir als nächstes? Noch einen Radfrax. Da ist kein Problem. Solange der nicht wieder krittet, mit Ansage, ist alles in Ordnung. Nicht wahr, Radfrax? Das wäre mir da ja nicht so lecker, ne? Ich bin eine Ratte. Ja, das bist du in der Tat. Rettte. Äh, ich stelle mal Ruheort ein, also warum nicht? Hehehehehehehehehehehehe. Sparbicht! Das ist nicht in Ordnung. Ja, doch. Das macht man so. Sparbicht macht das. Okay, nochmal schnabel. Und dann ist gut. Ich hab früher übrigens immer Ruheort gelesen und nicht Ruheort. Ich meine, das macht ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn. Die Vogel haben einen Horst wahrscheinlich, ja. Sparb ich alles frisch bei dir? Mami. Sparb ich jetzt noch immer äußerst energiegeladen. Das hört sich doch gut an. Überfall, Geld her! Ah, Hilfe! Moment, sind wir nicht die Bösen? Überfall, Geld her! Ach so, ja. Entschuldigung. Hab ich vergessen. Ah, ich mag die Team Rocket Musik aus der vierten Generation und aus der zweiten Generation allgemein sehr gerne. Tatsächlich so. Ne, 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 ne. Ich finde, das Lied hätten die auch schon in der ersten Generation haben dürfen. Das wäre schön gewesen. Das sind sehr normale Trainer für ihn. Aber das hätte ganz schön was hergemacht, wenn die wirklich so abgegangen wären. Ja, Furienschlag ist auch immer so eine Nummer für sich. Und wenn der fünfmal trifft, dann ist er aber direkt vorbei. Schluck, 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 schluck. Okay, schluck. Schluck. Äh. So, machen wir einen Schnabel. Schluck. Sonst haben wir erstaunlich wenig Leute angerufen bisher, ne? Also, da ist auf jeden Fall noch gut Luft nach oben. Dann spare ich da euch, Level 14. So, rettern. Machen wir den Wechseln. Ne, 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 ne. Ich muss gerade an den Punkt und Stadium war das eins oder zwei. Ich glaube eins denken. Pass auf, Schluck hätte fast Schaden gemacht. Ja, ich auch mitgekriegt. Äh, ja. Rettat im Punkt, was dann eben eins ist das Minispiel, wo man die auf diese Ringe werfen muss. Und die dann immer so, rettaun. Rettaun. Das war geil. Okay, Sparbicht ist nicht vergiftet. Alles ist gut. Wie macht der überhaupt Giftstachel? Beißt der? Oder was macht der mit Giftstachel? Das macht ja überhaupt keinen Schaden mehr. Das ist Sparbicht. Fünf Treffer. Oh, Sparbicht! Ich sag, Sparbicht, der macht keinen Schaden mehr. Und was macht der? Er macht auf einmal Schaden. Schön, Sparbicht. Du bist der Beste. Sparbicht, das ist es. So, super, Sparbicht. Das hast du gut gemacht. Yeah! Äh, äh, befördert das Bike. Äh, ja. Sparbicht. Komm, Sparbicht. Wir gehen mal eine Runde rum. Ah, unser Encounter. Was kriegen wir? Was kriegen wir Schönes? Sparbicht. Jawoll! Ich bin Level 5. Ja, das bist du in der Tat. Okay, Sparbicht. Wir regeln das ganz einfach wie echte Männer. Wir machen einfach Ruhe und dann gehen wir weg. Jawollo. Superfall. Nee, danke. Tschüss. So, dann einmal hier bitte. Ein Supertrank. Das klingt doch gut. Freitag packt den in die Medizin. Tosch. Das ist hier unten. Vielleicht soll ich den Stein was raussammeln. Dann noch ein Supertrank. Jawoll. Alles, was uns kein Geld kostet, ist gratis. True 2019. So. Wir sollten aufhören, Flaggmon und ihre Routen abzutrennen. Wenn wir auf jeden Fall nichts mit dem Trainer hörten, wären wir Ratz, Fratz und Rout da hin. Ja, Ratz, Fratz, Ratz, Fratz. Hi, Koi. Schön, dass du da bist. Wir sind hier gerade im Flaggmon-Bohnen. Und wir werden jetzt hier Ratze, Fratze, beim Sparbicht ein paar Ratzfatz auseinander nehmen. Machen wir auf Fulienschlag. Ich freue mich schon drauf, wenn der Sparbicht sich entwickeln sollte. Ich hätte, glaube ich, noch nie in irgendeinem Let's Play einen Ibitag gehabt. Wirklich noch nie. Also so privat, glaube ich, einmal, aber sonst nie. Das ist jetzt hier so ein First, ne? Da ist das Ibitag, das ist Sparbicht. Mal schauen, ob das funktioniert. Too bad. Das ist ja kein Problem. Einmal Fulienschlag drüber und dann ist er vorbei. Oder? Kommt immer so ganz auf an, wie der Sparbicht heute drauf ist. Schluck. Ja. Schluck. Wir meinen es immer, wenn Blutsorger kommt auch Schluck. Schluck. Ich jinx es gerade sehr. Ja, wenn schon, denn schon. Dann muss er auch spannend bleiben hier. Nee, wazubat. Oh mein. In der Tat. Ein Sparbicht kommt nicht bis Level 20. Hey. Meinst du, der stirbt gegen Sichlor? Das wäre natürlich traurig, aber... Vielleicht schafft er es ja auch, ne? Ich meine, er ist ein guter Junge. Vielleicht lernt er ja auch noch Flügelschlag. Der Sparbicht kriztet auch erstaunlich oft. Das muss man ihm lassen. Komm schon, Sparbicht. Wir vertrauen dir. Du bist der Mann, Sparbicht. Du bist der Mann. Du bist zu stark. Ja, Sparbicht ist der Mann. Habe ich doch gerade gesagt. Hört ihr mir eigentlich zu, wenn ich rede? Wahrscheinlich nicht. Sonst wärt ihr nicht mehr hier. Aber was soll's? Wir haben's. Jetzt gehen wir mal mit dem blauhaarigen Schnösel da oben reden. Hi, Fleckmon. Ein Fleckmon mit abgetanter Rute hoch. Hast direkt einen Brief bei sich. Willst du ihn lesen? Das ist Postgeheimnis, ne? Machen wir. Zeitrick liest den Brief. Bitte kümmer dich gut um Rupert und Fleckmon. Ja. Was hat er gemacht? Hat Fleckmon den Schmanz abgeschnitten. Ist das kümmern? Ist das Umweltschutz? Ich bin mir nicht sicher. Danke, Papa. Entschuldigung. Na? Was willst du von mir, hä? Bei dem Rocket fürchtet man mich. Mit ganz besonders grausamen Trainer. Ich glaub, mit grausamer Trainer meinen die nicht das, was du denkst. Hey, hey. Ja, ganz langsam. Ich würd dich zulassen, dass du zu uns bei der Arbeit im Bequere kommst. Oh, 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 oh. Ja, wenn Sparbicht gegen Sichler stirbt, ächsen wir zweimal. Ansage jetzt. Okay, Lance. Was ist denn los mit dir, Lance? So, Sparbicht. Mach mal Furien-Schlag jetzt. Einmal Zliwi-Zliwi und dann ist Zubart weg. Gar kein Problem. So ist das gut. Sparbicht. Der gibt sich jetzt alle Mühe, der Sparbicht, ne? Schluck. Okay, Schluck. Prost. So kriegt man nämlich Zubart und Tentara-Encounter auch interessant. Wenn man bei jedem Zubart und Tentara eintrinkt. Schluck. Also nicht, wenn sie auch dauernd, aber wenn er Blutsauger einsetzt. Ruhig. Wenn man irgendeine Saugerattacke eingesetzt wird, trinken wir jetzt auch einen. Ich meine, die trinken, also trinken wir auch. Das ist nur solidarisch, finde ich. Moran! In jeder Stadt gibt es einen Idioten, der sich uns in den Weg stellt. So gut. Freut mich. Das nennt sich Zivilcourage-Lens. Das ist was Gutes. Naja. In der Tat sollte Sparbicht mehr Schaden machen. Kiffewolke, äh, was, nee, äh, wie macht man das nochmal? Habe ich vergessen. Egal. So, Sparbicht. Crit! Äh. Juffi! Nee! Lassen Sie den Sparbicht in Ruhe! Dann trinken wir auch, wenn ich eine Saugerattacke einsetze. Wann setze ich denn mal eine Saugerattacke ein? Energiestaub? Nee, warte mal. Hier, Status Heilmittel will ich. Gegen Gift. So, Sparbicht, bitteschön. Bling! Sparbicht geht's wieder gut! Yeah! Smoggy! Zum Finale fehlt nicht mehr viel. So, Klöpp! Klöpp! Na, Verflickst! Gifte! Smogon lässt du das jetzt mal? Gifte! Für jede Attacke, die verfehlt? Nee, für jeden Blutsauger. Wow, der war es anscheinend ernst, damit uns aufzuhalten. Ja, in der Tat. Gifte Alpecin mit Koffe ihnen nicht gegen Haarausfall. Kann der Richter aus wenig so weit bezeugen. Perflex Sparbicht! Nee! Sparbicht! Wir töten den Sparbicht! Lass ich nicht auf mir sitzen. Wir gehen auf... Jetzt ist es vorbei. Wir gehen auf... Fett stinkt! Ah, geht's noch gut. Wir beißen jetzt einfach mal in die Wolke rein, dass es schmeckt. Ja. Dankeschön. Sparbicht mit DP! Level 15 von Sparbicht! Jawohl, Sparbicht! Und... Kippt DP! Äh, äh, ich kann das erklären. Hätte ich dich mal nicht für ein Kind gehalten und meine Nase gerümpft. Äh, naja. Scheiße drauf. Heh, jetzt stimmt's. Ja, Team Rocket wurde vor drei Jahren zerschlagen, aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten willst du uns nicht. Da kannst du alles tun und warten und bladibluppig. Jetzt zählt dein... Na, Cody? Sparbicht, ich sterbe! Können wir jetzt Sparbicht irgendwie mal heilen? Das wär schön. Oh, du hast die Leute von Team Rocket besiegt. Ja, das ist ja schön. Meiner Hüfte geht's auch wieder besser. Dann wollen wir nichts gewesen sein. Ganz ehrlich, wenn du dir die Hüfte wirklich angeknackst hättest, dann würdest du jetzt nicht so glücklich hier rum... Hey, hey, hey. Halt, stopp. Also, Sparbicht, das war eine Gansleistung. Ich hab's vorhin schon einmal gesagt, aber vor drei Jahren hat ein Junge namens Rodia... Blub, blub, schnibli, dip. Opa, jetzt erzähl mir keine Geschichten aus der Jugend. Du machst mir jetzt Bälle. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ne Turboball. Moment, halt. Oh, wie ich sehe, hast du ja ein Paprikokos. Da mach ich mir ja alles vorbereiten. Aber Moment, ich soll ihm jetzt was geben? Äh. Ich geb ihm die, die Pinke. Da ich nämlich zwei von. Kann er haben. Oh, wie schön. Pinke für meine Lieblingsfarbe. Bunte Burger. Ich hab eine Idee. Willst du vielleicht Telefonnummer von meinem Opa... Ja. Ich hab kurz Nummer am Pokokom registriert. Ist eine Festnetznummer. Ach, ja, okay. Danke. Oh, 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 oh. Halt, 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 halt. Halt, halt. Ich dachte, Kurt würde mich heilen. Aber so nett ist der nicht. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Sparbicht, wie gut geht's dir? 17 HP. Schaffen wir's damit ins Pokécenter? Ich denke mal, das sollte drin sein. 16. 15. 15. 14. 13. Sparbicht. Sind das wirklich einzelne Punkte? Jawohl. Verliert immer nur einen Punkt, wenn ich mich bewege. Das ist kein Problem. Sparbicht! Oh, durch Gift können sie außerhalb des Kampfes nicht sterben? Das wusste ich gar nicht mehr, ne? Ich hab die immer geheilt, wenn ich normal gespielt hab. Pass schon. Hier, bitteschön, Sparbicht. Danke. Die Pokémon sind wieder gut. Ja. Wollo. Okay, Sparbicht, jetzt geht's los. Jetzt kommt dein Einsatz. Zweite Arena jetzt. Nimm Sparbicht. Reingeh das. Das ist ab der vierten Gen. Ah, siehst du mal. Neue Tür hab ich auch mal gefunden. Das ist gut. So, rein geht das. Käfer häufeln. Ach, ja stimmt. Das war ja so hier. Geh mal hier. Dann können wir gleich mit dem Käfersammel da oben nochmal Bläusch hinhalten. Und wir nehmen die schönen alle mit. Der Sparbicht, der braucht die Erfahrungspunkte. Na, geht's gut? Ah. Moment, was? Du hast also herausgefunden, wie man die Netze überquert. Dann zeig ich dir mal, was Käfer-Pokémon so alles können. Was können Käfer-Pokémon? Also können sterben und sich in Pocon einpacken und dann nicht mehr angreifen und sonst nicht viel, hab ich gesagt. Ach, Mensch, das ist doch schön. Mein Sparbicht kann Käfer-Pokémon aufessen. Boah, zeig mal. Schön, ne? Boah, klasse. Ich hab übrigens noch einen Horn-Liu, wenn du das auch noch haben willst. Ja, danke, gern. Ja, der hat wirklich noch einen Horn-Liu. Danke. Gern. Wie schön. So Sparbicht. Dein Mittagessen steht bereit. Kannst einmal drüber hier. Das Allerschönste ist ja, gleich kommt unser Rivale mit seinem Loreblatt und denkt, doch jetzt ist aber vorbei, Kumpel. Und dann kommt der Sparbicht und pickt das Ding einfach aus dem Leben. Super Sparbicht, das ist gut gemacht. Dann nehmen wir gleich mal den linken, den linken Bahn. Das ist nämlich den richtigen. Diese Weberack-Bahn finde ich aber ganz cool so. Das hat so eine schöne Idee. So, na, alles frisch bei dir? Hey, hey, ich bin auch ein Käfer-Sammler. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt auch, dass sie sehr schnell nicht mehr sehr viel stärker werden. Das ist, was er eigentlich sagen wollte. Aber wir wollen da jetzt nicht mal so sein gerade, ne? Sonst weint der noch. Also, tun wir mal so und laufen mit ihm mit und sind so, ja, Käfer-Pokémon ist ja ganz toll, ne? Käfer-Pokémon, die sind klein und riechen und kleben an deiner Wand und fressen Löcher an deine T-Shirts. Das ist schon schön. So, Kokuna, das ist es. Dann machen wir direkt mit dem Sparbicht weiter. Der darf hier gerne noch zwei, drei Level-Ups gehen in der Arena. Da habe ich gar kein Problem mit, wenn der Sparbicht sich hier mal ein bisschen ausweitet. Das ist auch sehr schön, wenn der noch Flügelschlag lernen könnte. Weebark ist ein klasse-Pokémon, definitiv. Er stimmt fast alle Insekten-Pokémon am Vierbein und fast alle Spinnen-Pokémon in sechs. Oh, du sagst, doch. Das ist ein bisschen wenig. Oh, guck mal, ein Bibor. Bib, 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 boah. Oh, er hat überlebt. Furien-Schleif, oh nein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Na gut, viermal ist in Ordnung. Aber der Vier hat gekrittet, das ist, als wenn es fünfmal getroffen hätte. Du, Bibor, das ist nicht in Ordnung. So, Sparbicht. Mal schön das Level-Up hier aus dem Bibor mitnehmen, ne? Das ist doch schön. Sparbicht. Jawohl, Sparbicht erreicht Level 16. Nett. Na, Axel? Weiterentwickelte Pokémon, die sind wohl nicht genug. Äh, vielleicht soll ich keine Käfer-Pokémon, ja? Jetzt kommt der Moment im Leben eines jeden Käfersammlers, wo er realisiert, dass er vielleicht keine Käfer-Pokémon trainieren sollte. So, fahren wir mal hier rechts. Bip, bop, 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 bop. Hallo? Na? Äh, du hast die Fleckmon gerettet? Alle Achtung, nicht von schlechten Eltern, aber meine Pokémon sind auch ganz toll. Na, was hast du denn? Hast du ein Smetpo jetzt, oder? Nee, ich hab'n Paras. Wo ist das denn ausgewachsen? Paras ist ganz gut. Gut, der kann Pilze und Krebs und hat Goggleyes... Goggleyes! 1A-Pokémon, ich bin beeindruckt. Durchaus, tolles Ding. Äh. Gut nicht, Pokémon. Äh, nur ich, ich, ich will jetzt immer nicht so sein. Paras ist ganz klasse. So, zurück, Sparwicht. Ja, mir nix mehr verloren. So, dann zieh ich nochmal am Hebel. Dann können wir mal zu den zwei jungen Damen noch rüberfahren. Dann haben wir, glaube ich, einen Doppelkampf vor uns. Hallöchen! Uh! Du willst gegen den Leitern tricken? Das schaffst du doch nie. Wenn du nicht alles machst, dann kannst du gegen uns verlieren. Geweiher. Oh, ja. Und hallo, Sophia, schön, dass du da bist. Eva und Ute. Ute und Eva. Sparwicht und... Sehr schön. Okay, Sparwicht, du machst mal Schnabel. Du weißt was, du kannst dich heilen. Mach mal Ruheort. Ich selber, ja. Und dann knuspern wir in der Zeit mal das Weberag weg. Sparwicht. Sparwicht ist schneller als... Interessant. Sparwicht hat ja auch Plus-Initiative im Wesen. Der geht ab. Er darf bloß gegen nichts kämpfen, was eine spezielle Attacke hat, die sehr effektiv gegen ihn ist. Das wäre nicht so schön. Und, Gaudi, Mann, schön, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast. Und... Er erreicht schon Level 19. Das ging aber flott. Boah, nochmal drei Angriffen mehr. Kometenhieb. Was ist denn los hier? Ich bin weh, ich bin Ladybad. Ich boxe euch alle aus dem Leben. Ja. Ne, lass mal sein. Peabors, Medbus, Garaborn, Volbig, Lomysus, Siflor. Ich glaube, es ging vor allem um die Käfer-Pokémon, die halt wirklich so tiefer gelegt laufen und nicht aufrecht auf zwei Beinen. Und zurück. Boop, 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 boop. Ich hätte gleich am Hebel ziehen sollen. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop ab. Na? Haha, mein Name ist Kai und wenn ich um Pokémon geht, macht mir keiner was vor. Ich werde mal ein berühmter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Käfer-Pokémon, da ich mir eine Kostprobe meiner Forschungsergebnisse geben. Meine Forschung zeigt, dass Safran und Pokuna beide scheiße sind. Willst du mal sehen? Ja, bitte zeig mal. Will ich durchaus sehen. Das ist mein Sichler. Moment, er fängt nicht mit Sichler an. Okay, Sparby. Level 17. Ach du Scheiße. Ruck, Zuckie. Ich hätte jetzt gedacht, er fängt nicht mit Sichler direkt an. Ui, das macht ja schon ganz schön Schaden. Sehr verkriegt. Ich denke, wir sollten vielleicht lieber doch ein entwickeltes Pokémon mit höheren Stats reinschicken. Das wäre eine Maßnahme. Macht ruhig wie vier. So, das geht. Gott sei Dank macht er keine Zornklinge, ne? Hätte er ja machen können. Oh, Energiefokus. Das ist gut. Energiefokus. Oh, hat er eine Beere? Natürlich hat er eine Beere. Citrobeere sogar. Der heilt sich ganz schön. Oh, nochmal bis. Er ist fände jetzt hier ruckzucki. So wie es aussieht. Soll er ruhig machen. Soll er ruhig machen. Ich gehe sogar auf Nummer sicher, weil ich glaube, nach Sichler hat er nichts Anständiges mehr. Soweit ich das in Erinnerung habe. Deswegen heile ich krack mal. Noch lache ich und gleich kommen die Kritze. Ja, definitiv. Da ist ein Crit. Oh, das hat uns aber nicht wirklich so viel Schaden gemacht. Also noch ein Crit könnte ich Gertwin. Ach ja, hey, Mensch. Das kann er ja auch. Sichler kommt zurück. Und das soll er halt machen. Hat er noch einen Safcon? Wie schön. Ein Safcon. Ja, Mensch. Wenn du Safcon draus nachst, dann zeige ich dir auch mal was Schönes. Das nennt sich Supertrank. Ist schön, ne? Ein Volltreffer hätte gekillt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Macht ja nichts. Wir kennen uns da ja aus. Wir sind ja Profis. Ich glaube nicht, dass wir irgendein anderes Pokémon haben, was da jetzt gerade Spaß gegen hätte. Der hat nämlich immer Spaß. Energiefokus. Komm jetzt. Beiß ihn weg. Das Problem an Sichler ist, dass er ja auch so schnell ist. Wenn wir schneller, hätte er bestimmt keinen Spaß mehr die ganze Zeit bis. So, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Er kriegt drei Millionen Erfahrungspunkte und erreicht er mit 20. Als nächstes hat er noch Kokuna. Mensch, da möchte ich doch gerne wechseln. Ja, in der Tat, Sparbicht. Das ist deine Nummer jetzt. Jetzt kommt der Endgegner vom Sparbicht. Hat seine Arbeit getan. Jetzt kommt der Sparbicht. Absoluter Endgegner hier. Eva, warum lassen Sie sich nicht unterkriegen? Auch nicht mein letztes. Denkt ihr echt, Kai hat gerade noch Hoffnung zu gewinnen, nachdem ich seinen Sichler aus dem Leben geboxt habe? Wenn jetzt ein Kokuna hier noch steht. Ich kann Gift machen. Ja, Sparbicht ist nicht vergiftet. Das ist immerhin mal nette Überraschung. So. Ja, schön. Das ist doch genug. Gift machen. Nicht... Nein. Sparbicht ist vergiftet. Mensch, wir hätten damit gerechnet jetzt. Oh nein, halt noch ein wenig durch. Nein, in der Tat machen wir das nicht. Ich habe nie verstanden, warum er seine Pokémon hier entwickelt hat. Ich glaube, es ist das gleiche, was ich vorhin erklärt habe. Ich denke einfach mal, dass er nicht so ein ausgereifter Trainer ist, der es schafft, seine Pokémon so früh zu entwickeln. Und deswegen entwickeln die sich bei ihm erst später. Was ein bisschen traurig ist, weil er hat in der Tat Leute in seiner Arena, die Level 12 Bebos haben. Also. Die Theorie steht. Kai hat einfach nichts drauf. So. Aero-Arts ist natürlich eine Attacke, die wir dabei haben wollen. Die Frage ist bloß, was packen wir weg? Und ich würde sagen, wir packen Schnabel weg, weil den brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Ja. Eins, zwei und schwupp. Schnabel weg. Und Aero-Arts rein. Hm, das war es dann wohl. Ja, in der Tat. Hm. Oh, das war unglaublich. Du meinst viel Bescheid. Mann, oh Mann. Ich habe noch viel zu lernen, aber jetzt lass mal weiter. Erste den Orden. Den Insektor-Orden. Prost. Arena geschafft. Weißt du schon, welche Vorzüge du genießt? Mit ihm gehorchen die alle Pokémon bis zu einem Level von 30. Außerdem können wir Zerschneider machen. Wie schön. Und das hier hast du auch verdient. TM 89. Ich wollte ja TM 69 geben, aber nie. Äh, Katwende ist das. Dann kannst du mit einem anderen Pokémon tauschen. Ist das nicht toll? Ja, ganz toll. Ganz toll. Äh, das war eine Käfer-Attacke auch, ne? Ja, ja. Ja, aber der Katwende ist gar nicht so schwach, ne? 70 Schaden ist gar nicht wenig. So. Dann mal zurück. Ab nach Hause. Muss ich mir das jetzt hier echt geben? Wie viel AP hat eigentlich der Sparbicht gerade noch? Das wäre vielleicht mal ganz gut gewesen. Nicht, dass ich den jetzt umbringe, während ich nach Hause gehen will. Aber wie gesagt, das ging ja nicht mehr. Also ist das ja egal. Wie funktioniert das Trinkspiel genau? Ich meine, das kann ich gerne nochmal zusammenfassen. Wir trinken jedes Mal, wenn wir eine Arena schaffen oder den Rivalen besiegen. Wir trinken jedes Mal, wenn wir angerufen werden. Und jedes Mal, wenn wir ein Pokémon fangen. Und neue Regel, die wir gerade dazu gedacht haben, ist, wir trinken auch jedes Mal, wenn irgendwer eine Sauger-Attacke einsetzt und damit ein Pokémon auch was trinkt. Und, ähm, ja. Ansonsten, ähm, läuft das so, dass wir noch echsen, wenn ein Pokémon stirbt. Dann gibt es also einen großen Schluck oder einen Shot. Und, ah, Gregg! Gregg, Moment! Ich gehe ans Telefon! Greggie! Da waren wir ja neulich im Dschungel-Temp. Prost! Im Dschungel-Camp! Guten Abend, Sidewick! Gregg am Apparat. Noch wach? Ich habe alle möglichen Bären gefunden. Wenn ich willst, da jetzt, das kannst du haben, ne? Da habe ich auf dem Fußboden gefunden, ne? Ist ein bisschen zermatscht da, ein bisschen braun, ne? Ich glaube, das eine ist Schimmel. Ja, okay. Esse ich natürlich gerne, Gregg. Danke, echt. Können wir mal heilen. Das wäre freundlich. Danke. Man muss sagen, die Arenaleiter hier in Hartgold-Zold-Silber sind ein bisschen härter, als sie es im normalen Gold-Silber waren. Das muss man denen lassen. Ist doch ein wenig schwieriger. Macht aber nichts. Macht aber nichts. So, komm bald wieder. Komme ich bald wieder. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Supermarket-Markt. So, das ist hier. Hallo, Supermarket-Markt. So, was gucken wir denn mal? Roke-Bälle haben wir. Wie viele haben wir denn davon noch? Mal reingucken. Ich habe 13. Komm, dann kaufen wir nochmal 10. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir genug haben. Ja, nehme ich. Bitteschön, Dankeschön. Und dann kriegen wir nochmal einen Primärball dazu. Super-Tränke. Wie viele habe ich davon? Vier. Oh, dann nehme ich nochmal zwei mehr. Man weiß ja nie, wann man die mal braucht. Dankeschön. Super, danke. Und Gegengifte habe ich drei Stück. Dann nehme ich nochmal zwei zur Sicherheit. Danke. Tschüss. So, was hast du noch so? Eis-Heiler, Feuer-Heiler? Nee, Quatsch. So. Noch sonst was? Nee, danke. Ich rede mal mit deinem Kumpel hier oben. Was verkaufst du denn? Äh, du verkaufst. Ein Blütenbrief, ein Heilball und ein Netz... Was macht Heilball nochmal? Halt das Pokémon direkt voll, oder? Aber hat keine jüngere Chance. Ich nehme mal, glaube ich, ein, zwei Netzbälle mit. Man weiß ja nie, wann man mal ein geiles Wasser-Pokémon fangen will. Also her damit. Dankeschön. So. Perfekto. Du kannst mir nicht mehr dienen. Ich gehe da mal. Dankeschön. Tschüss. Gut. Äh, jetzt wird es ein bisschen ernst. Jetzt kommt nämlich der Rivalenkampf. Vor dem habe ich ein bisschen Respekt gerade. Er startet wahrscheinlich nicht direkt mit seinem Starter, oder? Deswegen könnte man, glaube ich, sagen, dass ich vielleicht mit... anfangen sollte. Und dann nur, wenn er auf seinen Starter geht, zum Sparbicht gehe. Das ist, glaube ich, eine Maßnahme. Schauen wir mal. Yo, 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 yo. Beer Boy. Da ist er. Hey, hey. Sag mal. Stimmt es eigentlich, dass das Team Rocket jetzt wieder da ist? Was? Du hast die Wanne eigentlich nicht aufgehalten, sagst du? Erzähl mir keine Märchen. Wenn das stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Okay, Beer Boy. Jetzt geht's ab. Gegen Beer Boy. Ich liebe sein Team. Rivale Beer Boy mit Nebulak. So 14 haben wir. Äh, das heißt 14. 14 ist er. Jawohl. Biss ist sehr effektiv. Das ist schön. Das funktioniert einwandfrei. Nebulak wurde besiegt. Dann auch noch Magnetilo, glaube ich, ne? Ne, Loreblood kommt jetzt direkt. Ja, okay. Dann gehe ich auf Schwabicht. Ich hoffe, das schafft der, der Schwabicht. Ah, wir müssen zuversichtlich sein. Schwabicht, du machst das gut. Schwabicht, du machst das ganz gut. Bitte nicht sterben. Level 18. Okay, aber wir haben ja Eroas jetzt, ne? Das ist ja auch eine Maßnahme. Das ist eine super Attacke. Ja, das macht guten Schaden. Basierblatt. Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein, nein, bitte nicht. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Mensch. Gut, dann bin ich ja zufrieden, wenn es nicht grittet. Und nochmal Eroas, komm. Klar, du darfst auch mal kritten. Ne, darfst du nicht, in der Tat. Synthese. Nicht heilen hier! Nicht! Lassen sie das mal bleiben. Lobblatt erholt sich. Los, Spabicht, jetzt kritt du mal. Kritt ihn weg. Sind ja auch keine Insekten-Pokémon, sind ja Käfer-Pokémon. Und nein, nein, Käfer sind nicht zwangsläufig Insekten. Nicht bei Pokémon. So, Eroas, sehr schön. Haben wir schon mal das gefährliche Radies hier aus dem Leben geboxt. Jetzt kommen nämlich nur noch, ich glaube, Magnetilo wirklich, ne? Was, Magnetilo? Sehen wir gleich. Zubat! Zubat. Moment, da müssen wir gleich trinken wahrscheinlich. Aber egal. Das macht... Käfer können auch mal Krabben sein. Da kippt sich aber echt jemand mit Käfer aus. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Die meiner, da hast du inzwischen etwas mehr Mummen im Flinknochen, ne? Die Würmer sind toll. Die Würmer sind Würmer. Zubat ist jetzt super. Oh, bitte, echt! Tinkin! Twitter, Twitter, Twitter! So, jetzt nicht auf Twitter-Post. Moment mal, ich soll gegen jemanden, die dich verloren haben? Im Ernst? Ja, noch nicht, aber... Jetzt keine Scheiße baut dann schon. Hat Scheiße gebaut. Hat Scheiße gebaut. Okay, jetzt aber mal richtig hier, ja? Hat nochmal Scheiße gebaut. Lass das bitte! Okay, jetzt aber. Okay, danke. Oh mein Gott. Ja, der hat schon so ein bisschen, ist mir die Pumpe gegangen. Aber es ging. Einwandfrei. Bierball besiegt. Hä, die Pokémon sind zu nix zu gebrauchen. Du konntest nur, wenn meine Pokémon so scheiße sehen. Ja, muss es immer trainieren. Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier verunstalten wir eindeutig zu viele Schwächlinge die Gegend. Team Rocket ist genauso. Einer von dieser Bande hat was... Nicht einer hat was auf dem Kasten. Nee, die Leute, die halten sich bloß für die Größen, weil die Zahl ihrer Mitglieder so hoch ist. Ja, Mensch, da muss sich die christliche Kirche ja für... Oh. Okay, Entschuldigung, ja? Hier, geh mal bitte. Es tut mir leid. So, komm. Wir gehen nicht heilen. Jawohl. Trottet förmlich von dir hin. Ja, aber erst mal Prost. Wir haben den Rivalen besiegt. Ja. Das war doch schön. Das klappt eigentlich ganz gut hier gerade. Ich verhexe es gerade wahrscheinlich. Gegen Milchlein haben wir wahrscheinlich wieder kein Land. Aber... Eigentlich, so in der Theorie läuft es ja gerade ganz gut. Heilen wir hier einmal drüber. Und dann ist gut. So, fein, fein. Und meine Pokémon sind wieder top frisch. Kommen bald wieder. Mach ich, mach ich. Kein Problem. Machen wir. Weiß eigentlich jemand, welches Level das Milchlein von ihr hier hat? In Hartgold? So irgendwas Anfang 20, ne? Ja, das ist Bianca selber hier auch. Steineichenwald. Hier dürfen wir doch mal was fangen. Schauen wir mal, was wir hier so kriegen könnten. Bestimmt ein Raupi. Oh, ähm. Nein, was mach ich jetzt? Mein Boss wird sicher wütend. Das Porenta, was für die Kohlegewinnung ist. Das ist weggereint. Kannst du es einfangen? Porenta haben ganz tolle Ohren. Ja, fangen wir mal eine kleine Patte. Kriegen wir. Patte fangen ist nicht so schwer. Ich leg da einfach eine Schüssel Udon hin und dann kriegt die das. Hä? Udon? Jawohl. Ihr schaut in meine Richtung, wenn ich auf den Ast trete. Da kann ich ihn ja jetzt von hinten hier einfach mal beglücken. Ach, Fairflex! Level 19, die haben das runtergesetzt. Oh, ein Mirapla! Das ist interessant. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir sowas von mit. Ähm. Ich wechsle mal auf den Sparbicht, damit das Mirapla hier keine üblen Überraschungen hinterlässt. Plus Sparbicht. Also haben die es runtergesetzt, weil es angeblich zu schwer war? Oder wie sieht das aus? War das der Grund? So. Ich versuche einfach mal einen Ball zu werfen. Und ich nehme auch mal einen Superball, weil dann haben wir eine gute Chance. Weil ich Angst habe, es zu one-hitten. Mirapla ist klasse. Ja, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich einen zu finden gehabt. Ich hatte, wenn dann, nur Fenster dabei. Das war ein Absorber. Prost! Gaudi-Mann passt auf. Und wir haben Pokémon gefangen. Da kann man gleich noch einen trinken. Also, zwei Schluck, liebe Freunde. Prost! Mirapla gibt einen Eintrag. Es erwacht beim Mondschein und wandert rastlos. Tagsüber versteckt es sich unter der Erde. Ja, das kleine Killer-Radieschen. Das haben wir jetzt. Kriegt einen Spitznamen. So. Wir könnten ihn auch Rettichstrafe nennen. Passt das denn? Nee, passt nicht. Ja, dann nenne ich ihn Knollbert. Das ist auch ein schöner Name, oder? Knollbert. Knollbert ist in Box 1. Zwiebel ist auch ein schöner Name. Zweibel. Das wäre auch gut gewesen. Na, Porenta? Habe ich die erwischt? Ach, du Kacke. Du hast dich von hinten angeschlichen und ist in dein Arm geklemmt. Das kommt jetzt in die Suppe. Wow, du hast es geschafft, eins der Porenta wieder einzufangen. Aber irgendwas muss ich hier nochmal versteckt halten. Ja, ja, das ist ganz toll. Porenta, ja. Äh, ja, Moment. Jetzt erklärt er mir, wie ich Porenta fange. Nachdem ich es gefangen habe, in der Tat. Das macht er so. So, wir können uns mal kurz unser Team angucken. Wer kommt denn da raus? Ich denke, wir packen Knusper weg. Knusper ist halt nur ein kleines Radfranz, das nur an irgendwelchen Kabeln nagen möchte. Das kann ein PC, glaube ich, ganz gut. Ist ja nicht mein Problem, wenn das Pokécenter keinen Strom mehr hat. Nicht wahr? Dann kommt Knolbert jetzt mal 1A ins Team rein. Ich glaube, ich muss sowieso jetzt hier zu dem Typen nochmal kurz rein. Das schöne ist, Knolbert kann da noch direkt den Zerschneider lernen, ne? Leckmann sind zurückgehört. Aber jetzt sind meine fast waren Porenta irgendwo hin verschwunden. Ach, halt. Ich soll mehrere Porenta finden. Ach, Mensch. Naja, holen wir das Knolbert mal kurz ab. Dann haben wir ihn schon mal dabei. Das passt ja. So, Armor an PC-Rohren. Bitte rip. Armor ran hier. Zugang auf wessen PC? Jemand ist PC. Ja, er hat mich gerade reingehackt. So, Pokémon bewegen. So, ja, Golfball wollen wir nicht. Wir wollen Knolbert haben. So, und Knolbert tauschen wir dann mal 1A gegen Knusper. Und dann packen wir dann auch an die dritte Stelle. Noch mal an die erste Stelle packen. Okay. So. Das ist gut. So, dann gucken wir mal rein. Ich kann Knolbert nämlich noch die Kugelsaat geben. Äh, ja. Knolbert hier, so. Knolbert kriegt Item geben. Oh, das ist kein Lockduft. Das ist eine ganz gute Sache. Und kriegt jetzt, äh, blablabla. Wo ist die Kugelsaat? Hier, ne? Wundersaat, nicht Kugelsaat. Kieflo oder eine Blubella? Wahrscheinlich Blubella, weil es ist ein männliches. Da muss man natürlich ein Blubella draus machen. Ist doch ganz klar. Knolbert kriegt die Wundersaat. Und ich denke, TM-Kugelsaat können wir auch noch gleich benutzen. Äh, ja. TM-Kugelsaat. Ist ja gar nicht so eine schlechte Attacke, glaube ich. Einsetzen. Also ist jetzt nicht die beste, aber kann man mal machen. Ja, das machen wir. Und Knolbert kriegt das. Knolbert, der dann Kugelsaat. Sehr schön, Knolbert. So, dann können wir weiter. Na, Knolbert, alles frisch? Ich bin eine Zwiebel. Ja, schön. Knolbert stützt meine Füße. Ich hab dich besamt. Was? Du hast mich gehört. Achso, danke. Ich liebe sie. So, Stein-Eichenwald. Dün, 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 dün. Ich hol ein zweites Knolfenzer. Äh, ich meine, Rente. Macht nix. Ich will auf jeden Fall irgendein Pokémon für dich. Mal schauen, was wir so finden. Was haben wir denn da? Ein Belieber. Sehr schön. Die dürfen wir nicht benutzen, die Dinger. Ja? So. Was ist denn los hier? Da ist er. Komm, lauf mal weg. Offensichtlich kannst du es nur von hinten erwischen. Ja, dann lauf mal woanders. So, ja. Ich will ihn dann irgendeine Ecke bringen, wo ich ihn auch von hinten kriegen kann. Dann bin ich da, wo er jetzt ist. Genau. Und jetzt mach ich so. Und geh dann hier rum. Perfekt. Hab ihn gefangen. Ja, Let's Go hat auch viel Potenzial. Ich finde, Let's Go hat auch einiges gut gemacht, einiges nicht so gut. Aber war ein schönes Spiel trotzdem. Ich würde mich ja freuen, Let's Go in einer neuen A. Also in irgendeinem Gebiet, was es noch nicht gab vorher. Aber das wird nicht passieren. Let's Go wird ja immer nur irgendwelche Generationen neu aufsetzen, die es schon gab. Noch alles frisch bei dir? Oh, da sind ja meine kleinen Po und Trent da. Hast du die etwa eingefangen? Das ist ja schön. Vielen Dank. Wie kann ich mich... Ja, hier, bitteschön. VM1. VMs. Die sind doch was. Danke. Zerschneider ist das. Da kannst du mit dem Arena-Orden dann hier schön zerschneidern. Viel Spaß. Tschüss. Überleg dir sehr gut. Die Düte. Ja, gut, die Düte überlebe ich mir. So, dann haben wir hier mal Zerschneider. Einmal bitte einsetzen. Der Zerschneider. Ja, bitte. Wer kann das denn? Oh, schaut mal. Pömpels kann das. Mensch, Pömpels. Ich will das doch nicht. Ja, Pömpels, hast du Pech gehabt. Machst du jetzt aber. So, danke, mein Freund. Ich gehe dann weiter. Ja, warum sieht das aus, als wenn er kaputt gemacht werden könnte? Mach kaputt! Sehr schön. Weggesäckt. So. Hast du die Holzbohle geholt? Noch nicht, nee. Aber wir haben auch kein Feuer-Pokémon. Das ist gar nicht so wichtig. Noch ein Knäubert. Los, Knäubert. Hey, wen kenn ich? Das ist Alfred Zweibel. Der hat ihn in der Schule immer an den Haaren gezogen. Ja, das... Das rächt sich natürlich jetzt. Los, Sparbicht. Denn Sparbicht ist doch gern Gemüse. Prost! So, einmal Eroas. Dann müssen wir gleich nochmal einen Zyder holen. Der nächste ist schon wieder leer. So, Mirabla wurde besiegt. Sehr schön. Oh, du hattest ins Markt einen Shiny-Mirabla. Das ist cool. Also, immer gut, wenn man einen Shiny findet, ne? Das passiert nicht so oft. Kann ich ja nicht beidem rausholen aus den Ecken? Nee, ne? Hier nicht. Gehen wir mal hier unten rum. Dann holen wir uns auch schön Kopfnuss. Mal schauen, wem wir das beibringen. Ein Paras. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich einen Mirabla gekriegt habe und kein Paras. Das ist durchaus die liebere Wahl für mich. Sparbicht. Mirabla hat schon ein halbes Level ab. Ich glaube, Mirabla levelt sich recht schnell. Kann das sein? Das wäre ja schön. Dann können wir damit durchaus was anfangen. So, machen wir mal Eroas. Ich denke aber auf jeden Fall, wir machen Blue Bella, falls wir eins von beiden machen sollten. Oh nein, ein Shiny Pantymos und dann ist es weggerannt. So, Knäubert kriegt schön ein Level ab. Spezialangriff sieht recht hoch aus. Können wir mal gucken, was Knäubert im Wesen hat? Das wäre ganz interessant zu wissen. Hatten wir da gerade einen Grafikpack? Habt ihr das auch gesehen? Haben wir nicht gesehen, ne? Haben wir nicht gesehen. So, Knäubert hat... Äh, Moment halt. Ich wollte schon gucken. Knäubert hat ein neutrales Wesen. Oh, der Bild ist weggegangen. Ich denke, dann speichern wir mal ganz kurz. Ja. Ich speichere eine Menge Daten. Der Bild ist weggegangen. Machen wir mal so. Speichern. Dann laden wir hier mal kurz neu. Mit Hardgold passiert das leider manchmal. So. Dann starten wir einfach mal neu. So. Und die anderen? Ähm, ja. Hatten Wesen, was den Spezialangriff runternimmt und den Angriff hochmacht. So. Da sind wir wieder. Ähm, genau. Und, ähm. Ich glaube, Sparbeicht hat eine Initiative plus Spezialverteidigungs-Wesen. Na? Das ist nice, aber am Anfang ist das ein bisschen schwierig, weil wir keine wirklichen physischen Attacken haben, ne? Na, Opa? Bist du sauer auf den Baum? Der Baum hat meine Frau entführt. Nein, das glaube ich nicht. Was ich hier tue. Ja. Das weiß ich auch nicht so richtig. Ja, bitte. Bring mir Kopfnuss bei. Jetzt probieren wir uns über Kopfnuss lernen. Äh, Sparbeicht hatte der SDRB drauf, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, komm, machen wir. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass der Sparbeicht das kann. Moment, Sparbeicht. Äh, dann machen wir was mit Halten. Ich versuche Kopfnuss zu erlernen, aber er kann nur maximal vier Attacken erlernen. Soll ein anderer Tocke weg? Yo. Dann machen wir mal den Kratzer weg. Ja. Kratzer vergessen. Einverstanden. Jawohl. Wegen diesem Glitch ist es irgendwann kaputt gegangen. Ja, das ist halt leider so, wenn du das hier so machst. Ich kann halt nicht vom DS beben. Ich habe Hardgold ja so da. Das ist ja nicht das Problem, aber so vom DS da eine Capturkarte oder sowas drauf zu installieren, da brauchst du ja wirklich sehr viel Zeug dafür, dass das dann auch mal richtig funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das passiert immer, wenn sich die Tageszeiten ändern oder so. Dann kackt das so ein bisschen ab. Aber das ist kein Problem. Weil man kann ja halt einfach speichern und dann neu laden. Weil auf dem unteren Bildschirm hat ja meistens noch Zugriff. Dann speichert man einfach. Und dann lädt man einfach neu. Dann ist das kein Problem. Das ist ja wirklich nur ein Renderglitch. Wenn du dann neu startest, müsste es eigentlich wieder gehen. So. Mach mal eine Kopfnuss. Zeig dir mal, was du gelernt hast. Kopfnuss. Jawohl. Sehr schön. Und so weit wurde besiegt. Pip, pip. Ep, ep. So. Hier unten das Item noch mitgenommen. On-X-Ongriff. Ist zwar nicht wichtig, aber haben wir jetzt trotzdem. Yeah. So, mal schauen, was wir noch so schön ist finden. Dann dürfen wir alles nicht fangen. Knoibert. Hey, kein Knoibert. Ja, ja. Knoibert. Oh ja, komm, hauen wir mal ab. Muss ja jetzt nicht sein hier. Ich meine, wir können Knoibert auch bei anderen Pokémon dann später trainieren. Hoch, 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 hoch. Wir wollen hier raus. Wir wollen hier... Oh, Hallöchen. Das ist wieder die Frau von Mr. Pokémon. Kimono, oh Kimono, mein Gewand. Sag mir, wie finde ich zum Wald es rammt? Hui, ich bin schwindelig. Ja, was? Ihr wollt mich schon einmal gesehen haben in Viola City? Gewiss täuscht euch, aber ich werde ja unter Umständen so freundlich, meine Wenigkeit den Weg aus dem Wald beweisen. Ja. Warte ich sicher? Aber ihr hört doch selber nicht durch den Walde. Kennt ihr wirklich den Weg? Ja, Knoibert, weißt du, Selanke. Der ist ja von hier. Sian, möchtest du mir vielleicht den Weg zeigen? Ein kluges Pokémon. Ich gehe schon mal vor. Hast du gut gemacht, Knoibert. Wir müssen noch Kopflüssen in der Stadt davor. Ich muss jetzt auch nicht in jedem Gebiet, wo wir waren, Pokémon fangen. Das muss jetzt wirklich nicht unbedingt sein. Können wir später machen, falls wir da nochmal hinkommen. Wie? Oh, Torgepi schlüpft schon. Das ging schnell. Yeah, Torgepi. Ja, da ist er. Möchtest du einmal Spitznamen geben? Ja, müssen wir. Und wir müssen jetzt auch einen trinken. Prost. Ja. Ich nenne ihn Eierpfeile. Unsere kleine Eierpfeile. Oh, ich kriege einen Anruf. Professor Lindt. Prost. Hallo, Seidrich. Ich habe es schon gehört. Aus dem Ei ist also tatsächlich ein Pokémon geschliffen. Wo hat er das denn gehört? Hat er da? GPS an dem scheiß Ei gehabt. Ich wusste doch, ob ich verlasse, Seidrich. Hier ist Ei zur Antwort raus. Das ist ganz toll gewesen. Besuch mich doch mal. Ich will gerne sehen, was daraus entstanden ist. Ich benutze dich jetzt garantiert nicht. So. Ist das ein Item? Nee. So, dann weiter. Ah, no, 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 no. Pokémon! Paras! Nee, der wollte auch bloß, was wir trinken. Das hätte er sonst auch immer gemacht, ne? Der, der, der. Alte Schlingel. So spabe ich. Du kannst jetzt hier mal das Paras wegkloppeln. Spabe! Ich rutsche hier gerade irgendwie von der Couch. Und da bin offiziell von der Couch gefallen. Hilfe! Kurz beim Rewe, dann bis gleich. Für den Einkauf wünsche ich. Ich muss mal zusehen, dass ich wieder auf die Couch zurückkomme. Ich liege gerade etwas ungünstig. Etwas arg doll ungünstig. So, wir sind auf der nächsten Route. Hallo! Oh, da steht's am Pokédex. Dann kennst du bestimmt Pokémon, ja. Setzt doch mal diese TM ein. Was haben wir denn da? Lockduft? Nee, Verhöhner. Nur die einsetzt. Kann sich das gegnerische Pokémon für kurzzeit nur noch mit Attacken angreifen, die körperlichen Schaden anrichten. Oh. Wie schwierig. So, Route 34. Wir fangen uns jetzt erstmal ein Pokémon. Pokémon! Ich sag dir, wir fangen uns jetzt ein Pokémon. Mach! Das dauert mir zu lange. Knäubert! Setz deinen Charme frei. Neubert! Puff! Jawollo. Das ist es, Knäubert. Was hast du gefunden? Ditto! Gut, und wartet schon. Wir haben Ditto gefunden. Ob wir das denn gebrauchen können? Guck mal, wir gehen die Läden schon zu. Wie spät haben wir es denn? Sonst hat es jetzt gleich neun oder so. Bei uns haben die Läden noch offen. Ich bin jetzt auch ein Sparbisch. Ja, du bist jetzt auch ein Sparbisch. In der Tat. Hau mal, Aeroas. Ja, ich mein's Aeroas. Warum ist er schneller als wir? Hey, das macht ganz schön viel Schaden. Ditto, lass das bitte mal. Das macht mir Sorgen. Ich wechsle mal auf... Nur um sicher zu gehen. Ich hätte ihn vielleicht in einen Miraflafer wandeln lassen sollen und dann auf Sparbisch wechseln. Das wäre, glaube ich, ne bessere Nummer gewesen, als dass ich jetzt... Ach, der heizt sich jetzt auch, ne? Oh! Du Schlingel! Hey! Du kriegst jetzt ne Kopfnuss und stirbst wahrscheinlich davon. Mach jetzt mal nicht Silberblick. Geht gleich Aeroas, machst dann tut das weh. Kopfnuss! Ditto ist seine Chance gegen Miltern. Schlag den kann mit ihren eigenen Mitteln weg. Wack. Ditto ist gestorben. Das ist alles. 18 Uhr machen die bei euch zu. Welche Läden machen denn um 18 Uhr zu? Was machen denn Leute, die arbeiten müssen dann bei euch? Ja, ihr habt Pech gehabt, oder was? Na, Kleiner? Hey, hey, hier traiere ich. Okay, Guido. Guido. Wer nennt denn seinen Sohn Guido? Ich meine, der Junge ist fünf Jahre alt, oder so. Wieso heißt der Guido? Okay, Knäubert. Du kriegst jetzt die Erfahrung deines Lebens. Ich zeig dir jetzt mal, wie man nur Guido aufeinander nimmt. Die machen dann Feierabend, ja. Ja, aber ganz ehrlich, stellt euch mal vor, ihr müsstet jetzt heute irgendwie arbeiten und hättet um 18 Uhr Feierabend oder um 17 Uhr. Dann könnt ihr doch gar nicht richtig in den Laden reingehen oder euch irgendwie noch was holen. Aber morgen haben die Läden ja garantiert komplett zu. Also, was macht man denn dann bei euch? Hat man dann einfach Pech gehabt? Zurück auf Knäubert übrigens. Großes Knäubert. Und Sandan. Base Level 10. Was ist das, was man mit Kugelsatt? Probieren, machen wir mal. Geh, Fähre. Das war ja nicht viel Schaden gemacht. So als Kugelsatt. Tankstellen, ja. Aber das macht ja echt viel Schaden. Mensch, Knäubert. Das ist ja schön. Das war ja eine klasse Nummer. Das machen wir lieber erstmal in ordentlich. So, du rein. Es gibt wenige Läden, die auch am Sonntag offen sind, aber keine Ahnung. Bei uns gibt es so ziemlich gar keine Läden, die am Sonntag offen sind. Außer der eine Lidl bei uns. Bei uns, bei uns. So wie soll ich sagen. Bei uns am Bahnhof. Der hat offen. Wo schießt der denn hin? Auf jeden Fall macht er keinen Schaden da, wo er hinschießt. Das habe ich mitgekriegt. So, Knäubert. Da hast du ganz toll gemacht. Jetzt kommt ein Sand da an. Bleiben wir drin. So, einmal weggeknuspert hier. Ne, ne. So, und was haben wir noch? Ja, der hat, glaube ich, gerade gewechselt. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Und Knusper weg. Knusper. Und weg. Sehr schön. Sehr schön. Und ist Level 21 schon. Das ging flott. Und möchte Eis... Oh, jawollo. Soll eine Attacke vergessen werden? Ja, bitte. Was soll weg? Was soll weg? Wir haben Aquaknarre bis... Aquaknarre möchte ich noch behalten, damit wir alleine überhaupt eine Wasserattacke haben. Ich denke, Raserei kann weg. Ja. Kugelsaat wäre physisch, aber es geht ja hier um... Der ist ja nicht Kugelsaat gemacht. Hot, Blitz! So. So, Hallöchen, na? Du hast mich reingelegt. Hey, du hast mich reingelegt. Mein Pokémon ist gerade aus der Pension gekommen. Gucken wir mal, ob das jetzt was drauf hat. Zeigen wir mal, ob der jetzt was drauf hat. Matthias, Snubbel! Ja, sonst hätte Sanan ordentlich kassiert. Definitiv. Ich denke auch mal, dass... ...mal irgendwie richtig gut wird. Hauen wir mal rein. Der kann jetzt mal seinen Eiszahn ausprobieren, an dem kleinen Hund da. Wenn das denn ein Hund sein soll. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das sein soll. Scheinbar ein Hund. Bin mir nicht so... Nee. Machen wir mal einen Eiszahn. Beißzahn. Jawohl. Hopp, hopp. Oh, er ist eingefroren. Klasse. Direkt aufgetaunt. Was soll denn das? Mann, Mann, Mann. Ja, Kopfnuss. Schön wäre es natürlich, wenn Impurgator noch einen Eis-2-Typ hätte. Dann wäre das richtig übel. Aber so ist er auch schon ganz gut. Knolbert erreicht Level 9. Ja, Knolbert. Oder dann Säure. Knolbert. Als nächstes Voltil haben. Du willst mir doch auch nur wehtun in meiner Seele, Matthias. Matthias? Das ist nicht nett von dir. Matthias. Geh weg, Matthias. Ich will dich nicht mehr sehen, wie ich aus meinem Leben verschwinde. Statiker auch noch. Ja, Matthias. Oh, schön. Mit dem Mittelfinger davonziehen. Das bist du, Matthias. So einer bist du. Warum muss das auf diese Weise enden? Ja, warum, Matthias? Jetzt frage ich dich. Mother! Mutti, nee! Mutti ruft an. Moment, wartet mal. Hier. Prost! Ich hab leer. Hi, Cedric. Wie geht's dir? Cedric? Ich meine, Cedric, keine Ahnung. Wie heißt du nochmal? Ich hab heute beim Einkaufen eine nützliche Seite gefunden. Du hast dir von deinem Geld gekauft. Sorry. Tschüss. Und schick mir mehr Geld. Ich brauch das. Mutti muss wieder pokern heute Nacht. Mutti, danke. Ich will nur kurz einen neuen Cedric holen und mal kurz auf Toilette gehen. Wir haben mal kurz fünf Minuten Pippi-Pause. Bin sofort wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ein ganzes Level ab! Super, Knäubert! Echt ohne Spaß, Knäubert, der macht das hier. Der wird zwölf. Nein, aber gut, jeder findet mal irgendwann seinen Meister, hä? Wenn du in unsere Klasse gingst, wäre ich nur noch die Nummer zwei. Nein, das geht gar nicht. So weit lasse ich es nicht kommen. Ich werde gleich sich trainieren. Tauschen wir Nummern. Dann können wir öfter mit... Ja, von mir aus. Weiß man nicht, wer du bist oder was du willst, aber von mir aus. Nummer vor dem Pokémon. Ja, wenn ich kampfbereit bin, dann kriege ich noch eine andere Uhr. Nein, Tom, der Wanderer ruft an! Nee! Prost! Jo! Ich bin's, Tom, der Wanderer! Alles okay? Na, alles klar! Oh ja, ich kämpfte gegen dieses Zubat! Und es machte mich platt! Jawohl! Da habe ich einer Schönheit nachgesehen. Da musste ich flennen und auch flähen, weil ich habe nicht ihre Nummer gekriegt, aber deine habe ich schon. Deswegen sind wir jetzt am Phone. Jo, 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 was geht ab? Bleib sauber! Ja, okay, bleibt sauber. Wusstet ihr übrigens, dass wegen Tom, dem Wanderer, meine Google-Mail-Adresse mit dem Namen bleibt sauber versehen wurde. Tromado. Okay, Knäubert. Ja, wäre Knäubert kein Gifttyp, würde ich das jetzt drauf anlegen. Tue ich aber nicht. Los! Was haben wir denn da? Ein Aussetzer. Ja, das funktioniert nicht, wenn wir noch gar nichts eingesetzt haben. Ich setze mal Eiszahn einstreck vor der Sichter. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ja, das funktioniert ja einwandfrei. Ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's. Schnäubi, Schnubi! Und Traumado geht über die Wubbi und weg mit dir. Einmal über die Wuppa. Wuppda, Wuppa, Wuppa-Tal. Frau Maru ist jetzt weg. So, äh, ja, mit dem... Opa! Opa! Opa, ich bin obdachlos. Ja, was geht mich das an, Kleine? Bist du mit der Arbeit fertig? Das Pokémon, das du mir gegeben hast, ist gesund und munter. Du scheinst doch echt Bitt zu sein. Ja, ja, bin ich. Oh, Seidrik! Geht's dir noch gut? Will dir jemandem vorstellen? Das hier ist Seidrik ein Trainer. Der hat großes Talent, aber du bist natürlich viel besser. Komm mit, Seidrik! Nein, bitte, ich hab doch keinen Platz im Team. Ich will das Ei doch schon haben. Haben die nicht einen Computer bei sich stehen jetzt, hier in der Generation? Oh, Opa, ihr geht mit der Zeit, danke. Oma, ich möchte dir gerne meinen Freund Seidrik vorstellen. Oh, meine Enkel, der hat sich an so einen Burschen geangelt. Sieh mal einer an. Nein, 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 nein. Oma, was redest du denn dafür? Komm, wir sagen, wir sind Nachbarn und... Nein, 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 nein. Schon gut, meine Kleine. Wenn du Werks darauf legst, dass wir ihn kennenlernen, hat er bestimmt Talent. Dann kannst du es jederzeit besuchen kommen, Seidrik. Okay, dann... Dann mach ich mich mal auf den Weg. Zurück zu meiner Papphütte. Und was hätte ich es vergessen? Hier, das ist meine Nummer auf den Pokécom. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Übertreibts mal lieber nicht. Sprichst du auch manchmal mit den Pokémon, dass du spazieren führst, je nachdem, wo du bist, dann reagiert das bestimmt anders auf dich. Ich probiere meine Pokémon immer ganz genau. Na? Bevor du was sagst, Oma. Ich will seine Nummer nur, weil wir beide Trainer sind. Versteh das bitte nicht falsch. Mere. Gib, blib, blib, blib. Und? Hast du sie schon geschwängert? Nee, noch nicht. Na, dann machen wir an. So, dann machen wir ein PC hier. Dann können wir mal eben kurz Pokémon bewegen hier. Und packen dann mal unseren Team-Pokémon. Äh, ja, wir packen Zupat mal lieber in die Boxen. Ich weiß, hier noch was passiert. Der muss es gut gehen. Na, bitteschön. Die passt jetzt auf die anderen Pokémon auf. Und dann holen wir uns das Mystery-Ei von Opa da draußen. Und gucken mal, was wir da rauskriegen. Nicht wahr, Opa? Jo! Ich hab eine Idee. Soll ich dir vielleicht die Telefonnummer von meiner Frau und mir geben? Dann können wir dich immer belästigen. Eeeh, ja, bitteschön. Danke. Wie schön. Ja, wie schön. Ja, gleich zwei Stück. Danke, echt. Ruf uns mal an, wenn du Pokémon hast. Wir sind froh, dass wir Pokémon telefonieren können. Pokémon können nicht telefonieren. Doch, können sie. Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um Pokémon. Oh, jawohl. Sprich mit meiner Frau. Ja. Kriegen wir das Ei jetzt hier nicht? Wann kriegen wir denn das Ei hier in der Generation? Das gibt's doch bestimmt auch, oder? Oder gibt's das hier gar nicht? Ich kümmere mich da jetzt drüber. Ich bin die Pensionsleiterin. Ich möchte nicht mehr dein Bild haben. Ja, nee, danke. Okay, kein Ei. Ja, ja. Dann kein Ei. Der will mit seinem Focano bestimmt ein bisschen Stress schieben, oder? Ich begreife es nicht. Was machst du bloß? Äh, Polizei. Festgenommen. Nee, das Ei gab's, glaub ich, nur im Pokémon-Kristall. Das gibt's hier nicht mehr. Das geile Ei, wo man ein zufälliges Baby-Pokémon rausgekriegt hat. Das war schon was. Das gibt's hier aber wahrscheinlich nicht mehr. Ich war mir auch nicht sicher, ob's das gibt, aber Patte war sich so sicher. Deswegen dachte ich, es gibt das, aber es gibt's nicht. Dann gibt's das halt nicht. Ich hätte mir halt vorhin noch davon erzählt, ob da... Er hat halt gefragt, was alles so in diesem Ei drin sein kann. Und ich weiß dann, was dann drin sein kann. Aber ich wusste nicht mehr, dass es das hier nicht gibt. Ich hab Hardgold nämlich einmal durchgespielt. Und das ist schon relativ lange her. Ich zünd' dich an. Ja, von mir aus. Ich mach dich nass. Nein, kein Nasserhund. Nasserhund stinkt. Ja, zufälliges Baby-Pokémon mit ner sauer und shiny-Rate war da drin. Das war schöne Sachen. Jedes Viertel? Ich dachte jedes Achte. Bin mir grad nicht mehr ganz sicher. Naja, hab mir einen Polizisten mal drüberknackt. Hat hier das Egon mit seinem Anton. Na, Egon, geht's gut. Ich will mir mal kurz das Item da holen. oh nein der macht das schon Sparbicht Moment, hat Sparbicht nicht niedrigere Spezialverteidigung? Macht nix, scheiß drauf der wanted it in net, mit Ansage sag ich doch perfekt, schön so, Knäubert-Kick-DP, Level 13 sehr schön Knäubert zwei Spezialverteidigungen dazu gekriegt und möchte Giftbruder erlernen aber kann nicht mehr zwei Attacken erlernen ja, kann was weg, welche Attacke soll denn weg äh, was soll weg, ich denke wir packen weg zu gesagt, die war halt irgendwie nie so ganz gut für ihn geeignet und Giftbruder, schön war ja, ein paar IP, super so, dann nehmen wir mal mit, was da liegt hallo Tim, 63 Item-Sperre Mensch, die wollen wir ja gleich einsetzen das ist die beste Attack im Spiel jetzt haben wir gewonnen nicht wahr, Egon? äh, wer bist du? ich vertraue meinen Fähigkeiten als Trainer möchtest du dich überzeugen, überzeugen, überzeugen? ne, Bodo war das Egon war der andere das ist der mit dem Enton, ja Bodo mit dem Enton der Enton-Tont äh, machen wir mal Absorber Enton oh nein, Enton das tut ja ganz schön weh Prost! ah wieder Vollgehalt das klingt doch gut Aussetzer haha reingelegt reingesägt kein Prost mehr Enton will nicht, dass wir trinken verflixt Giftpuder kratskratz ach, verflixt nochmal Giftpuder kratskratz ja, Enton ja, das hast du jetzt davon ah gifti, gifti, gift und jetzt Säure kratskratz Enton wurde durch das Gift verletzt und kratskratz tja, dat war wohl nix Enton da hat Knäubert die ordentlich einen drüber gezogen ja, Knäubert, der macht sich langsam hat sich grad Wacker gegen den Enton geschlagen was ein Level höher war als er mein Team braucht wohl noch mehr Training ja, der Bodo rüst übrigens dafür bekannt, dass er alle zwei Minuten anruft wollen wir nochmal kämpfen, wenn unsere Pokémon besser trainiert sind wenn ja, sollten wir wohl die Telefonnummern ja, bitte du dir keinen Zwang an, Bodo, ruf mich an call me on my Telephone cool, wir bleiben in Verbindung ja, danke so, ab geht das Ducatia, shitty einmal heilen erstmal so, einmal geheilt wir heilen die Pokémon und machen sie wieder fresh dann machen sie mal dann drühe ich die mal in die Bip-Bip-Bip-Maschine war es echt schade, dass es kein Ritzlein mehr gibt das macht mich irgendwie grad ein bisschen traurig ich hatte mich echt drauf gefreut ein zufälliges Baby-Pokémon zu kriegen und dann damit zu arbeiten aber vielleicht gibt es das gar nicht mehr oder gibt es nur woanders ich google das mal eben schnell oh, jetzt leckt das hier weil ich halt rausgetappt bin ne, Rätsela ist das Toggepi-Ei wie heißt das andere Ei Ei? da gibt es ja sehr oft das Wort Ei in den Basis-Items ich gehe mal Pokémon Eier ein glaube ich ganz gut Eier als Geschenke so in Hartgold und SoulSilver hält man in Viola City von Kastor verschiedener wer ist denn Kastor? der moderiert den Lehrkarten der Poké-Kumpel? hm, der Geheimwort-Generator findet sich hier Moment das heißt, wenn ich dem jetzt gewisse Wörter sage dann kriegen wir Sachen geschenkt ich gebe mal kurz meine Trainer-ID ein wartet mal Trainer-ID 34038 ne, war es 083 oder 38? 38 so hier sind meine Geheimcodes Vater-Magnetfall und Starthilfe-Vorwarnung ja, Starthilfe-Vorwarnung kriegt der Kuriosa hieß das jawohl dann kriegt der kriegt der gleich eine Starthilfe wenn wir das nächste Mal nachdem wir hier Mogelbaum gemacht haben gehen wir mal bei dem vorbei und geben dem mal Starthilfe hab ich schon geheilt ich weiß nicht machen wir einfach nochmal dann gucken wir mal mal schauen was ich dann für ein Ei kriege da bin ich echt gespannt jetzt gehen wir erstmal kurz in die Spielhalle gab es die hier noch oder ab wann haben sie Spielhallen in Pokémon rausgenommen seit wann gibt es das nicht vielleicht seit der fünften Generation oder das heißt hier müsste es noch eine geben schauen wir mal Spielhalle von Ducatia City sehr schön das wollte ich hören dass wir hier beim Glücksspieler auf den Kopf hauen können erstmal gehe ich hier rein na oh du sammelnst auch Pokémon mein Sohn ist extra expert der heißt Bill aber ist nicht hier ja stimmt wir müssen erst in Tick City und dann können wir hier später ein Evoli geschenk das wäre doch schön aber erstmal in den Untergrund rein es gibt sogar zwei Eier ja ja stimmt oh Mensch was ist denn hier los hey Meryl oh Mensch Seidrek da bist du ja ich schlafe jetzt hier in der Unterführung hier regnet es nämlich nicht rein ja Mensch schön ne hier in Ducatia da gibt es dein Kostüm hier umsland da kannst du deine Pokémon-Axiswasser starten und deine Erinnerungsfotos aufpippen hier das ist dein Monokopper ganz geil ne ja keine Panik kannst du haben beruhig dich danke war alles das Wasser drin auf tschüss diesen Axisar-Quatsch und so das war alles nie so geil ne so bis die Pokémon-Spiele 3D wurden oh nein was will er denn jetzt ich wurde aus der Spielhalle rausgeworfen ich hab bei meinem Münchspiel so oft gewonnen dass alle dachten ich mogle naja ich hab auch gemogelt aber warum denken die das hier war Ramon mit dem Slimer hallo ich bin der Haufen Schmitsch ja ich bin ein Schallohaufen äh machen wir mal der beißt auch gerne in sowas rein der Kleine da kann er hier auch einmal reinbeißen Härtner das ist ja nicht in Ordnung Härtner machen wir mal nicht Härtner das nervt doch machen wir mal Eiszahn Eiszahn yeah oh noch mal Härtner haha jetzt kannst du keinen Schaden mehr machen ja glaubt das mal nicht ich mach jetzt Aquakin nache da kannst du mir gar nichts so uiuiuiuiuiuiui und Slimer weggegangen so Knäubert kriegt EP und er hat schon Level 14 das geht schnell und kriegt auch ein paar EP als nächstes kommt noch ein Slimer das machen wir natürlich wieder erstmal mit Knäubert damit der hier ein bisschen nachzieht und dann wieder auf damit mal ein bisschen vorlegt Level 21 den kriegen wir doch noch bestimmt noch ein bisschen höher beep beep Slimer im Netz ja hallo Slimer so so dann war gleich mal schön Eiszahn Lehmschelle das ist ja nett na zwei Schaden gemacht aber meine Genauigkeit sinkt das nervt halt ein bisschen Eiszahn trifft nicht nimmst du das jetzt mal und Genauigkeit sinkt Mensch wie schön Eiszahn jetzt stellt euch mal vor jetzt hätten wir die Regel eingeführt wir trinken jedes Mal wenn wir nicht treffen dann wäre jetzt aber direkt hier party hart machen wir Aquaknarre jetzt wo er Härtener einsetzt das wird mich gar nicht dass er Härtener macht wenn wir wenn wir treffen dann treffen wir richtig wir spülen das ganze Schleimie Zeug einfach mal weg geht aber nicht wie hoch sind so Trefferschance nach zwei Lehmschellen die sollte doch trotzdem noch relativ hoch sein denke ich aber nicht so Aquaknarre sehr schön halbtot Pfund Pfund war auch immer so eine Attacke das hat auch immer nicht wirklich viel getan wirklich nicht also wirklich wirklich nicht das jetzt in der Lebensstelle nervt er aber machen wir mal Aquaknarre komm weg da schön so Leimann besiegt und Leiberg kriegt dp und kriegt dp und Ramon besiegt mein Robo Pikachu bringt dich um ja bitte ich warte doch noch drauf da können wir nicht rein so weiter hallo ich bin ein zwielichtiger Typ in einer Unterführung bitte gib mir all dein Geld ja äh nein danke aber ich hab schon gegessen hallöchen na Taka an Schlurp 12 schafft Schnäubert das alleine vielleicht aber es macht der Sparbicht es macht trotzdem der Sparbicht auf welchem Level entwickelt sich Schnäubert eigentlich zu äh Duflor das wäre echt jetzt wieso kann Schlurp Superschall rübst der dir so heftig ins Ohr dass du keine Lust mehr hast oder was macht der Sparbicht ist verwirrt der wäre ich auch äh Sparbicht ne ah das soll ich als einen hohen Angriffswert deswegen tut er sich selber so doll weh naja dann wechseln wir mal lieber auf das glaube ich auf der sicheren Seite Hi Koi schön dass du wieder da bist wir wechseln wir mal auf da sind wir definitiv auf der sicheren Seite bevor der hier nochmal Superschall einsetzt setze ich mal lieber Topfnuss ein Topfnuss schön auf die Zunge drauf hab seine Zunge verstaucht und nochmal das ist doch schön jetzt kriegt jeder so 2 EP wobei Schlurp dürfte recht Bier geben ja doch gibt jeder nochmal 100 so wenig ist das auch nicht danke Takao na Oma alles frisch hallo ich verkaufe preiswerte Kräutermedizin das ist toll und super Hihihihi Heilpuder Energiestaub Vitalkraut und Kraftwurzel Kraftwurzel heilt aber um 200 ich meine es ist bitter aber das ist uns ja egal wegen dem Zutrauen es ist halt einfach geil dass wir damit unser Pokémon halt wirklich richtig heftig heilen können das ist definitiv günstiger als Supertränke deswegen nehm ich davon mal 3 Stück mit so mal wieder vorbei und du Halli Hallöchen du bist ja im Pokémon Salon ich bin der Ältere und Bessere der Koffee ja ja 500 Euro da äh da ja weiß ich nicht hier ich glänze ja dann glänz mal na welchem Pokémon soll ich denn Hand anlegen na wer wilde mal hier reib mir mal die Knolle ja alles klar du wirst deinen Augen nicht trauen hier fertig Knollbert ist entzückt na Knollbert sieht es jetzt toll aus ich bin Knollbert Knollbert spielt mit einem Stück Apfel ja in der Tat das tut der Knollbert ist eigentlich hier drüben ach Mensch ja stimmt der Fotoclub rein spaziert wir kommen in meinem Fotostudio bei mir bekommst du mehr als irgendwelche Erinnerungsfotos ich fotografiere meine Kunden in Uniform von Team Rocket schön komm ja mach halt stell dich einfach vor die Kamera gut hier kommt das Vögelchen gib mir die Welt gehört mir allein ja sehr schön das ist doch ein schönes Foto oder das sind unsere Boys das war's schon du kannst das Foto auf jeden Fall ansehen oh das Pokémon sind aber erzallerliebst ganz enttückend aber mit einem Kostüm werden sie noch viel bezoppender und als besondere Geschenk bekommst du das Foto das ich erst richtig gerne verziert habe ganz toll ja oui oui oh ja das ist fein lass uns keine Zeit verlieren soll ich dir Pokémon kostümieren nein oh will ein Pokémon aus das du kostümieren möchtest Knollbert ich hoffe du wirst die nett kostümieren oh wie schön jetzt ziehen wir Knollbert ganz schön an ja die Erklärung kann gerne weggehen er sollte doch nicht erklären wie es geht so hier Knollbert geht mal in die Mitte na Knollbert das sieht auch gut aus ja viel mehr können wir jetzt auch nicht machen und deswegen war das Fotostudio damals sehr doof so Knollbert ist jetzt ein Adeliger ja ja oh oui oui das ist schön ich fange gleich an die Foto zu schmücken du musst ihm einen Titel geben Titel hä ok willst du nein ich will nicht aufhören viele Formulierungen nein ich will nicht aufhören Abbruch nein hallo ok achso hier so jetzt haben wir es äh Empfang gra das ist ein schöner Name gra wo gehst du hin ja ich geh weg beschränkst du dich beim kämpfen nur auf einen Pokémon Typ die Wechselwirkung die bringen dir Vorteile im Kampf ja ich weiß auch nicht was man mit diesen Flausche welche machen soll oh er hat Magnetilo Level 7 ok Knollbert und dann gehen wir mal auf das ist natürlich jetzt ärgerlich dass er hier schöne Elektro-Pokémon hat wir gehen aber mal trotzdem auf wir bräuchten halt nochmal schönes Feuer-Pokémon das wäre gegen sowas echt eine Maßnahme aber der ist Level 7 was will er machen das ist das Schöne daran da müssen wir uns jetzt nicht sonderlich viel Sorgen machen wir machen einfach Biss und dann ist gut dann Biss ist nicht sehr effektiv ne Magnetilo schreckt zurück das ist gut machen wir halt Eiszahn ist auch nicht effektiv ne ja Magnetilo ist ein bisschen ärgerlich als Matchup für uns gerade mit Stall-Pokémon brauchen wir dringend noch was Voltoball können wir so lassen ich hab trotzdem mal auf weil ich gegen Elektro-Pokémon gerade ziemlich anfällig bin und da ein bisschen auf der sicheren Seite sein möchte zumindest nochmal mal Biss gegen sich ist das ja okay da geht das ganz gut na der hier hat ja jetzt wahrscheinlich nur Elektro-Pokémon während er uns davon erzählt dass wir ja viele verschiedene Typen benutzen sollen hat er wahrscheinlich nur Elektro-Pokémon aber solche Leute soll es geben Magnetilo wieder ja schön ist ich benutze einfach trotzdem Biss weil Dabst und Fleece effektiv ist vielleicht schreckt er zurück und das ist auch schön außerdem Biss ist Level 7 ich meine was will er machen er ist so underlevelt da ist das nicht mehr schlimm aber trotzdem wie gesagt gegen Elektro-Pokémon müssen wir uns noch was einfallen lassen und es wäre sehr schön wenn wir noch irgendwie ich hätte ja echt gern Sandern gehabt aber wir hätten natürlich Kleinstein fangen dürfen aber natürlich ein bisschen ein bisschen schlecht aber es wäre schön genug wenn wir was weiß ich ein Fulcano oder so kriegen könnten mit dem wir was gegen Stahl-Pokémon machen könnten Metall-Sound Spezialverteidigungen sind stark ja ist das egal du machst jetzt nicht mehr viel Magnetilo Metall-Sound und dann Donnerblitz das wäre jetzt schon echt die mögliche aber es geht schon es geht schon ja Rolfi ne war nix aua 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 ja aua aua schreit der Bauer die Äpfel sind zu sauer die Birnen sind zu süß und deswegen essen wir morgen Gemüse du Arschkrampe äh hier geht's los der will Stress willst du Stress ich will Stress Schoja will Stress Fleckmon Fleckmon will Stress los Knäubert hätte der keinen Psychotyp würde ich drin lassen aber der ist dann bestimmt gleich Konfusion deswegen gehe ich auf der macht nämlich einmal Biss und dann ist vorbei jawoll Heuler okay und damit kann ich sehr gut leben aber wir machen jetzt mal Biss physisch treffen wir ihn wahrscheinlich sehr gut und äh wahrscheinlich speziell nicht so gut echt jetzt überlebt Mama Heuler meh meh was soll denn das Fleckmon willst du erstmal morgen hier noch sitzen ich will noch nicht sterben na gut das sehe ich ein aber trotzdem tut es mir sehr leid so EP 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 und als nächstes kommt noch ein Fleckmon da natürlich wieder auf Knollibär Knollibär so los Knäubert Knollibär ah Knäubert ist gleich Level 15 Knäubert levelt doch ganz gut nach den können wir bestimmt bald gebrauchen gehen wir mal wieder zurück auf und dann geht das Supi wie ein Heuler kann es ruhig machen ich mach jetzt mal Biss Knäpp Knopp und Fleckmon wurde besiegt Neubert kriegt EP Level 15 sehr schön man möchte Stachelspure lernen ähm Attacke vergessen werden was ist mir lieber Stachelspure oder Gift eigentlich Stachelspure sogar ähm nicht Lockdorf behalten eigentlich nicht unbedingt die Lockdorf kommt weg ich meine was wollen wir damit Knäubert herlein Stachelspure wir machen jetzt schon Knäubert her kann alles und Schuhe wurde besiegt ich hab verloren ich rede durch so ein Mist aber auch so ein Mist Entschuldigung so hätten wir das auch geklärt dann was ist denn das hier für ein geiles Zelt Hallo na Hallo ich bin der Namensbewerter ich soll also ein Namensorakel soll ich die bewerten ne danke Entschuldigung ich seh schon wie willst du deinen Namen mal so lassen vor allem er sagt er ist der Namensbewerter das einzige was zu seinem Job ist zu sagen dass deine Namen scheiße sind dass du dir gefälligsten Neuen ausdenken sollst was ist mir von der Arena los die Arenaleit hierin heißt Bianca aber sie ist von mir weggerannt und meinte sie wolle sich ein Radiomodul hören oder so da müssen wir jetzt echt in den Radioturm ist das echt nötig hier scheinbar der Radioturm nicht richtig fancy fancy schmancy mit Gold mit Gold überzogen oh kacke was ist denn hier los scheiße darf ich bitte wieder gehen was ist das hier Trinkle Park aus Sonic Adventure hallo eine sagenhafte Kollektion jetzt verstehe ich das Kampfvideos im ganzen ich bin glaube ich nicht im Radioturm Hilfe was ist hier los ich bin am Radioturm vorbeigerannt und bin jetzt in diesem Tauschding ne das ist das World Trade Center oh man dieses WiFi Center da gehen wir mal raus das hier ist der Radioturm ja es tut mir sehr leid oh man hallo Bianca hallo scheiß Bianca hier läuft gerade ein Quiz bei dem man ein Modul aufschrauben kann ich selbst bin auch gerade deswegen hier aber es ist echt schwierig es ist echt so schwierig es läuft momentan ein Quiz wir alle fünf tragen richtig beantwortet bekommen ein Modulgeschenk man überall Radio haben wir es nur in den Pokokom stecken okay bei jeder falschen Frage trinken wir einen Fragen sind alle falsch ich habe gerade einen getrunken so erste Frage kann mir mein Pokokom die Karte zeigen yo das ist mal richtig ist Nidorina immer weiblich ja korrekt hier kommt die dritte Frage verwendet Kurt der Pokéballschmied Apricorgen nein super Karpadok kann keine TM Attacken ja kann er nicht super hervorragend jetzt die letzte Frage Posto 1 Pokémon Talk ist eine blühte Sendung ist Marianne heißt die Marianne nee heißt sie nicht okay das war gold richtig super bitteschön dein Radiomodul Taito kann jetzt auch Radio hören wie schön oh was ist denn los Wahnsinn du bist echt klasse bei Frage 3 war ich mir so sicher dass die Antwort Apricorgen lauert oh hoppla ich muss zurück in die Arena oh Mensch wie schön Marianne ist auch ein schöner Name die beste Freundin meiner Oma heißt Marianne so wollen wir nach Norden rausgehen hier mal nach Nörden hier mal nach Nörden wartet mal ich will jetzt nämlich noch kurz was fangen dann gehen mal die Trainer so gut das eben geht jawohl die machen wir dann nach der Arena jawohl ach verflixt okay der muss mit ich hole mir meine Pokémon Info immer aus dem Radio damit bin ich gerüstet wie hältst du es denn nicht ja ne Ewald was ist Ewald denn jetzt schon wieder für ein Name los Knäubert okay Leute Prost Knäubert Knäubert auf dich trinken wir Knäubert du bist es du bist der Mann Knäubert Kritte tot oh gekrittet nochmal trinken kritisch getrunken heißt zweimal trinken jetzt kommt Zubat äh machen wir das mal los isst ihn auf schauen wir mal ob wir das gut hinkriegen ich denke mal nur einfach mal einmal Eis zahlen und dann dürfte das begessen sein das tut bestimmt ziemlich weh wie sehr schön wie sehr viel mal schauen was er noch hat der Ewald nicht mehr viel nehme ich an dick da na machen wir das jetzt hätte ich auch mit Knäubert machen können egal Level 14 ja der gibt wahrscheinlich gut EP jetzt hätte ich mit Knäubert machen sollen macht nichts einmal weg hier ich würde mich eigentlich nur schnell ein Pokémon fangen aber zweimal muss ich jetzt hier auch den Ewald noch unboxen ich geb mich geschlagen bitte bitte nicht hauen bitte nicht Mutti ruft an Prost Mutti Hallo Seidrich wie schön ich hab schon wieder was tolles für dich gekauft hol doch mal deinen PC raus ne ja ach danke Mutti Mutti echt haut mein Haar der Spat ist auf den Kopf lass mich da durch aha hab ich reingelegt so perfekto oh nein Polizei stehen geblieben die Nacht steckt voller Gefahren die Nacht ist dunkel und voller Schrecken jawollo eine Herausforderung vom Polizist Dirk na Dirk alles gut Dirky oh nein er hat Bedroher Fulcano sieht so niedlich aus hier oh man ich hätte so gern Fulcano los hau mal rein hier Zukan und Voltilam beide inspehen bitte das wär das wär aber das wird nix weil Voltilam glaube ich nicht nachts auftauchen kann und damit sind meine Hoffnungen und Träume jetzt schon selbst komplett zerstört und gegessen schade sehr schade der überlebt das? der überlebt das echt wegen dem Minus Spezialangriffswesen manchmal sei dem so Kopfnuss ja hab nen Hund weggedrückt dafür sollte ich eigentlich von den Polizisten direkt festgenommen werden dass ich nen Polizistenhund hier angreife so nen K9 Fulcano das kann ja wohl nicht angehen oh nein nicht noch ein Bedroher ich meine der stört mich nicht ich mach eh Aquaknarrer aber ist nicht nett von dir Fulcano echt nicht nett der sieht doch sehr bedrohlich aus der Kleine der ist von der Polizei der hat ne Polizeihundemarke da müssen wir vorsichtig sein nicht dass er uns noch festnimmt so Level 23 so langsam sollten wir uns vielleicht mal den Miltang anlegen Waki kann ich später noch bekommen stimmt ups aber das gibt's auch nicht tagsüber oder? ich glaub die ganzen Schafspokémon tauchen nur tagsüber auf so was kriegen wir denn jetzt hier schönes? unser Pokémon was wir hier fangen dürfen ist oh Nidoran da hab ich ehrlich gesagt nicht wirklich ein Problem mit die Frage ist bloß wie schwächen wir den am besten ich mach mal Stachelspore das ist glaube ich eine gute Idee wir dürfen nämlich keine Attacken haben die gegen Knäubert einigermaßen funktionieren also wirklich gar nichts und da kann Knäubert nicht vergiften also sollten wir ziemlich fein raus sein mit der ganzen Nummer so paradisiert ist schön dann machen wir mal Säure aber sehr schön Spezialverteidigung sinkt das ist sehr schön also ich meine damit machen wir jetzt mit dem nächsten ein bisschen mehr Schaden aber naja Verteidigung von Knäubert sinkt naja was soll so bist du paralysiert was willst du machen? insofern was willst du machen? oh Schnabel oh uiuiui warum kannst du den Schnabel? wer hat dir das denn beigebracht? meine Mama deine Mama seit wann sind die wilden Pokémon denn schlau? die sind sofort zurück auf obwohl hier noch Unfälle passieren ich glaube sie gibt es zu jeder Zeit das ist ja schön das ist ja durchaus schön ich hätte sehr gerne einen Wati ich glaube der hat noch nicht so ganz verstanden dass er paralysiert sein soll oder? hat er auch nicht so richtig mitgekriegt so dann werfen wir mal ein Bello äh was machen wir denn? was haben wir denn? normalen Pokémon sollte reichen und der ist paralysiert und ziemlich tot sehr gut dann erstmal Prost für ein neues Pokémon gefangen neuer Eintrag im Pokédex für Nidoran es ist kleiner weil sein Horn ist giftig es bohrt sein Horn in seine Gegner um Gift zu injizieren möchten wir einen Spitznamen geben? ja möchten wir müssen wir deswegen kriegt Nidoran männlich jetzt einen Spitznamen ich bin der Mannesmann ich hab die Manneskraft oh mein Gott ich meine wenn er so männlich ist wie hieß dieser halbnackte Typ nochmal ich hab jetzt vergessen wie der heißt ja der eine Typ mit der Amerika Flagge und der Amerika Unterhose der immer tanzt der immer nackig unterwegs und so viel Muskeln hat ich hab vergessen wie der heißt wie heißt der denn? warte wie heißt der? der nackte Amerika Typ wie heißt der der tanzt? Ricardo ja Ricardo dann nennen wir unser unser Nidoran Ricardo stimmt Ricardo war's sehr schön naja vielleicht mal wieder in den anderen Spiel nach oben super dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Hause heilen mal Ricardo und dann machen wir die Arena ach verflixt sieh mal wie virtuose ich mit dem Bällenjong ja pack deine Bälle wieder ein und lass mich in Ruhe ich will in die Arena Erich ey Erich Kessner war's auf dem Kasten aber Knäubert ist fast gut der ist Level 2 aber was wenn er doch Ultraschall kann ich bin grad sehr beängstigt deswegen wechsle ich doch aus Ricardo ist nämlich eine gute Wahl gegen wenn wir den später entwickelt haben und dem Erdbeben beigebracht haben super Wahl gegen Elektropokémon was uns aber immer noch nicht gegen Magnetilos hilft naja solange sie Schwebe haben zumindest wenn sie keine Schwebe haben sind die tot haben die Schwebe hat Magnetilo Schwebe ich glaub der hat wahrscheinlich meistens eher Magnetfalle oder das ist jetzt immer die Frage Voltoball wird auf jeden Fall besiegt da kriegt jeder so einen Erfahrungspunkt als nächstes kommt noch ein Voltoball ja der mit seinen Voltoballen nächstes Mal wenn er einen fallen lässt kriegt er Explosionen ab verdient er das allemal so komm Kopfnuss wir boxen jetzt einfach einen nach dem anderen weg ohne Gnade kennt er keinen Schmerz klingt allgemein kein Schmerz also passt er schon also es kommt noch ein Voltoball noch ein Voltoball ach ja übrigens gerade mal in die Runde gefragt wie sieht es eigentlich bei euch aus ich hatte ja schon mal im Discord gefragt aber da habe ich nicht wirklich viele Antworten gekriegt man geht halt über Robustheit hatte ja gut ja Magnetiloid nie schwebe kann aber Magnetflug als ja gut ja stimmt das war's ne was ich aber gerade fragen wollte ist ähm wie sieht eigentlich aus wollt ihr dieses Let's Play hier oder halt diese Nasselog Challenge auf YouTube auch haben oder wollt ihr das wirklich nur hier auf Twitch im Ansehen haben oder ein paar Highlights vielleicht auf YouTube das müsst ihr halt entscheiden können da müsst ihr euch uns freuen und es wäre halt natürlich auch sehr schön falls ihr irgendwelche Szenen die ihr gut fandet oder so wenn ihr da was habt dass ihr die dann auch klippen könntet dann ist dann nämlich für die Highlights viel mehr Spielraum gegeben wenn ihr da auch ein bisschen mitschaut und dass ich nicht nur euch allein entscheiden muss ich halt auch nicht immer die Zeit habe alles nochmal komplett anzugucken deswegen schaue ich immer halt nur stichprobenweise rein oh das war ein Schlag so General Guinea schreibt wir reichen die Höhepunkt auf YouTube was das war's du hast dein Fleckenbon gerettet na kein Wunder dass ich dich nicht besiegen konnte ja wenn man Fleckenbon gerettet hat ne dann dann ist man aber auch immer gut ich glaube ja man guckt eh immer nur auf Twitch gut dann wird das wahrscheinlich nur auf Twitch eben auch außer jemand anderes würde sagen ja ich will das später auf YouTube nochmal gerne in Ruhe gucken können oder so das ist halt immer die Frage wie das die Leute so finden dann ich richte mich da ja sehr gerne nach euch aber ich hätte halt gerne auch immer Feedback ne das ist mir wichtig so dann mal ran würde ich sagen dann mal ran gehen wir erstmal heilen und dann in die Arena ich glaube Knolbert ist bereit ich glaube nicht dass Knolbert bereit ist aber Knolbert ist bereit unsere kleine Killerkanal Kai guckt auch meistens nur auf Twitch ja gut ich denke dann haben wir glaube ich ziemlich Konsens erreicht dann gibt es nur Highlights auf YouTube das einzige was halt wirklich wirklich auf YouTube für die Nachwelt festgehalten werden muss ist Ace Attorney komplett weil das ist echt ne super Sache und ich weiß halt nicht wie Christos das später handeln will wenn er dann Dark Souls macht wo ich dann als Kokomontator dabei bin Kokomontator ist bei Dark Souls übrigens so viel wie ich sitze daneben und lache jedes Mal wenn er stirbt und lenke ihn immer in Richtung wo es ihm nicht gut gehen wird da könnt ihr euch schon drauf freuen wenn das dann mal ansteht wir hatten das ja ursprünglich eigentlich für letzte Woche Sonntag geplant und dann halt noch für diese Woche Sonntag aber er hat mir immer noch kein Feedback gegeben und der ist heute natürlich auch wieder nicht da ich frage mich auch wo er ist der ist bestimmt gerade wieder WoW ich frage mal gerade nach vorne ich schreie ihn mal ganz kurz an dann kann ich euch nämlich gleich genaueres sagen kann ich euch noch kurz Discord aufmachen und ihn fragen oh der ist gerade nicht da gerade dann hat er keine Zeit heute richtig schön Backseat Gaming na eben nicht ich mache genau das Gegenteil von Backseat Gaming ich sage ihm überall wo er nicht hingehen sollte im Sinne von geht er mal hin und dann geht er da hin und dann passieren lustige Dinge ich werde ich werde ihn da schon ein bisschen locken und ich werde ihn davon abhalten eine Stärke oder ein Zauberbild zu spielen weil das ist dann halt relativ langweilig ich lasse ihn mal richtig schön zappeln und mal richtig schön selber spielen so Hallöchen na oh du musst mir noch etwas wachsen du gefällst mir was ist denn eigentlich los mit diesen ganzen Frauen in japanischen Medien die auf Jungs stehen die noch mal ein bisschen wachsen müssen kennt ihr diesen Comic von diesen drei Mädels mit diesem kleinen Schoter da nee wir reden da nicht drüber Visor gib mir dein Visor ich will auch gerne einen Visor haben so Kopfnuss einmal mal wegdrücken das kleine Ding hier so das machst du gut das machst du sehr gut also ich bin glaube ich zuversichtlich dass hier ein Arena aufräumen kann wenn das nicht klappt haben wir glaube ich ein Problem also wenn gegen Militank sterben sollte dann stimmt wahrscheinlich alles insgesamt vor allem weil es ja mal stärker wird aber ich habe die stille Hoffnung dass wir es entweder einfrieren können oder zurückschrecken lassen können das wäre nämlich beides sehr gut und dann würde das gut laufen ja Lukua und Schota aus Maid Dragon das war auch so eine Nummer für sich aber allgemein allgemein nee keine keine One-Chan nimm es hier Big Tidi One-Chan das ist es da gibt es sogar eine Yu-Gi-Oh! Karte von also gibt es nicht aber es gibt da so eine Fan-Karte von die habe ich sogar in dem einen Phoenix Right-Thumbnail mit drin wo wir gerade dabei sind das geschulte Auge wird das gemerkt haben aber immer die Frage wie viele Leute sowas sehen die ganze Arena sieht übrigens aus wie ein Pipi schön oder? nicht wahr? oh du musst gut sein wenn du schaffst mich zu schlagen mach weiter so ja dann hauen wir die anderen drei da auch nochmal weg und dann kriegt Bianca am Ende auch noch Hallöchen oh 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 lag ordentlich zu sonst werde ich es tun ja kein Ding das kriegen wir hin mach dir kurz einen Prozess mit deinen Pokémon Junitina Mauzi Level 16 oh je die haben wir ganz schön zugelegt ich habe die sehr viel schwächer in Erinnerung die ganzen Gegner hier man darf halt bloß eins nicht vergessen wenn die Gegner stärker werden geben sie auch mehr EP ne das darf man nie 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 vergessen Kopf nur oi ei jei das hat ganz schön gezwiebelt die Bombe nicht schlecht nicht schlecht 24 jetzt nochmal drei Angriffspunkte dazu und Dreschflegel ich bin nicht so sicher aber Dreschflegel haben wollen Dreschflegel ist ziemlich interessant aber auch sehr riskant also lassen wir es lieber ja Dreschflegel nicht noch ein Mauzi das Kopf muss immer auch weg das dürfte denke ich mal kein Problem sein der 24 der macht hier der macht hier sicherlich einiges sehr schön Dina wohl besiegt oh nein Mauzi bitte nicht ja bitte doch so äh hier durch jetzt ja dann hier hoch ne ah Moment halt hier ist ne Tür und dann hier runter so wird ein Schuh draus Hallöchen na Jungs Fräulein nur weil ich so klein bin solltest du besser nicht unachtsam werden ach kein Problem wir eiszahnen deine Pokémon noch gerne ins Exil Snubbull Level 17 oh das kriegst du hin Bedroher der sieht auch sehr bedrohlich aus schau dir ihm in die Augen schau dir ihm ganz tief in die Augen das ist der Blick eines Killers Snubbull schreckt zurück das will ich auch hoffen dann beißen wir ihn nochmal schnupp schnupp bevor er es macht machen wir es Volltreffer sehr schön sehr gut mit der Stolz auf unseren Kleinen Herr Flix scheinst du als hätte ich besser aufpassen sollen in der Tat in der Tat so einmal durch hier ey 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 ich mag niedliche Pokémon die mal starker aber meine sind niedlich und stark njam 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 pipi 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 ja zwölf Pipis im Team und er hat drei Pummeluf blam njam njam k Jap das schaffst du eine Kopfnuss bitte abneammen bobini spart so. Ich bin sehr stolz auf ihn. Gerade in diesem Plus-Angegifts-Wesen machen diese ganzen Kopfnuss-Attacken uns so richtig viel Schaden. Ich bin ja echt gespannt, wie das gegen Miltang laufen wird. Aber noch bin ich zuversichtlich, liebe Freunde. Noch bin ich zuversichtlich. Und wenn es nicht läuft, dann soll es halt einfach nicht sein. Vielleicht kriege ich ihn... Ich glaube, ich kriege ihn sogar noch auf 25, bevor Miltang kommt. Wenn ich jetzt nämlich das Pipi von Bianca vorher noch mit ihm weghauhe, dann dürfte er 25 sein. Und dann dürfte das gehen. Ich meine, dein Level ist jetzt schon höher, als ich alt bin. Also das geht schon. Also passt das. So. Das hast du gut gemacht. Oh nein, 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 nein. Ja, doch, 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 doch. Dann mal rum hier. Wir gehen jetzt 20.000 Mal auf Nummer sicher. So. Du wirst jetzt nochmal vollgeheilt. Nur um super, super sicher zu sein, kriegst du jetzt... Haben wir keinen normalen Trank mehr? Natürlich haben wir keinen normalen Trank mehr. Kriegst du jetzt einen Supertrank, obwohl du nur so 5 Schaden hast oder so. Du könntest mir helfen. Ach Quatsch, wir lassen das jetzt einfach mal auf uns zukommen. Eier Pfeil ist Level 1. Stimmt, Level 1 Baby-Pokémon sind ja ein Ding ab der 4. Gen schon. Da. Hallo. Hallo, ich heiße Bianca. Aber warte mal, haben wir mich schon mal im Radioturm getroffen? Das ist ein Pokémon-Trainer. Heutzutage hat jeder Pokémon, was? Meine sind auch viel zu süß. Du suchst, dass ich am liebsten... Was, du forderst mich raus? Ich bin sehr stark. Okay, los geht das. Okay, Bianca will jetzt Stress. Kann sie haben. Yay! Pokémon! Level 17. Das soll aber machbar sein. Machen wir mal bis. Bis! Und Pipi setzt Duplex-Heb ein. Au, au. Ein Schaden pro Treffer. Ey, so wird das nix. So wird das definitiv nix. Deine Schwester heißt Bianca. Aber gut mit C, weil sie nicht so doof ist. Ja, das ist doch schön. So, jetzt kriegen wir noch ein Level ab, oder? Ja, schön noch ein Level ab. Level 25. Ich will noch schön den Angriffsset um 2 Punkte erhöhen. Und die Verteidigung, Spezialverteidigung auch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Als nächstes kommt Mildtank. Da wechsle ich nicht. Da wechsle ich definitiv nicht. Und jetzt einfach mal hoffen, dass wir schneller sind. Level 19. Wir sind sechs Level drüber. Das sollte doch funktionieren. Moment, das ist mein letztes Ach. Ich werde mich verlieren, klar? Ja, es geht doch sowieso in... Oh, nein! Also erstmal ist es schneller als wir, was nicht gut ist. Und dann diese Verliebung ist natürlich auch immer so eine Sache für sich. Aber macht nix, falls das jetzt wirklich in die Hose gehen sollte. Und das wäre der Tipp gewesen. Da ist eigentlich schon klar, dass es Anziehung hat. Aber wir können Anziehung aufheben, indem wir einfach einmal kurz jemanden sterben lassen. Und ich weiß auch schon ganz genau wen. Los, Eierfeile! Du kannst es tun! Eierfeile! 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 Prost, liebe Freunde! Du hast ein Pokémon gestorben! Trinkt! Trinkt und habt Spaß! Okay, guck, wieder rein! Guck, ist jetzt nicht mehr verliebt. Jetzt machen wir Eis zahlen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber wir haben Mut verschwendet vom Milchang, was auch gut ist. Wir haben halt nur männliche Pokémon, glaube ich. Das ist ein bisschen problematisch. Oh nein, das darf nicht wahr sein! Okay, nochmal Eis zahlen. Wir probieren das jetzt einfach. Okay, guck, du schaffst das! Du schaffst das! Frier es ein! Komm! Sei der Held! Nein, nein, komm, aber noch ein Eis zahlen. Super Trank! Yay! Du Arschloch! Ich habe alles getrunken, was hier gerade noch drin war. Ich muss mir gleich einen neuen holen. Gut, dass es Walzer nicht einsetzt. Das müssen wir mal an der Stelle hervorheben. Und sehr schön, dass es ziemlich egal ist, was er verliebt ist. Das Schöne daran ist, es ist ja ein Tyrakrok, ne? Man muss sich mal überlegen, was das heißt. Tyrakrok, der hat auch mit Leuten, die er liebt, relativ rau. Deswegen ist ihm das völlig egal. Der beißt auch gerne, wenn er verliebt ist, so. Deswegen greift er so viel an. Okay, wir heilen mal eben. Stamfer! Yay! Stamfer macht halt so gar keinen Schaden. Also wirklich nicht. Was mich ärgert, ist, dass es mittelang echt so schnell ist. Versuch mal weiter Eis zahlen. Schreck zurück, danke für gar nichts. Stamfer! Wie ich sagte, danke für gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn er mal einfrieren würde. Starr vor Liebe, wie schön. Wie schön. Einmal halt nochmal. Ich habe ja gut was gekauft. Das ist ja kein Problem. Mülltank nervt halt echt. Okay, jetzt hier Eis zahlen. Hätte ich ein weibliches Pokémon, wäre das nicht passiert. Aber haben wir nicht. Langsam wird es aber auch lächerlich, ne? Ey, wie oft denn noch? Wie hoch ist die Chance, dass das passiert? 50%? Ich heile nochmal eben. Ich wünschte, wir könnten das Eis zahlen einfach einmal einfrieren. Das wäre sehr schön. Wir sind schon mal zurückgeschreckt. Einmal schon. Plum, plum, plum. Los, greif an. Jawohl. Jetzt mal bitte einfrieren. Das wäre sehr schön, wenn das klappt. Nein, natürlich nicht. Komm, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du liebst es. Aber beiß es. Es schmeckt gut. Es ist... Ja. Ja. Du kannst es tun. Nicht noch ein! Ist jetzt mal gut hier! Frier es ein. Frier es einfach ein. Dann können wir das nächste Woche noch essen. Komm! Du kannst das. Ich weiß, dass du es kannst. Zurückgeschreckt. Ja komm, dann müssen wir nochmal heilen jetzt. Es gibt einen Grund, warum ich so viele Supertränke gekauft habe. Es gibt einen guten Grund. Wie hoch ist eigentlich die Chance, dass wir es einfrieren? 10%? Es könnte langsam mal probieren. So oft, wie wir es schon getroffen haben. Ich habe gesagt, Stampfer ein. Ja, ja, Milchern. Ja, ja. So Eiszahn. Wir haben ihn schon sechsten Mal getroffen. Schreckt zurück. Ja. Schreckt zurück. Schreckt hat er keine AP mehr. Wenn er auf Walzer wechselt, dann wird das eklig. Schreckt zurück. Ja. Komm nicht. Nervt mich nicht. Ich heile nochmal. Hätte den Sparbicht vielleicht auf 1,20 ziehen sollen. Alter, Sparbicht ist auch männlich, ne? Ich meine, wir könnten nochmal von runter wechseln und den anderen sterben lassen. Aber wen haben wir denn dabei? Wir können Pümpels sterben lassen, aber Pümpels sollen nicht sterben. Pümpels soll Zerschneider machen. Ich lasse Pümpels nicht sterben. Schreckt zurück. Komm. Hat sich in Miltang verliebt. Ja, jetzt wieder da vor Liebe wahrscheinlich. Ne, Eiszahn. Sehr schön. Eiszahn. Eiszahn. Yeah. Natürlich nicht eingefroren. Nochmal. Komm, Eiszahn. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Da vor Liebe. Komm, einmal Eiszahn noch. Walzer geht daneben. Haha. Miltang. Ja. Auch nicht so gut. Da vor Liebe, ey. Das ist wieder der Erste, die uns einmal daneben ging. Ja. Sehr schön. Eiszahn. Komm, frier ihn einfach ein. Der braucht das. Dem ist kalt. Dem ist warm. Ich meine, keine Ahnung. Wir heilen jetzt auf jeden Fall mal, bevor hier dumme Dinge passieren. Einmal eine Kraftwurzel hier. Schmeckt zwar nicht, aber heilt voll. Sehr schön. Walzer. Ein bisschen größerer Ball jetzt. Ja, das hat ein bisschen weh getan, aber komm. Walzer. Daneben. Daneben. Warum trifft der denn nicht? Schade, ne? Schade. Da vor Liebe. Das ist wieder der Kleine jetzt, ne? Ja, drei Schaden. Los. Du kannst es tun. Beiß ihn einfach. Er steht drauf. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Yeah. Und Geld gekriegt. Super. Dann mal Prost, liebe Freunde. Ich muss mir mal meinen neuen Sider holen. Wäre schön, wenn er zu mir kommen könnte. Hey, das funktioniert. Genau, kurz Babypause dann. Wir sind sofort wieder da für euch gleich. Also, wir sind gleich wieder hier. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dass es kein Milchgetränk eingesetzt hat Ja, der Walzer ging zweimal dagegen, es hätte Milchgetränk einsetzen können Definitiv, das wäre eklig geworden Na, egal Aber sie hat zwei Supertränke eingesetzt, das ist praktisch genauso schlimm So, was ist denn los hier? Oh Mensch, ähm Du hast die Bianca zum Weinen gebracht, aber keine Sorge Sie gibt schon wieder Ruhe, sie weint immer, wenn sie verliert Was willst du, irgendwas? Ach, du hättest gerne einen Orden, tut mir leid Ähm, ja, hier ist der Basis-Orden, den du wolltest Ja, Siderik kriegt den Barden-Orden Barden-Orden Bardi-Bard Langsam zu viel Sider im Siderik drin Der Basis-Orden erlaubt dir außerhalb des Kampfes, die Attacke stärker einzusetzen Ja, ihr hättet euch gefreut, wenn die Prunus-Behre gezogen hätte nach dem Frost Ja, ich mich nicht, aber was soll's 4M45 Daran befindet sich Anziehung Die Attacke bringt dem Charme deines Pokémon voll zur Geltung War das nicht zu einem süßen Ding wie mir? Ach, übrigens, in der nächsten Nationalpark gibt es ein Wettkampfstadion Die Pokerathlon Ach, nicht der Pokerathlon, da gehen wir aber nicht hin Da gehen wir aber wirklich nicht hin So, dann können wir weiter Dann können wir weiter Hä, ich will hier gerne raus Danke So, einmal oben rum So, rum hier Und dann packen wir mal wieder nach hinten Ach ja, und wir müssen ja noch die Eierpfeile beerdigen Da war ja was Ich hoffe, mal Knäubert wieder nach vorne Okay, Leute, auf geht's Eierpfeile wird jetzt beerdigt Kriegt jetzt die ordentliche Beisetzung, die er verdient hat Ab ins Pokerzender Einmal ein PC hier ran, bitte PC an und Zugang auf wessen PC? Jemand ins PC Pokémon bewegen, hätte ich gern So, dann gehen wir mal auf Box Nummer 18 Die kriegt dann auch erstmal neues Motiv Meer, Wüste, Steppe, Geröll, Vulkan, Schnee, Höhle, Strand, Tiefsee, Plus, Himmel So, und in den Himmel Und jetzt die kleine Eierpfeile Er war drei Monate alt Tschüss War nett mit dir, Herr Pfeile War nett mit dir Hey, und dann fragt uns Professor Lind Hey, was ist noch nichts im Ei geworden, was ich dir gegeben hab? Ja, sehen Sie das Grab da hinten? Schade, ne? Schade So einmal bitte heilen Okay, danke Meine Pokémon sind jetzt doppelt Fiete Äh, schön Dann können wir Können wir uns eigentlich Schickikanen direkt holen Oder müssen wir da extra einmal hoch und wieder runter Und wieder hin und wieder her Ich weiß auch nicht Ich hab die vierte Gen Also das Remake der zweiten Gen Nicht mehr so wirklich im Kopf Was ist denn das hier eigentlich? Das ist hier der Flowerladen Ja, Blumenladen Das ist ein bisschen anders organisiert jetzt hier, ne? Wie die Stadt aufgemacht ist Im Vergleich zur zweiten Ich hab die zweite halt viel zu oft gespielt Hast du schon von diesem merkwürdigen Baum gehört? Er tanzt, wenn man Wasser übernschüttet Das ist der Ordner aus der Arena Super, heißt das, was Bianca siegt? Da musst du mir keine Sorgen machen Hier, ich schenke dir die Schickikanen Sehr schön Das Omelette ist gegessen Ja, so sieht's aus Und so geh ich mit Mr. Pokémons Kindern um 1A So, einmal hoch hier Hallo Na, junge Frau? Man sieht's mir vielleicht gar nicht an Aber ich bin trotz meines Alters echte Expertin Soll ich dir vielleicht erklären, wie dein Radio funktioniert? Ne, danke Schaut euch mal vor Ich quatsch auf der Straße irgendeine Oma an Und die will euch erklären, wie ein Radio funktioniert So einfach aus dem Nichts Das ist schon ein bisschen seltsam so Na? Bist du auf dem Weg zur Pokémon Arena? Ich auch Ne, ich war da gerade Ich hab schon gewonnen Das heißt Gegen mich siehst du kein Land Ähm, Emily Ich hab einen Wohlpeks Muss das jetzt sein? Ich wollte Knäubert eigentlich trainieren Aber was soll's Stört ja jetzt nicht wirklich Dann nehmen wir halt Dann geht das schon So, auf geht's Du kannst es tun Ja, scheinbar kann ich es doch nicht tun Wir nutzen raus den Sparbicht Ne, Ricardo Ne, Ricardo Das ist für dich jetzt keine Nummer hier Ricardo, du wirst später trainiert Wir müssen jetzt erstmal gleich Knäubert ein bisschen hochziehen Also erstmal rein in den Sparbicht Habe ich auf den Sparbicht gewechselt? Ich wollte auf Quack gehen Ich hab mal ja jeden Eimer drin gehabt Und Sparbicht brennt Wie schön Machen wir mal Eroas Wie Schaden macht denn das? Nicht sehr viel Ach komm, dann wechseln wir halt nochmal Macht ja nix Den haben wir jetzt wieder draußen Hör auf, Ricardo rauszuholen Ja, kein Ricardo Ricardo, echt nicht Das ist jetzt hier nicht dein Kampf Das ist nicht dein Kampf Los, Quack Wir haben keine Feuerheiler gekauft Das heißt, wir können gleich nochmal zurückrennen Ja, zünd mein ganzes Team an Ist in Ordnung Was soll denn das? Verbrennung schadet Quack Mag der nicht Mach mal Aqua-Knarbe Schnuck, du kieb Ich spüle den mal eben weg So Hey, was soll denn das jetzt hier? Was ist denn los? So, Knäubert kriegt EP Die zickt ja hier keiner wirklich EP Freuen sich alle Ja, ja Danke, Emily Ich bin blöd Ja, das bist du Wir gehen mal eben wieder heilen Ey Was soll denn das? Hat einfach sowohl den Sparbeicht als auch Krick angezündet Öllicht ist halt auch eine tolle Attacke Einfach mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit jemanden anzünden Kann man im echten Leben auch machen, ne? Einfach um so einen Flammenwerber auf Leute losgehen Und das verstößt auch gegen die Genfer Konvention So, so ist es nämlich raus Getrunken habe ich jetzt hier Aua Habe weh getan Wieso kann man Egel-Samen nicht auf Pflanzenprogramm einsetzen? Das verstehe ich auch nicht Ich meine, es gibt sehr viele Pflanzen, die von anderen Pflanzen liebschen Ich meine, schaut euch Misteln an Die sitzen immer in den Bäumen oben In den Nordästen und, naja 75% Trifft Öllicht später nicht mit 100%? Bin mir nicht so sicher Warum holt ich mir keinen Fahrrad? Da fahr als für Anfänger Ne, stimmt, hast recht Ich würde uns ein Fahrrad holen Äh, hier nicht unten, ne? Weiter unten Gehe jetzt rechts und dann runter Da ist er Da ist er Da ist er Da ist er 85% Ja, gut Trotzdem super So Wir haben ja ein neues Fahrrad-Landes öffnet So kommen keine Kunden Würdest du für mich den Drahtesel zwingen? Jawohl Ganz im Ernst Dann verrate mir doch bitte deinen Namen und die Telefonnummer Ja, bitte Dann rufst du uns nämlich später auch nochmal an Ja, sehr wohl Fahrrad jetzt Äh, wo haben wir den hin? Basisitem Fahrrad Fahrrad Registrieren So, auf Ypsilon Äh, was ist das? Ich bin mit dem Fahrrad direkt ins Haus von irgendjemandem reingefahren Na, geht's gut? Handelst du deine Pokémon gut? Dann lieben die dich Lass uns mal das Pokémon anschauen Das ist ziemlich niedlich Ja, das ist ja auch Knolbert Knolbert ist schon ein geiles Vieh, ne? Wer hast du mich genannt? Geil So, weiter geht's Fahrrad Piep, piep Fahrrad Fahrrad Piep, 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 piep Hallöchen Ist das wieder der Ich habe eine Freundin, ich bin so cool? Ja 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 Ja, so einen gibt es immer, ne? Ich habe eine Freundin, ich bin so cool, ich bin Camper Kilian. Ja, in der Tat. So, Knäubert. Das schaffst du doch alleine, Absorber. Prost! Moment, ich muss nochmal kurz... Mal kurz tippen. So. Ja, das ist sehr effektiv. Toxin trifft immer, wenn ein Gift-Pokémon jetzt benutzt. Ja, stimmt, das wusste ich auch. Kann sich einigeln, wie du willst. Wir prosten dich tot. Ja, sie sagt, mein Freund ist ein Vollidiot, richtig. Prost, Absorber. Ah, Knäubert, du bist es. Bleib mal froh, dass ich keine Pflanzen-Pokémon-Run draus gemacht habe. Knäubert-Reakt-Level 16. Sehr schön, Knäubert. Knäubert läppelt auch einfach so schnell. In dem Level, dass wir Knäubert auch machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Absorber. Da würde ich einfach mal sagen, Leute, solange ich hier Knäubert trainiere, läuft das. Prost! Ah. Äh. Wir wechseln mal das Pokémon auf Sparbicht. Ich höre jetzt mal auf zu saugen. Das ist ja ganz schön eine Sense. Die Teilung von Metal-Strike. Ach, aber Eowas. Ach, wir machen einfach weiter Eowas. Dann kriegen wir das Meryl weg. Und müssen nichts mehr trinken. Ich bin übrigens bei meiner letzten Dose Cider angelangt. Wenn die leer ist, dann muss ich mit meinem Starkbier anfangen. Ich hoffe, bei euch geht's auch ganz gut. Und so, Meryl ist weg. Und so, Meryl ist weg. Meryl ist weg. Na, Kilian? Ach Mann, er ist sich einfach verlieren können. Ja, hätte ich, aber habe ich nicht. Manchmal ist das im Leben so. Und, wie sieht's bei dir aus? Mein Freund ist ein Schwächling. Er kann mich nicht beschützen. Manchmal ist das so. Be like that, Junge. Fräulein, ich be like that. Wie war, Nina? Pika, Pika. Jawohl, Pika, Pika. Wir gehen mal auf... Ich meine, jetzt wäre es gut, wenn Riccardo schon ein bisschen höheres Level hätte. Aber das muss erst langsam, aber sicher nachgerüstet werden. Deswegen nehmen wir erstmal, was wir haben. Wir haben jetzt drei einsatzfähige Pokémon im Moment. Das aufzurüsten, das wird schon. Das ist ein Weibliches Pikachu mit dem Herzchenschweig. Schaut mal. Oh, wie süß. Natürlich, Alter, Statik. Was hätte er denn sonst haben sollen? Pika, Pika. Na, Nina? Freust du dich? Mein Gott, bist du stark. Willst du nicht mein Freund sein? Ja. Pokémon soll ihren Freund zu zeigen, war wahrscheinlich auch nicht so gut. Sag ich, ich benutze mal kurz einen Para-Heiler. Wir haben uns ja extra einen gekauft. Ne, hier ist... Ne, wo ist denn der drin? Doch hier. Da. Dann sogar zwei. Schön. Können wir mal einen benutzen. Schön. So. Das geht gut. Na, hey, du da. Ich übe mich im Feuer spucken. Da sollten wir vielleicht nicht gerade Knolbert gegen einsetzen. Gegen Magma. Das ist vielleicht jetzt nicht so das beste Matchup. Definitiv nicht, aber da kriegen wir bestimmt gute EP. Dann können wir bestimmt gleich Level 17. Ja, kann das sicherlich ganz gut machen. Der ist ja gelevelt genug. Aber ich habe jetzt schon den größten Respekt vor Gengar. Von Jens. Also da sollten wir definitiv im Hinterkopf behalten, dass wir vielleicht ein paar Aufwecker brauchen. Und wenn der Hypnose einsetzt, dann direkt aufweckern, dann geht der Traumfresser ans Leser und dann können wir da so ein bisschen schaukeln. Aber wenn wir ihn halt Traumfressern lassen, dann tut das weh. Und wenn wir ihn Spukball machen lassen, wo wir halt nichts dran ändern können, dann tut das wahrscheinlich auch ein bisschen weh. Schlafpuder. Äh, soll einen Tag das vergessen werden? Schlafpuder oder Stachelspure? Ich muss mal kurz gucken, wie die Schlafferwahrscheinlichkeit von beiden ist. Schlafpuder trifft 75 und Stachelspure trifft auch 75, ja. Dann bin ich doch eher auf Seiten der Stachelspure, weil das halt ein dauerhafter Nerveffekt ist, ne? Lieber nicht. Schlafpuder ist natürlich ein kompetitiven Spiel, wahrscheinlich besser. Äh, aber ich denke Stachelspure ist jetzt für uns, glaube ich, besser. Hier erstmal so, kriegt er auch EP und natürlich gibt es noch ein Magma. Ich bin Captain Magma. Dann nehmen wir mal kurz Ricardo rein, dann kann der vielleicht auch mal ein Level ab abstauben, weil Magma gibt echt viel EP. Vor allem mal Ricardo. So, dann wechseln wir wieder auf. Und dann kann der das wieder umhauen. Wo ist denn das? Hat gegen Magma wirklich gar kein Problem. Der macht das ganz einfach. Der wandert das selbst, obwohl er einen Spezialangift gesenkt hat mit einer Aquaknarre. Wartet mal ab, bis Kaskade kann. Dann ist aber Sensei hier. Dann haben wir alles aus den Sohlen. Sehr schön. Magma. Du hast scheinbar eine ganz gute Spezialangiftung. Nicht Rauchwolke. Nee. Lassen Sie das sein. Lassen Sie das sofort sein. Setzen Sie damit aus. Nein. Nee. Hör doch auf. Mach das nicht. Lass das bitte bleiben. Nee. Wenn er jetzt nochmal Rauchwolke macht. Macht er natürlich noch eine Rauchwolke. Könnte er auch sonst machen sollen. Komm jetzt weg. Will ich nicht. Bitte, bitte gehen Sie woanders hin. Bitte geh einfach weg. Magma. Geh einfach weg. Nein. Lass das bitte bleiben. Ich wechsle gleich auf dem Sparbicht. Das ist glaube ich unsere beste Wahl hier gerade. Versuch's noch einmal. Ah. Super. Lass uns nicht im Stich. Lass niemanden im Stich. Sehr schön. Hat funktioniert. So. Spawn hat irgendwas Erfahrungspunkte. Das ist gut. Damit kriegt Ricardo nämlich wirklich den Level ab. Sehr schön. Und möchte Giftstachel lernen. Oh. Ja. Fürs Erste können wir das machen. Start. Ich bin Energiefokus. Definitiv. Jedes Mal verfehlen dein Trinken. Ja. Mach doch. Ich mach das nicht. Ich mach das definitiv nicht. Ein Hoch auf Aeroas. Ja. Sehr froh, dass wir das auch dabei haben. Theoretisch. So. Willst du in einem alten Feuerspucker Telefonnummer geben? Na, von mir aus. Mach halt. Mach was du nicht lassen kannst. Sauber. Wenn ich telefoniere, höre ich ausnahmsweise mit dem Feuerspucker auf. Also ruf mich... Oh, Angelo, Angla. Nee. Pruss. Hallo, ich bin's Angelo. Alles okay? Willst du das machen? Neulich hab ich ein wildes Karpador besitzt. Als ich das meinem Sohn erzählte, hat er gesagt, Papa, warum bist du eigentlich so? Such dir einen Job, bitte. Er ist wirklich aufsässig geworden. Vergisst du auch nicht regelmäßig deine Mama anzurufen? Ja, Angelo, mach ich. Angelo, wirklich, in der Tat. Oh, und das Magna-Slog an Doppelteam-Pengulist zu scheitern ist natürlich auch bitter. Oh, was haben wir hier jetzt schönes? Wir haben ja schon was gefangen, das heißt, hier ist nichts mehr drin. Das ist auch ganz gut so, weil ich denke, den hätten wir nicht gefangen. Rennen wir mal weg. Der haut ja sonst eher, wir one-hitten den nicht. Ja, hier gleich weiter. Geht gleich weiter. Mit dem Nidoron. Okay, Knäubert. Nein, Bär. Oh ja, ich habe keine Wurst vergisst, dass wir werden. Tut mir leid. Hallo. Oh, Käfersammler. Geht's gut? Ich hoffe doch. Mich zieht es überall dorthin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Käfer sind geil. Ich esse gern Käfer. Ja, das glaube ich dir. Käfersammler Udo mit Blutzuck. Blutzuck. Nachgeknäubert. Wir gehen mal auf Sparbich. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die wir hier haben können. Vor allem soll Sparbich doch mal langsam Level 21 erreichen. Ich hätte ihn sehr gern entwickelt. Und zu Level 15. Welches Level ist Gengar von Jens eigentlich? 25? Oder habt ihr da eine Zahl für mich? Das wäre ganz gut zu wissen. Machen wir mal kurz da. Hier was. Schön schön. Ich würde nämlich sehr gerne wissen, auf was ich mich da einlasse. So, Udo, das war wohl nix. Ah, das ist also dein Kampfstil. Lass uns die Telefonnummer tauschen. Ich meine, ja, okay. Ja, 25. Gut. Einmal rein. Ruf mich an, wenn du mal wieder der Sinn haben kannst. Nee. Ich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Weibere. Weibere ist Nidoran. Ich bin eine Frau. Ja, machen wir das mal. Wir wollen ja Knäubert trainieren, also machen wir das auch. Außerdem habe ich kein Problem, damit wir den Kräubert noch Level 26 erreicht, bevor wir Übergänge ankommen. Definitiv nicht. So, machen wir mal einen Eiszahn. Eiszahn. Nipp. Und schnürp. Einmal weg. Der lebt ja noch. Was soll denn das? Der lebt ja noch. Ja, Nidoran Weiblich ist ja eher so verteidigungslastig, nicht angegiftslastig. Deswegen fällt hier auch mal gut was aus. Hoffentlich hatte ich kein Giftdorn. Das würde jetzt nerven. Nee. Nix passiert. 50 EP, das lohnt sich ja. Das machen wir nicht nochmal. Hey, was soll denn das hier? Was ist denn in dem hohen Gras hier los? Hallo, ich bin ein Tito. Ja, hallo, Tito. Okay, Knäubert. Dann würde ich doch einfach mal sagen, Prost. Wir greifen hier an. Hallo, ich bin auch ein Prost. Das könnte vielleicht sehr ätzend für euch werden. Das ist nicht sehr wichtig. Wir wechseln jetzt mal auf den Sparbicht. Der Kleid kann der aber Absorber einsetzen, wenn er da wirklich Bock drauf hat. Schauen wir doch einfach mal. Der hat meine Attacken. Giftbude. Haha, der Sparbicht stirbt. Haha. Bitte nicht. Lassen Sie Sparbicht in Ruhe. Sparbicht, nein. Okay, Sparbicht, zeig dir mal, was ein echter Vogel ist. Dann wird hier nicht geprostet. Dann wird hier nur der Sparbicht durchgesogen. Jawohl. Sparbicht, das ist es. Neuberg-GDP. Sparbicht-GDP. Und Sparbicht wird gleich entgiftet. Sparbicht. Äh, nicht Option. Sparbicht wird hier gleich mal seine Entgiftungstour. Gegen Gift. Gegen den Sparbicht. Sehr schön. So, weiter, weiter, weiter. Warum müssen die alle zwei Schritte in den Encounter? Not, not. Das ist Entfernerverwandter vom Plingu. So. Äh, ja. Dann kriegt der auch einen Eiszahn von mir aus. Äh, okay, krank. Du machst das schon. Du machst das schon. Die richtige Geschichte, die richtige Geschichte, die richtige Geschichte, die richtige Geschichte. Ja, endet. So. Mal den Eiszahn reingereißen. Oh, ja. Reiß, weißzahn, scheißzahn, eißzahn, weißzahn. Einmal weg. Sehr effektiv. Hut tut es weg. Und Knallberg-GDP. Und keiner kriegt ein Level ab. Und alles ist unglücklich. Links. Item bitte. Ein paar da heute. Schön, dann haben wir den wieder drin. Friedrich, pack den in die Medizintasche. So, runter, 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 runter. Oder... Nein! Hallo, ich bin Traumato. Noch weg, Neubert. Noch weh. Ich bin auf Säure. Das stört mich nicht. Wir gehen hier auch... Wir brauchen auch sein Level ab. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Aber ich muss sagen, so... Wir kommen ganz gut durch. Es ist noch keiner gestorben. Also... Niemand Relevantes. Zumindest. Und... Ja, ansonsten. Unser Team. Das stocken wir langsam ganz gut auf. Das ist Level 26. Damit kann man durchaus arbeiten. Und... Ja. Also Knallberg ist jetzt auch langsam auf dem Niveau, womit wir arbeiten können. Und... Der Sparbicht ist ja der Sparbicht halt. Das ist halt... Den kämpfen wir nicht. Ganz bestimmt nicht. Okay, Knallberg. Hi, Mann. Warum holen wir ihn eigentlich auf... Sucht gescheit. Ich bin fokussiert. Fuck, wie Feind in seinem Grab. Ja, Mensch. Das ist halt so, ne? Oh, er hier will bestimmt gleich kämpfen. Aber erstmal nehme ich mir noch TM 66 Gegenstoß mit. Gegenstoß? Habe ich jetzt gar nicht ganz genau auf dem Plan, was das genau macht. Das schauen wir mal eben. Äh... Gegenstoß ist eine Unlichtattacke mit 50 Stärke und der Anwender lädt die Attacke auf. Setzt er sie gegen einen wirklichen Angriff ein, verdoppelt sich die Kraft. Also wenn wir langsamer sind, haben wir 100 Stärke statt 50. Als Unlichtattacke. Das können wir bestimmt mal irgendwann gebrauchen, aber jetzt gerade nicht. Kämpfen wir noch mit unserem Käferfreund. Den Käfer, unseren Vogelfreund hier. Aha, welche Art von Pokéball verwendest du? Den roten. Oh ja, Mensch. Den roten. Otto. Otto hat ein Taubsy. Otto hat ein Taubsy. Level 12. Level 12. Und ich, ich hab... Level 26. Level 26. Das war bei Pokémon auch immer so eine Sache, ne? Die wilden Pokémon und die Trainer-Pokémon sind einfach so schwach. Und dann in der Arena, da kriegst du dann richtig auf den Deckel. Also nicht richtig, aber manchmal so ein bisschen. So Taubsy wird jetzt weg. Snack. Einmal Eis-Zahn. Gar kein Problem, sag ich da. Und als nächstes... Hat er, was hat er? 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 Tauboga. Da wechseln wir natürlich. Äh... Ja, die Erfahrung gibt immer noch Knäubbert. Ich will, dass Knäubbert sich entwickelt. Das wäre mir sehr wichtig. Und wir schauen gleich mal, ob wir bei den Käfer-Tourneeren irgendwie mitmischen können. Das wäre nämlich auch sehr schön. Und das nämlich klappen könnte. Dann sind wir vielleicht auf der richtigen Spur, einen Sonnenstein zu kriegen. Und dann, dann geht halt an. Weil wenn wir einen Sonnenstein kriegen könnten, dann... Dann ist hier Bluebella-Action. Ansonsten müssen wir halt leider irgendwie auf Giflor aufweichen. Aufweichen. Wir müssen Giflor aufweichen. Hm. Ich tunke ihn in die Tunke und dann wird er richtig schön... ...flatt und weich. So wie wir es lösen. So wie wir es nehmen. Okay, Taubburger. Du hattest keine Chance. Es tut mir sehr leid. Ich war bei der Rechte Level 18. Sehr schön. Ich war bei der Rechte Level 18. Ich war bei der Rechte, aber du machst dich langsam. Na, Otto? Mist, nicht Schnee genug. So. Level 18. Das ist das gleiche Level, was der Sparbicht hat, ne? Also eigentlich können wir dem Sparbicht dann auch mal bald wieder eine Chance geben. Ich meine, ich bin mir gerade nicht sicher, wann sich Mirafel entwickelt. Ich glaube auch auf 21. Aber der Sparbicht auf jeden Fall. Und wenn wir den Sparbicht erstmal entwickeln könnten, wäre das für uns ganz gut. Not, Not. Ich meine, Hut, Hut. Tut mir leid. Also ich packe, glaube ich, wenn wir gleich in den Park reingehen, den Sparbicht mal nach vorne. Und solange kriegt Knäubert noch die EP ab. Und besser ist es, ne? Wenn der Knäubert noch ein bisschen mittrainiert wird. No, 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 no. Das heißt Hypnose, weil das nämlich nicht macht Hypno. Schon liegt auf dem No. Mach mal nicht. So, Hut. Du? Weg. Danke. So, so, so. Dann gehen wir mal in den Park. Park! Ach, Perflex. Wie sind denn die Encounter-Raten hier in dem Gras? Das ist viel zu viel. Wirklich viel zu viel. Knäubert. Brauchen wir noch ein Traumato. Ich würde jetzt einfach wegrennen, aber wenn ich nicht wegrennen könnte, der macht Konfusionen. Das ist für Knäubert nicht sehr angenehm. Ich wechse mal auf den Sparbicht. Der darf das gerne auch mal machen. Sparbicht hat jetzt hier eine Mission. Sparbicht darf mal gegen Traumato kämpfen. Sparbicht. Der Hausser läuft hier nicht. Hier läuft Aeroas. Ja, der Traumato hat keine Chance. Der Sparbicht weiß, was Farbe ist. Oh, der Sparbicht One-Hit-Bit einfach. Ja, auch. Der Sparbicht hat auch keine Gnade. Der war schon von Anfang an, ne? Als wir den gefangen haben, hat er uns dreimal gekritzt, bevor wir den einmal fangen durften. Ach, verpflegst. Alter, Linksab hätte uns sowieso nichts gebracht. Ich dachte, ich kann da Links jetzt kurz ausweichen, aber kann ich gar nicht. Was ich übrigens ganz süß finde, ist, Shiny Nidorans haben einfach die Farbe von ihnen als andere Nidoran. Also, Shiny Nidoran männlich sieht aus wie ein weibliches Nidoran. Und Shiny Nidoran weiblich sieht aus wie ein männliches Nidoran von der Farbe. Das finde ich ganz cool. Wir sind dann einfach so ein bisschen hermaphroditen. Oh, wie süß. So, Knorbert. Knorbert gegen Huthut. Knorbert gegen Nuthut. Oh, kann man haben. Sparbicht, der schafft das schon. Ich vertraue da meinem Sparbicht. Ah, weh. Ja, weil Huthut hat bestimmt Aufruhr. Ich würde sagen, er hat keine guten Attachen, aber Aufruhr ist gar nicht so schlecht. Ja, Nidoqueen macht es kaputt, in der Tat. Also, im Fahrrad habe ich eine vierfache Encounterrate, aber es macht ja auch Sinn. Es macht ja auch Sinn, dass ich eine vierfache Encounterrate auf dem Fahrrad habe. Auf dem Fahrrad ist man ja auch ein bisschen gefährlicher unterwegs. Aufruhr. Weil ich auch schneller unterwegs bin. Oh, Sparbicht. Wenn der Ruck Zuckieb hat, ne? Wenn der Ruck Zuckieb hat. Ich gehe lieber mal auf... Sparbicht ist gut. Ja, Sparbicht ist definitiv gut. Das ist gut. Oh, Mann. Ich hätte, glaube ich, ein paar Supertränke kaufen sollen. Äh, aufruhe. Wie, die Huthut, das macht ja schon Stress. Krawallohut. Volltreffer auch noch. Ey. Huthut. Das ist eher ein Gutgut. Aufruhr ist eine Lock-Attacke. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Aber mich hat gewundert, dass das so viel Schaden macht, die ja gerade die ganze Zeit. So, einmal raus aus dem hohen Gras. Und dann will ich einmal dem Sparbicht einen Supertrank geben. Wenn wir noch einen haben. Haben wir nicht. Dann kriegt er halt so eine geile Wurzel. Hat er halt Pech gehabt. Kriegt halt was Ekliges. Tut mir leid, Sparbicht. Schluck. Äh, das schmeckt nach Fuß. Ja, das tut mir leid, Sparbicht. Das tut mir echt leid. So. Was ist denn hier eigentlich los? Ist das jetzt hier Käferprogramm, oder was? Heute ist Samstag. Das heißt, heute ist das Käfer-Turnier. Ganz einfach. Fang ein Käfer-Pokémon. Und das Käfer-Pokémon wird von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Ja, bitte. Oh, du hast mehr als ein Pokémon dabei. In dem Fall nimmt dein erstes Team Pokémon Knäubert am Turnier. Bist du damit einverstanden? Ehrlich gesagt, krieg ich das nicht. Komm zurück, wenn du die Reihenfolge in deinem Team gehend nennst. Ich möchte dann durchaus doch nicht Knäubert vorne haben, sondern... Heute ist Samstag. Das Käfer-Turnier. Einmal blablabli. Blup. Käfer-Pokémon-Jury. Möchtest du versuchen? Ja. Okay. Oh, du hast mehr als ein Pokémon. Dann nimmt dein erstes Quack dabei. Ja, machen wir. Die Pokémon von Cyderick wurden übergeben. Okay, wir passen auf deine Pokémon auf. Hier sind deine Bälle. 20-Junier-Bälle. Wer der stärker Pokémon fängt, hat gewonnen. Wenn du keine Knie-Bälle, dann ist er beendet. Ne? Und jetzt gehen da rein und Käfer und so weiter. Okay. Okay, guck. Bist du bereit? Wir fangen uns jetzt. Ein Pinsir. Hier drin ist erlaubt. Wie läuft es denn eigentlich bei der Nassloch bei diesem scheiß Turnier hier? Ich will ja eigentlich ein Pinsir fangen für den Sonnenstein. Ich meine, ich glaube, ich kann das stärkste Pokémon fangen und es dann freilassen. Das gilt ja dann nicht als gefangen. Oder es gibt die zu direkten Sichler, ne? Aber das glaube ich nicht. Ah, Pinsir! Abgedert! Den darf ich fangen! Den darf ich fangen! Den darf ich fangen, egal was kommt. Hier gibt es kein Wenn und kein Aber. Den darf ich fangen. Wenn ich gewinnen will, muss ich Direktbälle werfen. Ball! Ach, schade. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Mist, da. Na, knapp. Energiefokus. Mach halt Energiefokus. Ist mir doch egal. Pinsir, du pumpst dich auf. Ich pumpe dich ab hier. Turnier-Ball. Will er nicht. Wie sieht denn das eigentlich hier aus? Wenn ich den schwäche... Geo, wo achten, scheiße. Ich weiß, dass es... Kann ich keine Items einsetzen? Nee, kann ich nicht, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Äh, ich weiß, dass es in den alten Generationen so war, dass, ähm... Äh, die KP des Pokémons mit in die Punktzahl am Ende reinzeln, ob ich dann gewinne oder nicht. Ist das hier auch so? Also, wenn ich ihn auf volle HP fange, dass er dann mehr zählt, als wenn ich ihn mit niedrigen HP fange? Oder wie sieht das aus? Oder darf ich ihn schwächen? Weniger HP bringen, weniger Punkte. Ist immer noch so. Ja, okay. Dann Turnier-Ball. Wir überleben hier noch zwei Geo-Würfe. Nein, überlebe ich noch. Turnier-Ball bitte, Pinsel, bitte bleibt drin. Bitte tu mir das nicht an. Ach, wer schlägt? Was hat jetzt geklappt? Herdner. Oh, das ist okay. Dann kann ich leben. Knallberg wäre nicht schlecht gewesen. Definitiv nicht, ne. Komm, Pinsel. Geo-Würfe. Oh, Mann. Oh, Mann. Gott sei Dank macht er immer fix Schaden. Ich kann mich nicht heilen. Das nervt mich. Ich wusste nicht, dass ich mich hier drin nicht... Ich kenne das gar nicht so, dass man hier dann wirklich, äh... Das ist ja nur ein Hard Gold so. Das ist ja nicht in... Wie kann ich mich nach oben drücken? Ich kann grad irgendwie nicht auf Kampf gehen. Ich komme grad nicht mehr zu Kampf. Doch, jetzt geht's wieder. 11,9%. Ich hab aber echt versucht hier. Ich hau ab. Schluss kann ich machen. Ich glaub, mehr ist nicht drin als Schluss. Ich hätt ihn vorher heilen sollen. Ich dachte, ich kann mich hier drin noch heilen. Kann ich nicht. Kann ich mich hier irgendwie... Kann ich mich hier drin noch irgendwie heilen? Wahrscheinlich nicht, oder? Leute, ich brauch mal grad ne Info. Kann ich mich hier drin noch heilen? Öffentlicher Ort der Erholung. Meine Pumpe pumpt hier drin. Hier wird mich hier erholt. Ich hätt' gern noch ein Pokéball geworfen, aber ich... Ich wollte echt nicht verlieren, nur weil ich ein Pinsel haben will. Aber meine Chancen waren gar nicht so schlecht. Ich hatte mehr als ne 50%ige Chance, so viele Bälle, die ich geworfen hab. Hab 5 Bälle geworfen. 5 Bälle mit 11,9%. Ich rechne euch das mal aus, wie hoch meine Chance jetzt war. Wartet mal. Also, haben wir 88,1 hoch 5. Ja. Ja, boah, der 0,88. Der 0, wäre ganz gut gewesen. Ja, ich hatte eine 47%ige Chance, den zu fangen gerade. Das müsst ihr mir lassen. Nur wenn mein Pyrakok eine Beere tragen würde. Das ist ärgerlich. Dann müssen wir halt gehen. Du hast noch 17 Minuten. Möchtest du jetzt aufhören? Ja. Gut, dann warte bitte hier. Ich hab doch gar nichts gefangen. Wir werden jetzt nicht gefangen. Bist du bereit auf den dritten Platz ziehen? Oder Guido mit dem Horn, Guido? Geil, Guido. Hast echt voll gemacht. Hier war dein Axel mit dem Wibor. Ja, Axel, Mensch. Geiler Typ. Und der erste Platz geht an. Astrina Anita mit dem Blutzug. Anita, Mensch. Da hast du aber auch richtig was rausgeholt. 322. Alle anderen halten eine Wechselhülle. Wie schön. Hier ist deine Pokémon zurück. Yay. Neues Turnier. Bodo ruft an. Prost. Bodo. Guten Abend. Seidrich. Prost. Bodo noch da. Mal beraten. Mein Enton wird dir wirklich von Tag zu Tag ähnlicher. Und mit jedem Tag habe ich ein Stückchen Lieber. Es ist inzwischen so stark, dass ein Radfraßspiel gleich in die Tasche steckt. Vielleicht sollte ich auch die Leiterin herausfordern. Bis später. Du hast irgendwas in Bad Neems reingepostet. Ich muss mal kurz gucken. Moment. Das würde ich nämlich schon gern sehen. Tefer-Turnier. Fuck yeah. Oh no. Bila, it's time to capture the Pinsir. Yeah, I caught the Pinsir. First prize goes to Charlie and it's amazing Caterpie. Oh, Charlie. Oh nein, ja. Das stimmt aber. Weil du die Pokémon schwächst, dann bist du halt am Arsch. Aber was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir speichern erstmal. Ich muss noch überschreiben, ja. Ich will nämlich diesen Sonnenstein für Knolbeer haben. Was wir jetzt machen ist, wir schauen jetzt mal ganz schön, ob wir nicht mal die interne Uhr umstellen können und noch ein Käfer-Turnier anfangen. Ne, ne. Das machen wir jetzt. Ich will diesen Sonnenstein. Nein. So, äh. Kann ich im Emulator direkt die Uhr umstellen? Das geht bestimmt. Hihi. Schau mal. Oder entgilt der Emulator mit der Windows-Uhr? Dann stelle ich die halt um. Das dürfte ja auch kein Problem sein. Datum und Uhrzeit ändern. Warum kein Blattstein? Ne, ne. Hier wird Blue Ballard. Hier wird Blue Ballard. Datum ändern. Jawohl. Wir haben jetzt den 27. Mai. So sieht das aus, Kinder. Ne, wir brauchen den 28. Wir brauchen ja den Dienstag, ne. Und dann restarten wir mal die Rom. Und ich hole mir jetzt mal einen scheiß Sonnenstein. Da stehen die anderen Quasselköpfe hier noch. Aber das ist ja kein Problem. Ja, die Musik klingt geil, oder? Jetzt gibt es nochmal eine Kraftwurzel für... Der braucht das dringend. Ich glaube, ich sollte wirklich Neubert benutzen. Habt ihr recht. Neubert kann den Pinsel mit Stachelspure erstmal eine drüberziehen. Dann geht das. Nix hier wildes Pokémon. Nut, Nut. Nix, Nut, Nut. Neubert, wir gehen. Wir haben ja keine Lust drauf. Ich gebe eine Beere. Habe ich denn eine gute Beere? Mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe nämlich nur eine Sinelbeere. Das dürfte aber keinen Unterschied machen. Weil Neubert hat 48 HP. Pinsel macht 42 mit 3 mal Geowurf, wenn er 14 ist. Und dann macht er halt, ähm, macht er 56 mit dem nächsten. Da haben wir aber 58. Doch, das bringt sogar wirklich was. Dann können wir das austauschen. Ja, doch, das ist gut. Ihr habt recht, ihr habt recht. Ich habe Unrecht. Ich habe nicht mitgedankert. So. Ist jetzt wieder Käfer-Turnier. Ist hier wieder Käfer-Turnier. Sag an, ist schon wieder Käfer-Turnier. Ist schon wieder soweit. Heute ist Dienstag. Heute ist das Käfer-Turnier. Fang ein Käfer-Pokémon. Und dann kannst du Käfer-Pokémon. Möchtest du das versuchen? Ja, bitte. Oh. Nächsten haben wir Knäubertabend-Turnier teilnehmen. Ja, okay. Okay, bitte. Wir passen währenddessen auf die anderen Pokémon auf. Hier sind deine Bälle. Ja, der stärkste Käfer-Turnier fängt gewinnt. Ich wusste echt nicht, dass ich da drin keine Items benutzen darf. Unglaublich. Hätte ich Items benutzen dürfen, wäre das bestimmt geworden. Nee. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher die Knolle geworfen. Ach man, ach man, ach man. So, suchen wir uns mal wieder ein geiles Pinsier. Hier oben. Ja, seht ihr, da ist es. Ist doch ganz klar, Pinsier ist hier direkt. Look, Knäubert. Dann machen wir mal. Klarer Spore. Ja, Energiefokus kannst du ruhig machen. Das ist kein Problem. Ach, verfixt Knäubert. Knäubert, stell dich nicht an. Knäubert, sei keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich Geoworfen nicht einsetzen, weil es ist nicht sehr effektiv. Also macht der eh gleich viel Schaden, aber theoretisch ist es nicht sehr effektiv. So, Pinsier. Ja, ist doch ganz klar, hier drin gibt es nur Pinsier. Habt ihr schon mal anderes Pokémon gefangen hier drin? Ich nicht. Okay, Pinsier. Oh, shit. Aber Klammergriff macht nicht viel Schaden, ne? Ne, stimmt. Klammergriff macht nur diesen Nachartacker hier. Wir müssen dieses Pinsier fangen, bitte. Nein, Pinsier! Wie hoch ist den Fangchance, wenn ich hier bei Pinsier sage, gibt... Klammergriff nervt halt schon, echt. 5%? Ihr meint wohl 500%. Hey, jetzt! Wie hoch ist die Fangchance, wenn ich ihn paralysiert habe? Ich brauch den jetzt. Das ist wichtig für mich. Hey! Pinsier! Jetzt benimm dich mal nicht wie so ein Arsch! Pinsier! Nicht Geowurf, lass es sein! Pinsier, mach das mal nicht! Mach das bitte nicht, Pinsier. Wir wollen doch einfach nur Freunde sein. Pinsier, ich nehme mich sogar ins Team. Auch wenn ich es nicht darf. Für dich mache ich eine Ausnahme. Man muss ihn nur anbügen, nicht wahr? Ich mache doch keine Ausnahme für den. Für wen hält er mich? Für Pinsier gibt es einen Eintrag im Pokédex. Es gibt sich mit seinen Hörnern ein Unterschlupf, für den am Morgen klebt das Erde an ihm. Jawohl! Pinsier wurde gefangen. So, dann würde ich mal sagen, Hammer geschafft. Schluss. Hier bleibt noch 17 Minuten. Möchtest du aufhören? Ja, bitte. Ich verliere jetzt trotzdem. Machst mal auf. Wir bewerten jetzt die gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Auf dem dritten Platz Teenager Guido mit einem Horn... Oh, Guido wieder. Guido, bist der Geilste. Hier war es am Nacktel auf Platz 2 mit einem Schmeddelbo. Das ist kein Betrug. Das war alles fair hier. Erster Platz geht an. Cydric mit einem Pinsier. Cydric, Cydric. Er hat es drauf. Unser Champ des Tages Cydric hält den Sonnenstein. Jawohl! Jawohl! Jawohl, 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 jawohl. Hier hast du deine Pokémon. Bitteschön. Wir würden uns freuen, euch beim nächsten Turnier wiederzusehen. Möchtest du Pinsier einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Müssen wir, ja. Das ist ein illegaler Immigrant, das Pinsier. Der darf ja eigentlich gar nicht sein. So, wie nennen wir den denn? Wie nennen wir den, illegal. Ach, ich weiß nicht. Das ist ein Nagelknipser. Gibt's da irgendwie ein lustiges Wort zum Nagelknipser? Ich weiß es nicht. Ich nenne ihn einfach schnapp. Sie. Okay, Pinsier, ab auf die Box. Ab auf die Box. Ich bin jetzt eigentlich ein Team. Na, da schnapp. Na schnapp, geht's dir gut. Jetzt mal hier die General Votum. Ist Schnapp legal oder ist Schnapp betrogen? Ich würde ja sagen, Schnapp ist betrogen. Ich meine, hätte ich geheilt, bevor wir beim ersten Eingang wären, hätte das ja gezählt. Aber das müsst ihr jetzt entscheiden. Ist das legal oder ist das Betrug? Währenddessen stelle ich mal meine PC-Zeit wieder richtig. Ich will mal was ausprobieren. Kann ich die Zeitzone eigentlich so stellen, dass jetzt wieder Tag über ist? Ändert sich das sofort hier im Spiel? Oder muss ich dafür das Spiel neu starten? Sag der Pokémon, kommt mir die Uhrzeit eigentlich? Ja, ne, okay, das stellt sich nicht um. Außer Außer ich starte das Spiel neu. Schnapp sieht ja alle. Auch mit Heilung hätte das schief gehen können. Definitiv, aber ich hätte mit Heilung halt noch irgendwie, dass ich die 4-5 Bälle mehr schmeißen können. Und das sind ja die 4-5 Bälle, die wir jetzt gerade geschmissen haben. Also geht das. Also erstmal gehe ich jetzt Schnapp auf die Box legen. Ich bin nämlich der Meinung, Schnapp ist nicht legal. Ja, bitte. Aber ich wollte halt echt dringend den Sonnenstein haben. Und dafür hätte ich ja was fangen müssen. Das ist halt einfach so. So. Jetzt hätte ich mit dem Fahrer eine höhere Rate. Ja, das stimmt. Aber sagen wir mal, ich hätte 4-5 Bälle mehr schmeißen können. Dann wäre meine Chance... Wartet mal. Sagen wir mal 5 Bälle mehr. Dann wäre meine Chance 72% gewesen. Das ist schon nicht schlecht. Klar, ich hätte eine höhere Rate gehabt. Definitiv. Aber ich fand das schon gut, wie es war. So. Ist er jetzt illegal oder nicht? Wenn er illegal ist, kommt er in die Himmelsbox. Wenn er nicht illegal ist, kommt er auf eine andere Box. Aber er wird trotzdem nicht benutzt. Er wird so oder so nicht benutzt. Aber ich will gerne von euch wissen, ist das legal oder nicht. Ich benutze so oder so kein Pinsir. Bist du legal oder bist du es nicht? Nicht legal. Tut mir leid, dann bist du tot. Aha. Nee, ging es halt wirklich nur um den Sonnenstein. Ich meine, ich hätte sonst auch einfach einen Blattstein organisieren können und mir einen Giflor machen können. Aber ich bin echt geil auf Glubella so. Jetzt, wo wir das haben. So. Ab in den Park. Den haben wir dann vorne. Ich würde gerne den Sparbicht nach vorne setzen. Der darf hier nämlich ein bisschen trainieren hier drin. So, das passt aber ganz gut so. Wir müssen neue Highlightums kaufen übrigens ganz dringend. Fällt mir gerade ein. Mein süßes Pokémon ist ganz, ganz toll. Schau mal, wie stolz du mir ist. Und jetzt mal alle so super Prost für alle. Also wir trinken jetzt einen großen Schluck auf ein illegales Pokémon. Bis gleich. Das war die Schluckstrafe. Die nimmt jeder, der illegale Pokémon fängt, die nicht genommen werden dürfen. Ich meine, letztendlich ist es ja nicht schlimm, ein Pokémon zu fangen, was wir nie benutzen, oder? Oder seht ihr das anders? Oder, ey, 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 ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich leg das mal eben einfach so aus. Das ist ja meine, das Schluck, ne? Also letztendlich kann ich ja machen, was ich will. Aber ist okay, okay. Das ist schön. Ja, das ist ja das Problem. Ich habe, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit, an einen Sonnenstein zu kommen, oder? Dein Pokémon-Team ist super toll. Ich könnte es ja schmelzen. Du liebst deine Pokémon. Mein Pokémon-Team ist super niedlich. Was hat die denn für ein... Also ich meine, ich mag meine Pokémon. Die sind alle ganz toll und so weiter. Aber ich habe einen struppigen Vogel, ein laufendes Radieschen und ein Ureinwohner-Krokodil. Naja. Eine neue Box für illegale Immigranten. Ne, sowas mache ich nicht. Mensch, Schnubbel, das war bloß Spaß. Du bist doch viel niedlicher. Ureinwohner, Bro. Das ist ein Steinzeit-Mensch. Das ist ein Ureinwohner von der Steinzeithöhle. So. Junges Fräulein. Wegen was? Ach ja, ich kann nicht mit dem Fahrrad durch tiefes Gras. Hallo. Was ist? Warum stehst du mich so an? Das laufende Radieschen ist klasse. Die sind alle klasse. Mein Team ist super. Niemand sagt hier was gegen mein Team. Ja, ja. Okay, Sparbicht. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir hier den Sparbicht mal auf 21 trainieren. Und dann wird Sparbicht mal entwickelt. Aber ich will meine Pinze an Counter-Rat. Das ist schon ziemlich geil so, ne? Das hat schon gut funktioniert. Da kann keiner was gegen sagen. So, Sparbicht direkt Level 19. Sehr schön. HP von Sparbicht. Ich bin extrem hoch immer jedes Mal. Tragosso. Oh, Mensch. Es gab noch mehr Möglichkeiten. Mitnahme, Käfer-Turnier, Poker-Ach still, ich vergesse immer Poker-Aklon. Wildes Sonnenfeld ist aber keine Maßnahme, weil wir nicht wirklich auf Sonnenfeld farben dürfen. Das können wir ja nicht machen. Und Mitnahme, ja, okay, Mitnahme wäre gegangen, aber dann hätte man echt lange hin und her laufen müssen. Was auch nicht so eine Sache ist. Und Käfer-Turnier haben wir ja gerade gemacht. Und Poker-Aklon, ja. Ich vergesse immer, dass der ein Ding war. Aber wollen wir den wirklich spielen hier? Ich bin da nicht der Meinung, dass das wirklich sein muss. Na gut, wieso tauschen wir nicht Telefon? Hier wird auch jeder und seine Mutter meine Nummer haben, nicht wahr? Ich finde den Sparbicht alle so geil, dass sie sich denken, das ist es. Beim Sparbicht schon den Schnabel kraulen. Da freut sich der Sparbicht. Jetzt nochmal ein Pinzier. Komm mal, ein Pinzier. Gibt es Pinzier hier überhaupt außerhalb des Käfer-Turniers? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die tauchen nur während dem Pinzier auf. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Nee, nee, Hut, Hut. Wir sind tot. Hut, tut, tut. Du brauchst noch zwei Level. Das schaffen wir doch irgendwie noch, wir beide, oder? Hallo. Du wirst dich kämpfen, aber du bestimmt, oder? Jawohl. Nur während, okay. Die bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Warum mag dein Pokémon nicht denn nicht? Was hast du mit dem gemacht? Wilhelm. Wilhelm Mareichi. Das ist definitiv kein Match-Up, in dem ich den Sparbicht vorne haben möchte. Na, wird das ziemlich angeschlagen. Riccardo hat noch keinen Boden, Typ. Ich nehme mal, wenn der Donnerblitz kann, haben wir ein Problem. Oh, okay, okay, damit kann ich leben. Hat der keinen Donnerblitz? Na, das ist dann nicht meine Schuld. Machen wir... Okay, machen wir Kopfnuss. Ich habe mich nicht damit gerechnet, dass irgend so ein komischer Typ hier in einem hohen Gras ist einfach ein... Nein, natürlich. Was hätte er auch sonst haben sollen. Er hat Donnerblitz! Wer hat mich reingelegt? Au. Gott sei Dank ist die Paralyse nicht durchgekommen. Ei, 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 ei. Aua. Trainer-Pokémon müssen sich nicht an normale Movesets halten. Vergiss das nie. Mama ruft an! Prost! Mama! Mama ist gerade fast gestorben. Oh, ich habe wieder ganz tolle Sachen gekauft für dich. Oh. Du, Mutti, du. Wenn ihr Momente für Höhepunkt-Videos habt, dann bitte, bitte clippt die, damit ich die dann auch alle wiederfinde. Denn wie gesagt, ich gucke zwar über alle Streams nochmal drüber, aber ich habe halt nicht so viel Zeit, dass ich alle Streams nochmal komplett von vorne bis hinten schauen kann. Und ich übersehe da auch gut und gerne mal was. Und das heißt, es wäre mir sehr lieb, wenn ihr da wirklich alle Szenen, die euch gefallen habt, rausschneidet. Einfach jetzt auf Clip drücken und kurz einen Clip machen. Dann habe ich die für später und dann kommen die auf jeden Fall in ein Highlight-Video. So. Ja, es müsste so ein kleines Clip-Symbol unten am Stream sein. Da klickst du drauf. Das ist so ein, äh, das ist so eine Filmklappe. Dann kriegst du so ein extra Fenster und kannst dann alles, was in den letzten zwei, drei Minuten passiert ist, clippen. Also zusammenschneiden und dann einen kleinen Clip machen. Oh, TM28 Schaufler. Schaufler ist eine gute TM. Definitiv, aber die haben jetzt noch kein Pokémon, bei dem das wirklich gut wäre. Außer halt Riccardo, ne? Bei dem wäre der später gut. Aber der muss sich halt erstmal beweisen. Erst wenn der sich wirklich entwickelt hat, kriegt der Schaufler. Später dann wahrscheinlich Erdbeben. Wir gehen mal auf die andere Seite. Das wird vielleicht Mogelbaum fangen, ne? Das, äh, muss man auch in den Hinterkopf behalten. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ah, hier brauchen wir Kraxler. Äh, so, was haben wir hier? Eine Sanftglocke. Macht Sanftglocke Pokémon nicht mehr zutraulich? Oder was war das genau? Schauen wir mal. Äh, hier, Sanftglocke. Sonnenstein, eine schöne Sanftglocke. Äh, es besänftigt und fördert Sympathie. Ja, das kann von mir aus erstmal... Wen lieben wir denn den Sparbicht? Sparbicht kriegt die Sanftglocke. Sparbicht! Ja, sehr schön, Sparbicht. Gehen wir mal wieder hoch. Äh, Moment, halt. Ja, ich bin jetzt durchaus blöd. Warte, ich bin hier... Ne, hier nicht. Ich bin für immer hier drin gefangen, Hilfe! Holt mich hier raus! Holt mich hier raus! Ja, okay. Ich hab's gefunden. Du da! Dich krieg ich auch noch! Hey! Pokémon sind ein Fass ohne Boden. Es gibt viel, was wir nicht wissen. Aber ich weiß immer noch mehr über sie als du. Das ist klar. Ich bezweifle dich ganz stark. Und wenn ein random NPC mehr hier weiß, als ich. Okay, Julius. Das ist jetzt ein Battle? Ja, das ist ein Battle. Sparbicht Randa. Hau ihm die Pastinake aus den Socken. Den brauch hier keiner. Mia! Ja, äh, 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 äh. Mirablau hat umsiegt. Hab ich E.B. Heiß nicht, ist da noch ein Bolto-Ball. Das mach ich mal. Die sind alle zwar angeschlagen, als dass ich hier doof hin und her wechseln möchte. Aber ich kann das gerne direkt machen. Der hat einfach durch sein hohes Level hier einfach alle aus dem Leben. Level 5, ne, 11 Level drüber. Dann würd's den Kopfnuss wohl tun. Habt Nuss. Sehr schön. So. E.B. E.B. Und Julius, wurde besiegt. Was? Äh, äh, Entschuldigung. Äh, wie bitte? Wer will auch meine Nummer haben? Du hast gewaltig viel Ahnung. Das gefällt mir. Sollen wir Tipps austauschen? Ich rufe an, wenn's was gibt. Ja, okay. Sehr schön. Sehr schön. Okay, komm. Ich rufe dich an, soweit ich was Interessantes höre. Okay, danke. Äh, haben wir jetzt alle besiegt? Ja, ich glaube, wir sind einmal rum. Und dann können wir hier raus. Okay, Sparbicht. Schauen wir mal, ob wir noch einen finden. Na, hier ist nichts mehr los. Ich bin der große Sieger des Käfer-Turniers. Es schaut mich an. Hier steht ein Aprikot-Tonierbaum. Ist das hier eine neue Route? Oder ist das die gleiche Route wie unten? Ich bin gerade wieder im Übergang nicht so genau sicher. Ja. Das dann hätte ich ja ein Video von einem besoffenen Russen, der nicht über den Zaun gekommen ist. Sehr definitiv. So einer bin ich. So was haben wir denn hier? Psycho-Jockey. Ist, glaube ich, neu. Ich glaube auch. Fab ich. Fab ich. Ach, ihr war es. Fab ich. Die Abra haben wir. Als nächstes kommt Holger. Stimmt, Holger gibt es auch noch Kadabra. Solange der keinen Simseler hat, ist alles noch im Rahmen. Bitte keinen Simseler. Erst mal Aeroas. Oh, der lebt noch. Ich hätte ihn fast gekriegt. Fab ich, das ist echt gut dabei. Das tut weh, das tut weh. Eieiei. Gut, dass Aeroas immer trifft. Tut mir echt leid, Kadabra. Da habe ich mir gerade wirklich Sorgen gemacht. Fab ich, super. Fab ich Level 20. Sehr schön. Was hast du jetzt noch? Noch ein Abra. Ja, doch. Wenn der Kadabra auf Level, was war, 16 oder 17 fast one-hitted, dann wird der Level 14 aber auf jeden Fall one-hitten. Also ist alles gut. Hat doch Holger nicht einen Blutzuck? Das dürften wir ja wohl kaputt kriegen, oder? Na, Jucky? Nein, Fielanzeige. Oh, auf 20. Sparbicht entwickelt sich. Yay. Sparbicht. Sparbicht. Er ist super. Prost auf Sparbicht. Prost. Jawoll. Und das ist ein echter Sparbicht. Sparbicht wurde zu Ibidag. Yeah, Sparbicht. Geht's gut? Ja, Sparbicht. Sparbicht lächelt ihr zu. Das ist doch schön. Das macht mich wirklich. Da ist Holger. Na, Holger. Ich muss gerade mal einen Test vollziehen. Das finden wir ja ganz leicht raus. Hier unten ist an der Zeit... Ja? Ist eine neue Route. Das heißt, ich darf hier was fangen. Eigentlich, wenn ich hier was fangen will, dann packen wir mal... Sind alle fast tot. Ich glaube, wir sollten mal ganz kurz heilen gehen, weil ansonsten wird das mit dem Fangen hier nichts. Außerdem wollen wir gleich Mogelbaum auch noch fangen. Also sollten wir wirklich heilen. Und ich will neue Highlightings kaufen. Das machen wir jetzt auch eben schnell. So viel Zeit muss sein. Okay, Pümpel. Ist noch mal hier kaputt. Ihr vergesst wahrscheinlich alle, dass wir eigentlich nur Fenster haben. Nicht wahr? Tue ich auch manchmal. So ist gut. So ist sehr gut. Ich kann heilen, wenn ich die kurz ablege. Ja, aber es geht ja schnell, mit dem Fahrrad die kurz runter zu düdeln. Hallo. Wir kommen im Pokémon Center. Wir heilen und machen wieder fit. Okay? Okay. Ich will ja sowieso noch in den Markt, weil ich gerne noch Supertränke hätte. Wir haben jetzt ein bisschen Geld aus der Arena von den ganzen Trainern, die wir besiegt haben. Da können wir uns noch ein bisschen was nehmen. Außerdem kann ich mal im Supermarkt nachfragen von diesem blöden Kurier, was meine Mutter mir denn alles mit meinem scheiß Geld gekauft hat. Bestimmt nur Müll, aber man kann ja mal gucken. Wo ist er denn? Das ist er hier, ne? Oh, hallo. Du musst hier Zeitrich sein. Ich hab ein Paket für dich. Super. Äh, super. Wer weiß, was ich will? Komm bald wieder. Hallo. Ich hab noch ein Paket für dich. Bitteschön. Barbiri-Bären. Ja, Mutti hat wieder exotische Scheiß bestellt. Hallo. Ich hab noch was für dich. Schützer. Ach, danke. Echt super toll. Hallo. Du musst Zeitrich sein und ich hab hier noch was für dich. Kerzhal-Bären. Oh, Mensch. Ja, super. Echt klasse. Ich hab leider kein weiteres Paket für dich. Was machen die Bären nicht? Ich hab bestimmt gar nichts. Das sind bestimmt solche, solche ich im Baulier ein Haus-Bären. Kerzhal-Bären als, warte, schwächt. Hä? Schwächt diese Bäre besonders effektive gegnerische Attacken vom Typ Elektro und vom Typ Stahl? Wobei, wenn ich jetzt so eine, so eine Elektro-Schwach-Bäre an Sparbicht gebe. Ja, so hier so an Sparbicht und an, ähm, dann sind die beiden von Elektro-Attacken erst mal so halbwegs sicher. Ich meine, ist nicht viel, aber ist was wert, irgendwie. So, willkommen, kann ich helfen? Ja, bitte. Ich hätte gerne Hypertränke gehen jetzt. Äh, sind da... Poptränke gehen auch? Ich hätte gerne Supertränke, aber ja, erstmal... Gib mir da mal neun Stück. Ja, ich denke... Wobei, geht immer weg. So viel Geld würde ich jetzt auch nicht auf den Pop bauen. Äh, was hast du sonst noch? Feuerheiler? Ja, ja, komm, gib mir mal zwei. Einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Eisheiler auch mal einen. Man weiß ja nie, wann man es mal wirklich, wirklich braun, nicht wahr? So, ähm... Hypertränke... Ich nehme mal zwei. Man weiß ja nie, wann man wirklich mehr als mich runterheilen möchte. Manchmal ist das so. Gut, dann, äh, verkaufe ich nochmal. Es gibt nämlich einige Dinge, die wir wirklich nicht brauchen. Also wirklich, wirklich nicht. Zum Beispiel Beleber. Dürfen wir nämlich gar nicht benutzen. Und... Was haben wir noch? Äh, Wechselhülle. Austausch des... Äh... Den Austausch des Trägers gegen ein Bart und das Pokémon. Wundersaat, Sonnenstein, Dampfflotten, Schutz. Was ist da denn jetzt? Ist alles okay. Geben, zieht gerne eigentlich Geld? Nicht wirklich. Gämmens wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn hier? Also Anziehung werde ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Das kann weg. Und Itemsperre kann weg. Das kann man noch. Gärtwinne nehmen wir mal mit. Blipfalten auch mal, falls wir das noch brauchen. Gegenschuss auch. Schaufler auch. Verhöhner. Wir haben das gar nicht so schlecht eigentlich. Das mal. So, ne, das passt. Danke. Und du? Achso, Pokebälle für mich. Gute Bälle. Super Bälle. Ja, nehme ich. Nehme ich fünf Stück. Und zwei Hyperbälle nehme ich auch noch. Ist zwar teuer, aber ganz ehrlich, das sind so die Bälle, die wir eigentlich haben wollen. Ne, wir dürfen ja eh nicht viel fangen, aber wir wollen halt das, was wir fangen, auch anständig fangen. Und da sind Hyperbälle, glaube ich, ganz gut in meinem Part. Ich hoffe, das sehe ich nicht falsch. Zum Beispiel gleich für einen Mogelbaum wird das doch durchaus angenehm, ein paar Hyperbälle zu haben. Wuppi wupp und los geht das Ding 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 Fahrrad, Fahrrad, macht Spaß Fahrrad ist ganz ganz ruhig Hat ein Mogelbaum eigentlich irgendwelche Bodenattacken auf die wir aufpassen müssten also wenn ich jetzt gleich mit Miracle da vorne bin und kurz einmal Stachelspur machen möchte gegen den ist das denn riskant oder nicht, das würde ich gerne wissen Ah, bräh, bräh, bräh Ja, aber nee, alles gut Die Wich wollen wir nicht haben Wirklich nicht Entkommen Einmal hoch Na, ich will da raus Nerven sie mich nicht, Nidoran Nerven sie mich nicht Halt, wir sollen Knöpferd gar nicht vorne haben, wir müssen doch jetzt gerade noch den Schuljunge Holger kämpfen Notbescheid, ach so Oh, ja, ich bin doch bescheidert Mensch, ach schade Mach ich halt nochmal, so Ein Baum sieht aus, als wenn er zerschnitten werden könnte Möchte ich so ein paar Schneider am Schneider an, ja? Möchte ich Wuppi Fußpick, Steinwurf, Mimikki und Dresspiegel, ja Dresspiegel könnte übel werden, wenn wir nicht aufpassen Hallo, da ist ein merkwürdiger Baum Setzt du die Schigikörner ein? Ja Einmal den Baum gegossen Ja, und was haben wir da? Ein Mogelbaum Hey, Mensch, werdet ihr das gedacht? Nee, 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 nee Mogelbaum Okay, Knäubert Dann machen wir erstmal eine 1a Stachelspore Mimikri, das wird wohl nichts Hehehe, Steinwurf Oh, übrigens, danke für den Follow, Byron Dawn Und, ja, Mogelbaum ist paralysiert Dann gehen wir mal rüber auf Der hält das nämlich, glaube ich, alles ein bisschen besser aus Ein Paraflinschen mit dem mal 1-2 Runden Steinwurf Ja, das ist aushaltbar Machen wir mal den Kopfnuss Ich mache auf der sicheren Seite, dass das nicht zu viel Schaden macht Ein Volltrag, äh, da werden wir vielleicht auch andere Attacke nutzen Fußgick Ja, das macht gar keinen Schaden Machen wir mal einen Biss Machen wir ein bisschen mehr Schaden Nicht wirklich Paralysiert, schön Ich werfe mal kurz den Ball Machen wir mal einen Superball Und gucken mal, ob das jetzt schon klappt Vielleicht klappt das ja schon Vielleicht auch nicht 1 2 3 Vorbei Sehr schön, hat geklappt Prost Mogelbaum wurde gefangen, hätte übrigens jetzt gerade mal mein Zeiter wieder leer Äh, ein neuer Eintrag Und das heißt, ich will mir gleich kurz mein Bier Obwohl es vorgibt, ein Baum zu sein, kommt seine Zusammensetzung einem Stein näher als einer Pflanze Sehr schön Möchtest du den Mugel bei meinem Spitznamen geben? Ja Äh, ja, erstmal hier los, dass wir das jetzt auch sehen können Und, äh, ja Wie nennen wir den denn? Ah, ich glaube, ich nenne ihn Luststängel Das ist ein schöner Name, oder? Das kriegen wir hin Luststängel, so Ha, das war vielleicht ein Spaß Hier, das ist ein Dankeschön, dass du mich unterhalten hast Das ist ein Pflanzset Wie schön, da kann ich Bären pflanzen Das ist ein Kinderspiel, Bären aus allen Regionen anzupflanzen Ach ja, richtig Hier, ich geb dir noch ein paar Bären dazu Alleine würdest du wahrscheinlich nicht sein, komm Sienelbären, danke Und Pirsifbären Ja, Mensch Kriege noch andere Wenn du da aus einfach wachsen soll, musst du sie einpflanzen Und gedinglich wässern Alles klar, bis morgen Tschüss Bis nach TX City Da musst du auch nach Norden Bis dann irgendwann Ja, okay, bis dann irgendwann Oh, Kumpel Kennst du das, wenn du irgendwo durchsüßt und da ist ein Stein im Weg? Ja, na klar, dann kannst du das hier haben Bitte Genau das Richtige für dich V-M-Sekt Der Trümmerer Ja, danke Haben wir es immerhin auch mal Lange den Orden aus Joda City Aus Reklam Jeden dort gedingen Felsen Kleiner Die Sache hat einen Haken Ja, V-M sind scheiße Ja, sind sie in der Tat Der merkwürdige Baum ist wie vom Erdbooten verschluckt Was? Das war ein Pokémon? Naja, wenigstens kann man den Zuhörer nach TX City Würden die mal anständige Straßen bauen, hätten wir das Problem nicht Gut, aber hier gibt es kurz ein, zwei Minuten Pause Pippi-Pause Dann machen wir mal aufs Klo und ich hol mir mein Bier Bis gleich Pippi-Pause 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 So, da bin ich wieder Ich hab jetzt mein geiles Steam Brew hier Das ist Starkbier mit Wie viel Prozent hat er? Sechs oder sieben? Acht, Mensch Das ist doch schön Dann haben wir den jetzt hier Also ich hab jetzt gerade gut anderthalb Liter Cider weg Und jetzt kommt das Starkbier ran Können wir weitermachen, seid ihr alle noch bereit? Seid ihr alle noch da? Seid ihr alle noch Lust? Dann fahren wir mal Richtung Teaks Moment, ich kann bei den Alphruinen nochmal einen Kopfnusserantacke machen Den Alphruinen haben wir nämlich noch nichts gefangen Weil die Grabkammer nämlich extra zählt Und in Viola City kann ich auch nochmal Kopfnuss machen Äh Ich kann mir doch ein Zertrümmerer-Pokémon holen, wenn ich Bock hab Wollen wir uns ein Zertrümmerer-Pokémon holen? Da kann bestimmt auch was Schönes drin sein, was kein Kleinstein ist Ja, wem bringen wir denn Zertrümmerer rein? Wahrscheinlich dem Nussstängel Wo ist es denn? Zertrümmerer ist eine VM Das können wir also jedem beibringen Den Zertrümmerer einem Pokémon beibringen Jo Ähm, ja, äh Ungern auf die Pokémon nicht benutzen möchte, also kriegt der Luststängel das Vier Attacken So eine Attacke Zertrümmerer, ja Welche Attacke soll vergessen werden? Ja, Mimikri braucht der jetzt nicht unbedingt, ne? Kann weg Beib, und schwupp Luststängel hat Mimikri vergessen Und Zertrümmerer erlernt, sehr schön Gut Radladen ruft an Da würde ich mal sagen, mach ich gleich mal mein Bier auf Prost! Hallo, ich bin's, vom Fahrradladen Unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde, ja? Ui, naja Starkes Bier Mensch, das verdanken wir nur dir, weil du mit meinem Fahrrad rumgefahren bist Als Dankeschön darfst du das behalten Herzlichen Dank Tschüss So, dann machen wir hier mal auf Wirkt zerbrechlich Sitzt der Zertrümmerer, ja, bitte Zertrümmerer Vogelbaum Was haben wir da? Mein Zuberbaum, möchtest du den Kopfnuss einsetzen, ja Machen wir nochmal Ich find da schon was Hallo Belästigen Sie mich bitte Ich frag doch danach Scheinbar nicht Aber hier, ein Felden, der wirkt zerbrechlich Ist das Zertrümmerer, ja, bitte Fang ich halt jetzt das Zertrümmerer Pokémon, Kompottrott Nee Heute gibt's hier nichts, haben alle Angst vor mir Oh, jetzt haben wir einen Du hast ein Item gefunden Oh, ein gelbes Ach Mensch, schade Ich dachte schon, ich hätte jetzt wen Nein, hab ich nicht Hier gibt's Bäume Mein Zuberbaum, Kopfnuss, Kopfnuss Auch nicht Und hier? Die wollen alle nicht Du musst doch hier in irgendeinem Baum Pokémon sein Und da gibt's in allen Frühen keine Pokémon in den Bäumen Muss doch aber Hallo? Sind die alle keinen Bock mehr? Hier bin ich jetzt ein Tanzer, hier hopp Nö Dann fang ich mir halt in Viola City Einen Tanzer, so Hab ich gar kein Problem mit Wollen die mich hier verarschen? Ich glaub's auch Bei 30 darf ich natürlich nichts mehr fangen Aber hier darf ich was fangen Manzuberbaum, Kopfnuss, Kopfnuss Nicht? Haben sie denn hier keine Pokémon in den Bäumen? Jura, gib dir mal Mühe Los, hause weg Was ist schon los? Hallo? Es kommt einfach nix, ne? Nee Ein Mann zuhause Baum Los, jetzt Kopfnuss Jetzt haben wir einen So, den nochmal fangen Was gibt's denn da Feines? Nein, Mensch, ein Hoodie Oh, ich bin Level 2 Bitte nicht hauen Okay, Entschuldigung Machen wir nicht Keine Sorge Einfach mal einen Pokéball drauf Ich will nicht mitkommen Warum nicht? Los, Hooters Komm mit Wir brauchen dich doch Bitte, bitte Einfach mal drin bleiben Na, wie wär's? Hier, noch ein Pokéball Und Ich muss dich leider hauen Wenn du jetzt nicht drin bleibst Und das wird dir nicht gefallen Aua, aua Hoot, hoot, hoot Okay Du hast es nicht anders gewollt Stachelspore Hopp Paralyseur Gut, dass es ist paralysiert Es greift mich an So, dann Dann jetzt einfach mal Nochmal Pokéball Jetzt aber Komm Du willst doch mitkommen Bitte, bitte Was ist denn los mit dem? Ne, kein Bock Schreckel Muss ich ihn halt wirklich schwächen, ne? War keine Sorge Ich glaube, ich hab da den richtigen Mann dafür Los, Ricardo Angriff ist gesunken Das ist schön Wenn man jetzt auch die schwächste Attacke Die ich mir vorstellen kann Giftstachel Wir können ihn nicht vergiften haben Wir können nur Schaden machen Ja, sehr schön Das muss doch reichen Das muss doch definitiv reichen Anders kann ich mir das nicht vorstellen hier Pokéball Und Prost, liebe Freunde Ein Tag im Pokédex Er steht immer auf einem Bein Ja, das ist interessant Okay, Spitznamen gibt's Wir nennen den guten Hut das Weg damit So, Hutas existiert Warte ist denn in Box 18 geplatziert worden Wir müssen aber wieder auf Box 1 wechseln Das ist wichtig Wenn wir das nicht machen Wir sind auf der falschen Box Denn wenn alle Pokémon die wir fangen Auf die toten Box gelegt Das ist ja nicht in Ordnung Äh, Moment Ja, Hutas ist echt in der toten Box gelandet Das ist nicht gut Komm mal mit nach Box 1 Für den lebenden Box wechseln Das ist gut So, Box 1 ist aktuell Okidoki Dann hätten wir das Und wie geht's dir so? Nolly Boy? Nolly Es gehen Hintertopp Fahrrad Wir fahren jetzt hier durch Keine Fahrradmusik Wir fahren jetzt mit normaler Musik Wir sind so auf nach Like City würde ich sagen Einmal durch hier Freust dich schon gegen Jens Ja, ich mich nicht so... 2.37, neue Route, neues Pokémon. Was gibt es? Was kriege ich? Oh, ein Weberack. Ein weibliches Weberack. Dann haben wir Stachelspore, das wäre gut. Sehr schön. Es ist schön, Stachelspore im Team zu haben, wenn man Pokémon fangen möchte. Primafein. Es ist sehr angenehm, ein Pokémon zu paralysieren, bevor wir es fangen wollen. So, machen wir mal Säure. Das Schöne, das macht nämlich nicht sehr viel Schaden. Umklammerung! Ey, mach mal nicht Umklammerung, bitte. Aber bei Umklammerung ist das Schlechte, was keinen Nachbekommen ist. Ich habe erst gerade einen Klammergriff verwechselt wieder. Umklammerung ist völlig egal. Die Initiative kannst du gerne senken, Weberack. Wir fangen dich jetzt einfach. So, Progeball. Das sollte reichen. Ich glaube aber nicht, dass wir dich ins Team nehmen werden, aber man kann ja mal gucken. Und gefangen. Sehr schön. Weberack wurde hier von ihm. Und für Weberack gibt es einen neuen Eintrack im Pokédex. Er sitzt tagelang regungslos in seinem Netz und lautet unvorsichtiger Beute auf. So, wer das jetzt männlich ist, hätte ich es Obama genannt. Aber letztendlich können ja auch Frauen Obama heißen. Zum Beispiel die gute Michelle. Ich hoffe, ich schreibe das richtig. Sehr schön. Michelle wurde auf Box 1 gelegt. So, einmal hier hoch. Dann klaue ich mal die ganzen Bäume. Einmal mitgenommen. Ich weiß noch nicht, wofür wir die brauchen, aber ich nehme die gerne mit. Also ich weiß, wofür wir die brauchen, aber wir brauchen die halt nicht. Ich glaube, ich spinne ja, Gaudi, Mann. Definitiv. Kommst du bei Weberack auf Obama? Naja, Weberack Obama. Das ist schon eindeutig, ne? So. Jetzt aber erstmal einen kleinen Kampf hier. Es ist Lauren. Warum heißt das Ding Obama? Achso, ja. In der Tat. In der Tat, darum heißt es so. So. Nehmen wir mal. Da sind wir auf der sicheren Seite. Wir haben ja nicht geheilt. Wir müssen ja auch nicht wegen jedem kleinen Scheiß heilen, aber ich denke, so ist das ganz gut. Da können wir nämlich... Ach, ich wollte Bissen machen. Ich hab grad... Ich wollte nach rechts dringen, aber auf die Null auf meinem Keypad gedrückt, wenn ich schon drauf reich bin. Passt. Ist egal. Haut hin. Neubert. Überaus betrüblich. Das Schöne ist ja, mit Biss kriegen wir ja wahrscheinlich Jens' Pokémon alle richtig ganz gut. Äh, meins ist hier los. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier an den Keypad empfangen können. Zum Beispiel dem kleinen Jungen hier. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin jetzt nicht so der größte Damir Plex-Fan. Ich kenn auch keinen größten Damir Plex-Fan. Also ich kenn niemanden, der sich sagt, Damir Plex, das ist es jetzt. Hab noch nie jemanden gesehen, der das im Team hatte. Noch nicht einmal. Was eigentlich eine Ansage wäre, warum wir es ins Team nehmen müssten. Wir müssten jetzt wirklich so sagen, Pinsir, Damir Plex, das ist so unser Team. Aber Pinsir dürfen wir nicht benutzen und Damir Plex dürfen wir auch nicht fangen. Wir können ja mal so eine Liste von Pokémon machen, die wir nicht fangen dürften, aber dann doch gefangen haben. Und dann packen wir die alle in eine Box und die wohnen dann da zusammen. Die shiny Version ist noch schlimmer. Glaube ich dir sofort. Definitiv. Glaube ich dir sofort. Wieso ist das so hässlich? Ach Quack, das ist nicht hässlich. Wunderschön. Sparbe ich mir erstmal Erfahrungspunkte. Damir Plex ist einfach nur da, ja? Das ist richtig. Ist hier noch was? Ne. Oh, hier unten ist aber noch was. Aha. Ein Hypertrank. Nehme ich gerne. Sehr gerne sogar. Und ansonsten ist hier aber nichts mehr. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Doppelkampf. Die gibt es ja nicht so oft in dem Spiel, aber manchmal haben wir das doch. Zum Beispiel gegen die jungen Damen hier. Hier kommen wir. Ich lege los. So, so los. Lea und Laura mit Voltilam und Meryl. Und wir haben Knolbert und Sparbicht und müssen ganz vorsichtig sein, dass Voltilam jetzt keinen Scheiß macht. Deswegen mache ich mal Säure auf Voltilam. Säure treffen beide, das ist schön. Und dann mache ich mal Aeroas auf Voltilam. Ist nicht so gut, aber trifft halt. Walzer? Ah, Gott sei Dank. Keinen Schaden gemacht. So, Knolbert, hau sie weg. War jetzt nicht so, so, so. Knolbert, du bist die Nummer eins in meinem Leben, Knolbert. Das ist hier, das läuft. Knolbert, du bist einfach der Junge, den wir gebraucht haben. Knolbert ist einfach genau das, was wir hier wollten. Ein Volltreffer, wie schön. Die beiden, das sind ja die Kumpels vom Leben. Und Knolbert erreicht Level 19, das ist doch super. So, der Angriff geht hoch und Sparbicht auch ein paar Punkte. Wir besiegen Lea und Laura. So eine Blamage, so ein Scheißerball anruf. Ja, schade, ne? Aber die kämpfen ja bei Einzelnen. Hallöchen! Oh, du bist aber niedlich, darf ich mit... Oh, ne, die kämpfen doch zusammen. Uiuiui. Mal sehen, was ein junger Hüpfer, wie du so drauf hast. Also doch, Doppelkampf. Doch, Doppelkampf. Komm mal ran. Zwei Schönheiten mit... Knolbert und Sparbicht. Ihr beide, ihr habt's drauf. Machen wir mal Säure, weil's beide trifft. Und dann mal Eroas um... Nehmen wir jetzt auf Pixie. Bin mir nicht sicher. Ich glaub, einer von denen hat eine hohe Verteidigung und einer hat eine hohe Spezialverteidigung. Ich weiß nicht, wer wer ist. Das wird sich rausstellen. Das wird sich definitiv rausstellen. Und, ja, und, man, ich viel. Sorry jetzt. Ja, das sah ziemlich gleich aus sogar von dem Schaden, den ich da gemacht hab. Aber egal, Pixie kriegen wir kaputt. Pixie kriegen wir definitiv kaputt. Pixie ist kaputt! Pixie ist kaputt! Räuber-DP, Sparbicht-DP. Okay. Das Knüttelhoff macht nicht mehr viel alleine. Säure. Hab ich eigentlich... Ich glaub, eine hatte zwei... Neben beide zwei Pokémon. Hat sie noch? Oh, Knüttelhoff. Jetzt haben wir Doppelknüttelhoff hier. Machen wir Säure. Und Eroas auf den Verletzten. Dann können wir da nicht ordentlich nachlegen. Die machen Gott sei Dank nicht sehr viel Schaden. Ui, 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 Volltreffer. Ich hätte vielleicht nicht sagen sollen. Sindelbeere, ja, super Knäubert. Knäubert heilt sich einfach. Das ist in Ordnung. Ui, 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 Volltreffer. Macht das den beiden in den Crittern? Jawoll. Nullo voll umsiegt. E-B, e-B. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier ein Highleichen. Ne, wir wechseln einfach. Und du machst da Eroas auf den Angeschlagenen. Das ist das Beste, was wir grad machen können. Okay, cool. Du schaffst das. Und da Eroas. Jawoll, Volltreffer. Das lief sehr gut. Alle kriegen so ein bisschen EP. Duplexi. Aua. Lass den Sparwicht mal in Ruhe. Der Sparwicht hat nichts falsch gemacht. Lassen Sie ihn in Ruhe. So, äh, Kopfnuss. Und Eroas. Das dürfte ja zusammen reichen. Die dürften auch beide schneller sein. Sparwicht ist schneller als... Gut zu wissen. Ja, das war jetzt aber nicht so viel Schaden. Aber das müsste jetzt reichen, oder? Nein, reicht nicht. Charmbolzen. Ach, nö. Und dann Heuler. Scheiß auf Heuler. Scheiß auf Heuler. Die machen hier aber ganz schön Stress, die Guten, ne? So, dann würde ich sagen, Kopfnuss und Eroas. Dann reicht das. Ei, ei, ei. Die haben aber doch ganz gut Schaden gemacht, insgesamt. Doppelkämpfe sind gefährlich. Das sollte man im Hinterkopf halten. Sparwicht der Staple 21. Sehr schön. Schön die Stats hoch. Und, brr, erreicht die Läu 27. Auch sehr, sehr schön. Angriff ein bisschen höher. Inzertif ein bisschen höher. Ja. Ui, da hast du ja richtig Pfeffer. Alle Achtung, nicht schnitt. Okay, danke. Mutti ruft an. Prost. Hey, Seidrik, wie geht's dir? Ich hab heute beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und dir wieder gekauft. Demo Arsch. Komm her. Mein ganzes Geld. Gib her, Miete jetzt. Mama, mein Geld. Mama, jetzt wirklich. Oh, nochmal Pokémon. Ich dachte, wir wären jetzt hier durch, aber scheinbar sind wir das nicht. Gut, gut. Noch nicht, Knäubert. Das ist definitiv nicht dein Kampf in der Tupenschwäche, während du halb tot bist. Nehmen wir auf Kröck. Machen einmal Eis zusammen, dann ist gut. Müssen halt mal schauen, wann wir dann anfangen. Nidoran nachziehen. Den guten Ricardo, der muss auch. Der muss definitiv auch, aber... Jetzt erstmal nicht. Erstmal nicht. Später. Großsein kommt dann wirklich später. So. So ist gut, so ist gut. Jetzt sind wir in Teak City. Ja, damit sie irgendwann die Relaxo-Puppe kauft. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich wünschte, man könnte sowas selber kaufen. Oh, hier ist es Billy. Billy! Billy Boy! Hey, hey, hast du mich gerade Kondom genannt? Ja, was wäre denn, wenn? Ich heiß Bill und wer bist du's? Hey, Seidrich. Hör mal, ich bin der Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems. Jetzt benimm dich mal und hab mal ein bisschen Respekt. Sonst bringe ich alle deine Pokémon in den PC um. Die Hälfte davon ist eh tot. Oh, Entschuldigung. Na, aber, ja, in Höhen hat jemand namens Lanette, der das Ding hier weiterentwickelt und blabliblub. Wir können alle tauschen und ganz tolle Sachen machen. Und ich glaube, wir sollten langsam wieder nach Tocatia City. Ich bin mal wieder nach Hause. Ja, okay, Fiss. Danke für gar nichts, Bill. Wir könnten uns aber ein Evoli holen, ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Einmal benötigen sie unsere Pokémon. Hallen wir mal. Die Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Maschine hat wieder zu schlagen. Unsere Pokémon geht's nämlich wieder gut. Und dann können wir bald wieder kommen. So, wir gucken uns mal ganz unser Team kurz an. Mal ein bisschen Bestandsaufnahme. Also, Knörpert ist jetzt fast Level 20. Das ist gut. Er entwickelt sich dann bald. Barbecht geht's gut. Quack geht's richtig gut. Pumplez ist ein Vm-Sklave. Luststängel ist halt auch eher so für Zertrümmerer gerade nur da. Und Ricardo müssen wir dann auch demnächst mal anfangen nachzusehen, damit wir auch Nidoking haben können. Ich bin am überlegen, ob wir wirklich jetzt noch das Evoli abholen und vielleicht ein Evoli ins Team nehmen. Ich denke, als erstes sollten wir hier mal versuchen, ins Kimono-Häuschen zu gehen und ins Surfer zu nehmen, in dem wir die ganzen Kimono-Girls besiegen. Hey, hey! Ich bin der Team Rocketman! Lass endlich dieses Anreide gezappelt und leg mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Dürfte ich euch Nidokingst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Nee, dürfen sie nicht! Was soll das heißen? Das Wutlicht hat man nicht, das Recht selbst zu bestimmen, was er sehen will? Nein, soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Oh nein, er will das zeigen. Ja, zeig jetzt... Ach du Scheiße, was macht er denn? Was machst du hier? Hey, was soll das werden? Setz dich mir etwa an den Weg? Ja, bitte. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Rocketrübeln und Smogern. Level 12, Rocky Knollbart. Ach stimmt, wir können die Kimono-Girls, glaube ich, gar nicht alle besiegen, so wie man das normalerweise machen kann. Ich vergesse immer die ganzen Änderungen, die sie in der vierten Generation gemacht haben. Unglaublich, so sparb ich. Tackle ist nicht. Tackle ist hier definitiv nicht. Wir machen eine Eroas. Und er hat nicht gereicht. Sparb ich, spar mal nicht am Schaden hier. Machen wir ein bisschen mehr. Einmal nochmal drauf, dann geht das. Schön, schön. Schön, schön. Neubertrag Level 20, sehr gut. Sparb ich, da haben wir ein bisschen was. Spar getrübeln, was biegt. Und dann haben wir verloren. Haben wir verloren. Ich bin wohl doch noch ein Schmalspurgern. Aber nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Und wenn der rauskommt, dann... Scheiße, Entschuldigung. Ich muss sofort weg. Ihr seid seid heute nicht wahr. Ich bin beeindruckt. Ihr seid gut, würd ich entstärken. Das ist ganz toll. Ich wusste einfach, dass ich mich nicht getäuscht habe. Aber ich fürchte, Selbstgespräche blablabla. Nee. Dann ergibt uns ein Surfer. Das war meisterhaft. Beherzte junge Leute. Wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier, das kannst du haben. Keine falsche Bescheidenheit. Vor allem 3 ist dabei. Nimm sie ruhig. Ja, ja. Das ist Surfer. Dann bereitest du dein Pokémon für die Windeseile über die Wellen. Ja, ja. Ja, gut. Dann machen wir das mal. Surfer brauchen wir ja auch. Nicht Schaufler. Ich will hier nicht zerschneider. Ich habe es gleich. Der Surfer so. Okay, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es geschafft. Ich habe es gefunden. 95 Stärke. Jetzt kann er nur lernen. Das Problem ist, er soll eigentlich physische Attacken lernen. Aber es geht schon. Ich meine, wir können ihm Ackbacknare verlernen. Und ich meine, selbst wenn er nicht den höchsten Spezialeingriff hat, 95 Base Damage mit 100% Trefferquote. Da kann man schon mal sagen, ja gut, machen wir trotzdem. Ich finde, wir freuen uns. So, danke schön. Dankeschön, mein Herr. Es ist schade, dass wir nicht alle Kimono Girls nacheinander abledern dürfen, wie man das normalerweise kann. Und da geht das hier? Nee, die steht da jetzt alleine. Die Kimono Girls leben für den Tanz. Keine Probe verpassen. Wirklich viel Zeit. Ja, danke für gar nichts. Definitiv danke für gar nichts. So, wir gehen mal jetzt als nächstes mal hin. Wir, äh, können die nicht mit einem Pokémon tauschen? Ich glaube. Gucken, was das war. Kawabanga. Als ich noch jung war, habe ich eines Tages gemerkt, dass der Himmel pech schwarz war und dann ein rüsiges, fliegendes Pokémon erschien. Ich frage mich, was ein Pokémon das wohl war. Vogel oder Drache? Pokémon wohl wirklich existiert. Das muss wohl irgendwas vermächtig sein. Nee, nicht mächtig. Mächtig, schmächtig. So, ähm... Ich bin sicher, dass ich irgendwo ein Pokémon tauschen kann. Hier dann wahrscheinlich, ja? Hallo. Oh, so hast du mit deinem Pokémon-Team nach einem großen Abenteuer. Tja, aber da gehört auch immer eine Schatzsuche. Habe ich nicht richtig. Ja, okay. Aha, du weißt offensichtlich ganz genau, was das... Ja, ja. Hier, bitte. Nimm. Item... Ach so. Ja, das ist auch schön. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht haben, aber danke. Ja, wenn das Signal lauter wird, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wir alles gespunden haben, ne? Es soll eine Turmruine viele versteckte Schätze geben. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Dankeschön. Ich bin mal nicht in die Arena. Wahrscheinlich schmeißt uns der Opa dann wieder raus, weil Jens nicht da ist. Hallo, Jens ist nicht da. Geh mal wieder weg, du Arsch. Tut mir leid, der ist irgendwo anders. Du musst dich wieder wegschicken. Ach, ja. Tut mir gar nicht leid. Tut dir überhaupt nicht leid. Sind wir mal ganz ehrlich. Wir fangen mal eben noch schnell ein Pokémon. Können wir hier links ja machen. Ditt, 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 ditt. Gute 38. 38. Ich fange nicht ein Pokémon. Was macht jetzt denn hier? Radfraatz, wie schön. Wie schön. Der Helfer darf aber da stehen, ja. Definitiv. Ich glaube, mein Helfer ist ja auch vom Start dafür bezahlt, dass er da steht und Leuten irgendwie Klinker ans Bein labert. doch, das ist so sein Job. So, pumpt sich auf. Nee, egal. Gibt es Kopfnuss? Gibt es nur eins? Ah, Kopfnuss. So, der ist besiegt, würde ich sagen. Ist halt nur schade, dass wir halt wieder nichts gefunden haben, was wir hätten haben wollen. Naja. So, dann gehen wir mal zurück. Dann gehen wir jetzt in die Turmruine. Kann man ja machen. Äh, lüpp, lüpp. Einmal raus hier. Und... Hoch, 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 hoch. Turmruine. Was heißt so, weil der Turm im Arsch ist? Da knabbert sogar ein Radikal oben am Turm. Oh, guck mal, legendäre Pokémon. Habt ihr die auch schon gesehen? Hey, mein Name ist Eusen. Ich weiß euch die Weltgeschichte, um ein Pokémon am Suikun zu finden. Und du bist Seidric. In Ordnung. Angenehm. Ja, Suikun hält sich hier sicherlich auf. Schau mal da runter. Da sieht man das schon. Ja, das ist Suikun, das legendäre Pokémon. Ich kann gerne versuchen, ihn zu runter zu gehen, aber sie werden auf der Stelle Reiß ausnehmen. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ach komm, ich gehe da jetzt einfach runter. Kein Ding. Die lassen mich gar nicht. Eben, und da drin darf ich auch was fangen, ne? Das heißt, noch ein Radfratz ist mein! Ja! Äh, äh, eher nein. Dann machen wir mal Absorber. Moment, das heißt Profos! Stark dir, das ist es. Die verkaufen ja nur einen halben Liter Dosen, weil wenn schon, dann richtig. Hier gibt's Smorgan und Magma. Ne, gibt's hier nicht. Hier gibt's Radfratz. Hier gibt's Radfratz, siehst du doch. Gibt's kein Smorgan und Magma. Hier gibt's Radfratz. Besiegt. Schön. So, Eugen. Darf ich hier mal durch, oder wie... Ja, da... Oh, da ist mein Rivale. Hey! Bierboy. Was, denn du schon wieder? Du planst sicher, das legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll und mich damit ins Rampenlicht zu rücken, aber das kannst du vergessen. Hör gut zu, die legendären Pokémon gehen ganz allein mir, denn ich hab geschworen, der stärkste Trainer in der Welt zu werden. Schlag dich nur mit den Dune Rocket Leuten rum, das war fast viel besser zu dir. Och, Mann. Bierboy ist sauer. Na, Bierboy, was gibt's denn? Was hast du denn so dabei, hä? Nebulak. Oh, Nebulak ist gut. Also an sich, äh, ist für uns nicht so gut, aber wir können ja einsetzen und Biss machen. Das ist schön. Das funktioniert gut. Und ich mag... Oh, jetzt wird Fluch rein. Ja, ich ne 1A-Lösung geben. Der tötet sich halt und ich wechsle dann einfach. Ich meine, was will er denn machen? Ach, wurde er durch Fluchfall sehr... Hat aber auch so viel Schaden, ne? Das ist anziehend. Das ist gar nicht mal so wenig. Dann gehen wir mal auf den Sparbicht. Sparbicht wird von Geisterattacken nämlich unberührt bleiben. Sehr schön, Sparbicht. Mann. Von Fluchstrahl, ja, danke. Für gar nichts. Und das schön ist, wenn ein Schwabicht wirklich durch Geisterattacken nicht getroffen wird. Ich suche mal 25%, ja? Durchaus. Sparbicht ist verwirrt, aber es wird trotzdem mal Ego aus sein, weil Sparbicht, das ist halt einfach ein Leistungsträger, ne? Dem ist das egal, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Der will einfach nur leisten und das ist gut so. So, was haben wir als nächstes? Jetzt kommt Magnetilo. Da gehen wir auch auf jeden Fall auf jeden anderen. Und zwar auf Knolbert. Ich suche schon ekelhaft, definitiv. Das Schöne ist, dem Sparbicht ist das ja alles völlig gleichgültig. Der Sparbicht wird ja auch durch die schöne Attacken wie, äh, hier, wie heißt es? Wie heißt es? Spukball, nicht getroffen. Und deswegen ist der Sparbicht unser Mann. Der kauf nicht geistern. Ja, das stimmt aber allerdings auch. Donnerwelle. Ey, Magnetilo. Du musst jetzt ja auch ein Nervenbündel sein, oder? Du paralysierst uns. Pass mal auf, ich paralysiere dich. Und ich habe ein Paraheiler dabei. So, äh, ja, dann machen wir mal Paraheiler noch. Api und Api an ihm und Status Heilmittel. Paraheiler, so. Neubert, bitte. Aufgehoben, sehr schön. Superschall, ey. Uh, gidi gidi. Das will ich aber nicht werden. Er hat Superschall, er hat Donnerwelle und er hat Ultraschall. Das heißt, er hat bis jetzt noch keine Elektroattacke. Da können wir doch auch log auf Prrk gehen. Jetzt kommt Donnerblitz. Donnerwelle, okay, ja. Mach halt Donnerwelle, ist in Ordnung. Ich habe noch ein Paraheiler, keine Sorge, den setze ich auch ein. Ich habe gar nicht noch einen Paraheiler, weshalb ich den mal einklick? Ich habe Pürsifbären, die einfach vergiften. Ich habe einen Heilpuder, so. Heilpuder. Das muss reichen. Geht's wieder gut. Nicht Superschall jetzt. Merkt ihr nicht, dass er selber paralysiert ist? Der soll sich auch mal so benehmen. Äh, machen wir mal Eiszahn. Vielleicht Surfer machen sollen. In den drei Attacken sind alle nicht sehr effektiv. Surfer ist normal. Ja, sehr schön. Außerdem ist Surfer sehr, sehr stark. Also sollte man vielleicht doch mal wirklich... Surfer! Yay! Ja, das war besser. Das war durchaus besser. Ja, so ist gut. So, sehr gut. Also jetzt kommt Loreblood. Das kannst du ruhig machen. Da habe ich den Sparbicht dabei. Der freut sich da schon drauf. Der ist durchaus begeistert von diesem Encounter. Hallo, ich bin Loreblood und ich habe einen Joker auf. Ja, sehe ich. Los, Aeroas. Das macht doch gut Schaden. Und naja, sehr schön. Zweimal Aeroas reicht. Nix! Giftpuder! Nee! Natürlich kommt der mit mit Giftpuder. Was soll der auch sonst machen? Aber nicht mit mir, Bierboy. Tut mir leid, Bierboy, aber dein Loreblood ist vorbei. Und da mache ich nicht mit. So, sehr schön. Sparbicht hat es geschafft. Der ist kein Problem, Sparbicht. Du hast geregelt. Als nächstes kommt Zubart. Keine Sorge, Sparbicht. Wenn wir hier durch sind, dann gibt es ein Gegengift und dann ist alles fein. Vielleicht auch eine Pöse, kannst du ja aussuchen, ob du lieber was essen willst oder lieber eingesprüht werden willst. Auf jeden Fall dürfte der Kampf hier durchaus gegessen sein. Dafür, dass du dein Schächtling bist, lässt du echt nichts unversucht, hä? Tja, der kriegt jetzt noch einen Eiszahn und dann ist gut. Sehr schön. Na meine Rivalen besiegt, würde ich sagen, Prost! Bierboy! Hm. Hm, hm, hm. Äh. Deswegen kämpfe ich nicht gegen Schwächlinge. Egal, du schaffst sowieso nicht ein legendäres Pokémon zu schnappen. Sag das mal nicht, sonst besorge ich mir den Meisterball und dann siehst du gleich mal, wer lacht. Aber jetzt erstmal Status Heilmittel. Hier, ne? Nee, hier. Eishalber im Moment bei... Ja, ja. Gegengift. Hätte ich gern. Und dann sprühen wir damit mal den Sparbicht ein. Und sauer ist er. Durchaus sauer ist er. Oh, hier ist noch so ein Pyro-Heini. Na, Pyro-Heini? Hallo, ich bin der Pyro-Heini. Hey, keine Panik, Junior. Wenn jemand weiß, wie gefährlich es ist, mit Feuer zu spielen, dann sind das wie Feuerspucker. Und wieso dann keine Panik? Was will der grad von mir? Feuerwehr... Das ist Feuerwehrmann Sam! Es ist Feuerwehrmann Sam! Jawohl, Feuerwehrmann Sam! Ich bin ein großer Fan! Bitte, bitte. Geben Sie mir ein Autogramm. So, Smogon sitzt Smog ein. Kein Ding. Okay, dann würde ich sagen, Kopfnuss. Na, nicht ganz gereicht. Gewissheit. Was ist denn Gewissheit? Nicht sehr viel, scheinbar. Ja, dann gehen wir ein bisschen EP und das ist ja dann noch Smogon. Machen wir mal... Machen wir mal ein Sanya. Das macht irgendwie alles gleich wenig Schaden. Ich mach mal Surfer. Gut, und dann ist ja dann noch ein Shukano. Ja, das kann man auch mal selber machen. Tiny Hunting Next Level. Zwei Panik mit demselben Muster zu fangen. Oh Mann. Oh Mann. Ja, doch. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Das passiert mir nicht einfach nicht. So, dann haben wir es. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir dich auch besiegt und dann holen wir uns mal das Item da drüben. Was ist denn das? Ein Gegengift. Wie schön. Aber ist auch wieder drin. Na? Ich übe in der Turmruine das Feuer spucken. Mach das nicht zu Hause, Kinder. Ja, ja. Habe ich nicht vorgehabt. Wirklich nicht. Wulf hat ein Glutexo. Oh, hey Glutexo. Schön, dich mal zu sehen. Knäubert ist, glaube ich, nicht dein Gegner. Definitiv nicht. Nee. Das kann wiederum machen. Ja, den Glutexo dann einfach mal ein Knäubert drin lassen. Ich glaube, das ist... Wenn wir den nur auf 21 bringen wollen, wahrscheinlich nicht der beste Plan. So, dann würde ich sagen... Surfer. Surfer. Hm. Schön, schön. So, Knäubert. Immer noch nicht Level 21, aber bald. Bald hat er es geschafft. Ich muss gerade mal gucken. Er lernt Bluebella eigentlich selber noch Attacken oder muss ich es erst mal als Duflo lassen, bis es die Attackenheit nicht haben will? In der Pokémon-Welt stehen Feuerspucker in der Ruine rum. Ja, rat mal, warum das eine Ruine ist. Ja, die haben mir ganz schön vorgelegt, die Jungs. Oh man, oh man, oh man. So. Dann schauen wir doch einfach mal, ob Bluebella noch Attacken lernt. Das will ich glaube, man wissen. Äh, ja. In der Zeit können wir hier mal ganz kurz auf... ...auf gehen und mal einen Eiszahn machen. Das wäre ganz gut. So, Bluebella. Lernst du durch Level-Up Attacken? Ja. Ja, aber nicht sehr viele. Du lernst Zauberblatt und Blättersturm noch. Ey, ich meine, es ist besser als nix so, ne? Aber... ...die lösen es auch nicht. Das war Zauberblatt auf 23 und Blättersturm auf 53. Wie sieht es als Duflo aus? Können wir da mal gucken? Äh, als Duflo lernst du... ...Gruppe Generation. Äh, Megasauger. Ah, aber du lernst kein Zauberblatt dann, ne? Das heißt, wir können entweder Zauberblatt oder Megasauger haben. Aber wenn wir Gigasauger haben wollen... ...äh... ...schwierig. Wie machen wir das jetzt am besten? So, Knäubel direkt Level 21. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt erstmal Megasauger. Ah, Megasauger haben wir direkt schon. So eine Attacke zum Megasauger... Ja, gut, dann haben wir Megasauger auf jeden Fall schon mal. Ähm, wir haben Säure, Giftbruder, Stachelspuren, äh, Absorber. Dann ersetzen wir Absorber mal durch Megasauger. Das ist, glaube ich, so das Beste, was wir erfahren können. So eine vierte Generation. Zauberblatt auf 23. Also wir müssten uns jetzt direkt entwickeln, um Zauberblatt zu kriegen. Und dann Blättersturm auf 53. Es gab auch einen Attackenlerner, ja. Hm, hey, Knäubel hat entwickelt sich. Yeah. Hm. Und dann haben wir einen Duflor, sehr schön. Ich meine, Gigasauger gibt es auch als TM. Das wäre kein Problem. Gigasauger würden wir auch als TM kriegen. Aber wenn wir Blättertanz haben wollen, würden, müssten wir es jetzt als Duflor machen. Weil das wird nichts mehr, wenn wir es entwickeln. Blättertanz wäre auf 53. Aber wenn wir es auf 53 Blättertanz lernen würden, dann würde Bluebella selber, weil es ja 53 wäre, bevor wir es entwickeln, das wäre ziemlich spät, nicht mehr sehr viel lernen, weil wir auch Blättersturm auf 53 kriegen würden. Der Blättersturm wäre besser als Blättertanz. Also ich denke, wir machen Gigasauger dann als TM noch. Und vielleicht Toxin oder so noch? Ist ja gar nicht so schlecht. Wir haben ja bestimmt noch einige TMs, die funktionieren. Zum Beispiel Energieball. Energieball wäre auch keine schlechte TM. Hm. Oder Strauchler. Strauchler ist auch gar nicht schlecht. Müsste man sehen. Also TM's werden möglich... Toxin, Kugel... Wie gesagt, hatten wir schon einen Gigasauger, Solarstrahl, Energieball, Strauchler. Da geht schon was. Da geht schon was. Und wir können uns direkt entwickeln und Zauberblatt beibringen. Ja. Ich denke, ich entwickle es auch direkt. Dann sabbert es auch nicht mehr so viel. So, keine Sorge. Ich weiß, du bist gestresst, wie du gerade aussiehst, Knollbert. Aber keine Sorge. Ich kenne da die Maßnahme. Ich kenne da die Maßnahme, Knollbert. Hier, Knollbert, bitte. Hey, Knollbert entwickelt sich nochmal. Knollbert, Knollbert. Yay. Das ist das erste Mal, dass ich einen Glubella im Team habe. Das hatte ich noch nie. Hey, Knollbert. Ach, Knollbert, du bist es. Knollbert wurde zu Glubella. Auch schon ein Hüppi. Trapped, Knollbert. So, wir haben einen Glubella. Schön. Na, hoppala. Hallo, Glubella. Na, geht's gut? Knollbert steht wie angewurzelt da und blickt nach unten wie angewurzelt. Na, Knollbert, bist du sehr verwundert, wie du aussiehst. So ist das halt. Wir haben uns gut um dich gekümmert. Na? Tschüss. Ich habe auch keinen Bock. Ich hüpp im Kreis, ich hüpp im Kreis. Hallo, ich bin zugekün. Ich habe auch keinen Bock. Hast du das gesehen? Wir gehen hier raus. Wir heilen dich mal. Ich bin sehr stolz auf dich. Du bist ein gutes Pokémon. Ring, ring, ring. Fahrrad. So, dann heilen wir nochmal. Willkommen, PokéSonder. Wir hauen deine Pokémon und machen wieder frisch. Ja, bitte. Okay, dann machen wir. So, danke. Deine Pokémon sind ja topfit. Schön. Komm bald wieder. Gut, dann speichern wir eben mal schnell. Speicher-Vorgang mit dem System nicht ausschalten. So, das Spiel ist bei jetzt. Und dann schauen wir mal unser Team an. Was haben wir denn? Wir haben den Knäubit auf 21. Der voll entwickelt ist. Die sind in seinem Steps eigentlich. Oh, die sind ganz ordentlich so, ne? Will man mal vergleichen. Also, ich meine, der Angriff-Step von... Ist sehr viel höher, aber... Ist ja auch ein paar Level drüber. Sechs Stück. Aber Knäubit hat schon ziemlich ausgleichen das Set. Und die Spezialverteidigung ist extrem hoch. Initiative ist halt sehr langsam. Aber steigert Initiative bei Sonnenschein. Mit Chlorophyll. Wenn er Verlust der Genauigkeit hat, äh, der Sparbicht. Ihr habt das gerade gar nicht gesehen. Ihr schaut mal, so sind die Werte. So. Entschuldigung. Der Fenster hat plus Spezialangriff minus Angriff. Das ist auch gar nicht so schlecht, oder? Ich bin gar nicht sicher. Und durch Spezialverteidigung minus Verteidigung. Das ist eigentlich für mich egal. Ja doch, aber ich denke, mit unserem Team kann man gut arbeiten. Neubert, der, der wird auch ordentlich was machen. Ihr seht die Steps nicht. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Wie spät haben wir jetzt eigentlich? Wir haben es gleich Mitternacht. Ich denke, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss. Machen wir uns mal. Ja.